Aber du hast gefehlt. So, meine Putzels, kommt's einmal rein. Meine Stutzels und Schmutzels. So, warte mal. So. So. Hallo, meine Mäuschen. Ihr seht's. Meine Augen sind ein bisschen rot. Das liegt daran, wegen der Pollenallergie. Ich hab Pollenallergie und deswegen seh ich so aus, wie ich aussehe. Ich bin auch nicht zufrieden mit mir. Aber ich, so seh ich halt aus, wenn ich an der Ängel bin. So. Wir spielen, warte, ich seh, ich seh, ihr sagt's mir gar nicht, dass ihr den Rand seht. Das ist ja ganz, dass ihr nicht mit mir schimpft, wenn ihr den Rand seht. So, jetzt. Also, meine Putzels. Quatsch, kiff's doch. Ich wünsch dir den Spaß. Du hast noch geweint, weil du zu sein vermisst hast. Das verraten auch noch. Okay, so meine Putzels. Also, wir spielen heute Killer Frequency. In dem Spiel geht es darum. Wir sind ein Radiomoderator. Das Spiel hat, äh, englische Voice, Voice, aber deutscher Artikel. So, ist ein Horrorspiel. Und, äh, ist jetzt nicht der krasseste Splatter-Horror. Man sollte jetzt nicht erwarten, wo sind die Eingeweide. Ich meine, vielleicht kommen wir nicht. Very human, hübsche. Emo Blondie, ich habe mich oft gegeben, auf Kino gesehen. Sind wir Amerikaner? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber, äh, könnte sein. So, also meine Putzels. Danke, Emo Blondie für 20 Monate. Wir gehen jetzt rein. Ich bin gespannt. Ich kenne das Spiel nicht. Ich weiß gar nichts. Vielleicht kennt ihr es ja schon, aber ich kenne es nicht. So, also meine Putzels. Und noch eine Sache. Es ist, es hat ein paar coole Twists. Es ist jetzt nicht einfach nur einer Frau am Telefon sagen, wo sie hin muss. Da kommt noch mehr. Ich schaue immer, bis ich ein bisschen Gameplay auch tun muss. Ah, wir gehen mal rein. So, neue Spiel. So, meine Putzels. Oh. Aha. Okay. Ah, okay. Bin gespannt. Was? Achso, ich kann. Okay, ich habe. Ja, das ist so, das ist so, das ist so, das ist so die Rose Onigiri in der ersten Minute. Oh, da putz ich es wieder zu spät. Oh, ja. Genau so. Aha, okay. Objekt, äh, ich kann, was kann ich? Hä? Okay. Also, ich, ich, äh, ich kann doch hier, äh, den Müll runtertragen, wenn ihr wollt, ne? Okay, so. Hallo, sie hat Worte. Okay, also, äh, es gibt auch. Ah, okay. Ah, okay. So, wo, warum bin ich in der, warum bin ich da in der Hintergasse da drin? Ich, äh, das ist einfach, gibt keine, eine Bierflasche. Ja, ja, die Hasis waren natürlich dann auch nicht weit, ne? Das ist klar, ne? So, kann ich die trinken? Ne. Okay. So. Mein Schatz, bedankt sich für das Küchenzuch. Ah, Charlotte Corotta. Ganz viel, gar, einen schönen Hochzeitstag wünscht ich euch. Komm rein und seht das, hallo, schau doch, mein Schatz. Wie geht's Ihnen? Okay. Oh. Äh. Wohin ich da? Ich war im Bübel. Ah. Ich glaub, das lass ich. Ne, also, du mal nicht irgendwo rumziehen, ne? Also, du mal nix verstellen. Wie ist es diese Winkelgasse? Der sieht ein bisschen so aus. Kluhe, bist du? Ach. Denen ins Kommen. Hallo, Obstuchs. Aha. Äh, oh. Äh. Ah. Eine Tasse, was? Äh, Objektuntersuchung drücken, wenn ihr um die Untersuchung... Aha. Ah. Aha. Ah ja, der hat wieder... KF... KFM. Ah, das ist der Radio, wo ich bin, wahrscheinlich, ne? Okay. Ist das... Also, ich war gleich wahrscheinlich eher nicht rauchen oder sowas, ne? Das sieht aus wie so... Ein bisschen wie Berlin. So grimmig. So... Wann fällt der erste Schuss? Man wartet nur drauf, wann... Wann wieder... Weißt du, wann wieder eine Schießerei ist. Ein bisschen. Ist schon so, ne? Damit Jimmy kann das bestätigen. Okay, ich schau mal, ich schau mich mal um. In der Hintergasse. Hallo? Ne, sieht noch zu gut aus da. Tür öffnen. Ah. Okay. Sum... Äh, Sum... 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 Sieben... Dankeschön für 13 Wurde. Vielen Dank. Dankeschön. Du warst am Dienstag auch da. Ich erinnere mich an dich. Dankeschön. Ich sto... Ich stoße an mit der Ecke. Komm. Ich habe ein Thema für uns gebraut. Vielen Dank, Ecke für 20 Euro. Dankeschön. Vielen Dank für die Beschützung. Wie geht's Ihnen? Sie sind der Lehrling bei uns beim Radio. Sie sind der Neue. Wollte erst an der Ecke. Ecke, Dankeschön. Wie ist sie gelungen? Vielen Dank. Danke für 20 Euro. Danke für den Support. Wie geht's dir? Dankeschön. Hallo, äh, Bubel, Hubel. Oh, alle Hubel. Wie geht's dir mit Schatz? Und schon der erste Schreck. Vielen Dank, Equil. Danke dir, mein Schatz. Was? Also, äh, Fracht, äh, Aufzug only. Nur Lastaufzug, ja. Süduskeleck, danke für 16 Wurde. Dankeschön, danke, äh, die Fuchsi für's Gifte-Zap. Diablo für 30 Wurde und die Fuchsi für's Gifte-Zap. Und Sumsi, danke für 30 Wurde. Vielen Dank euch allen. Also, ich dachte, da gibt's Geld. Hallo, Arthur Schütz. Also, das Rohr ist das. Okay. Ich glaube, ich hab Pause oder so wahrscheinlich gemacht, ne? Oh, was ist das? Oh, nee, lass mich doch sch... Nee, lass mich doch zei... Lass mich zei... Nein, ich will doch... Ich will doch nur den Pimmel malen. Nein, ich... Ach, sie hat mich ums Gemächt beschissen. Ha, das ist immer so... Das ist immer so... Das ist so vergeudetes Talent. Moment, man hätte es tun können. Einfach, lass ich jetzt ein Pimm... Ein Pimmel mal. Aber ich kann nicht. Ha, da wünsche ich mal schon ein Patch. Das muss... Das kannst du nicht... Du kannst ja nicht hier mir die Erdbeeren in die kleine Schüssel präsentieren und den Zucker... Und dann erwarten, dass ich nicht davon nasche. Oh, das ist wirklich... Verdammt. Sorreloso. Hallo? Ah, das... Oh! Oh! What the fuck is you there? Hey, hallo? Okay, das war das... Der Glaube, der... Du, ich hab... Ah! You, uh... You hear something, Peggy? Huh? Okay. Hear what? It's just lost. I thought I heard someone yelling. Check, ganz kurz. Untertitel, ne? Ihr müsst es lesen. Es ist, äh... Ich spreche Englisch, aber es ist Untertitel auf Deutsch, ne? So. Oh, gut, es geht jetzt. Ich hab mich angeschissen. Ich bin, ich glaube, ich bin gerade gemeuchelt worden. Hallo, Cloten Streif. Hübsch. Ich seh, sieh, wir können uns wieder mit dem Sohn wieder wach. Cloten Streif, du warst ja letztens, wo ich den Sohn aufgeweckt hab. Ich erinner mich. Cloten! Dann waren wir die Frau. Ich... Ich... Ich war immer die Frau, aber wir waren irgendwer. Also, wie gesagt, ihr müsst es mitlesen, gell? Weil Untertitel... Oh, jemanden schreit gehört. Oh, jemanden schreit gehört. Is this a joke? No, I... I almost swore, I heard something. Oh, and here I was thinking, you'd finally started to ease up. You probably just heard some cats outside. Cats? You know, forelegs, whiskers, tails, not dogs. I know what a cat is. I mean, does Gallows Creek have a stray cat problem or something? Not since the rats moved in. Anyway, you ready to do the pre-flight check? Vorflug-Checks bin ich da. Do we have to do these checks every time? Yeah. Do you have to call them that? Reggie pays us to check the equipment for each show. And he pays us to call it a pre-flight check. But if you're sure you don't want to... Oh, benötige ich eine Anleitung für das DJ-Pult? Wir machen das so. Ich frage den Chat und ihr dürft entscheiden, was wir machen. Ich spiele das immer mit dem Chat. Chat, Anleitung für das DJ-Pult schon. Oder? Chat, was sagt ihr? DJ-Pult? Ja oder nein? Big Inara, danke für 10 Euro. Danke für den Support. Danke schön. Zur Feiertes... Oh, Leute. Vielen lieben Dank. Danke schön euch allen. Zur Feiertes Tages, lieber Pruzzi. Für unser einjähriges, mein Auerbett, liebe Grüße auch vom Wolf Commander. Gib mir einen Kuss von mir. Hat er nachgefragt. Und unsere kleine Tochter. Der auch. Du bist dabei sehr auch. Big Inara, vielen Dank für den Support. Und Küsschen an euch allen dreien. Dankeschön. Und hallo Jana Lilauf. Wie geht's dir? Danke Big Inara für den Support. Und morgen dann danke für 3.50 Uhr. Guten Abend, ihr Lieben. Auf einen schönen Dauer-Dienstag. Morgen dann, die werden wir haben. Wir sind aber DJ heute Morgen. Ich lege die... Der Morgen in dieser Leitung, er wünsche dir eine Fischer. Morgen dann kein Problem. Vielen Dank euch beiden. Dankeschön. Okay, wir sagen, geben wir die Liste durch. Okay, fine. Let's get through this. Alrighty, this is your captain speaking. It's me. Really? Come on, let's have a bit of fun with it for once. Komm, lass ich Musik spielen. Buckle in, folks. We're about to hit some tubular rin. Okay. Let's start with record playing. Erste Platte. Okay. Nimm die... Nimm die Platte, legst es den Player. Okay. Easy. Ja, seitdem da Stitch und die Franzi Pampel mehr aufgeräumt haben, weiß ich nicht mehr, wo meine Sachen sind. Achso, ich kenne es meine... Aha. Forrest, you need to grab a record and stick it on the turntable. Du musst mir gar nichts sagen, Schieber Eno. Ich kenne es schon. Ich bin der Radiomoderator. So, ich schaue mich mal um. Hallo, ich muss aufs Klo. Also, ich muss mehr zu erledigen. Ah, das ist... Das geht mal raus. Ah, das... Jetzt hör auf! Hör auf mich zuzulabern. Ich... Pick a record and stick it on the turntable. Killershot. Ja. Ich mach es schon. Ich bin hier länger angestellt als du. So. Ich bin... Ich bin der DJ. Mich nennen es den DJ... 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 Putzi. So. Äh, das ist meine Tasse. Ah, die haben wir schon im Hinterhof gesehen. Okay. Äh, was gibt es hier alles? Ich muss mich umschauen. Warte mal. Kann ich... Ich hab mir ein Bar... Basketball. Kann ich... Nee. Wollt ich... Wollt ich... Ah, okay, zahl doch ruhig! Ah, okay. Ich nehme eine... Tasse. Oh! Tatt nach was... Nach was... Nach was ist euch heute? Bissl romantisch? Oder ein bisschen ein... Eine Walk and Wow? Was... Was möchtet's? Ah, was ist... Was ist... Was haben... Ja, ich schau doch. Und der Rucker-Player ist auf der Seite. David Zropo! Stick it on the Turntable. Then hit play! The Flow... Wow, ich hab alles. Kuschelrock. Ah, jetzt weiß ich... Nee, nee, nee. Einige... The Late Lurkers. Das seht ihr. Das passt zu euch. Aggressiv. Step in the Twilight. Stormriders. Das ist was für ein Gratlon. So. The World. The Hang-Ups. Das ist die Noah. Die telefoniert nicht so gern. Ja, was macht? Äh, Scooter. Ja, was spricht mich vom... Vom Dix an? Äh, Forrest. Oh, irgendwie... The Late Night Lurkers. The Late Night Lurkers. Das ist... Passlich. Wir kommen. Ja, um uns mal... Wir können ja mal reinhören. Komm, wir haben mal... Wie? Äh... Ja, 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 ja. Achso, okay. Pick ein Rekord und stick es auf der Turntapel. Dann hit Play. Moment, ist das Copyright? Nee, das wäre richtig traurig gerade. Aber ich denke... Aber... Okay, wahrscheinlich... Okay. Lieber an die Lurkers. Great. Oh. Now turn it off. Nee. Ich äh das nicht mehr ab. Denn ich bin im Radio drin. Guten Abend, meine Damen und Herren. Press den Stop-Button auf dem Rekordplan. Ich will euch nicht stören. Ich bin heute euer DJ. Wagga, 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 Wagga. Ich war jetzt schon länger weg. Eine Woche war ich nicht da. Hey, Forrest. Ich weiß, es ist ein guter Track, aber wir müssen weitergehen. Aber heute Abend bin ich der DJ Putze. Ich bin euer Superstar. Die Purple Element, Diablo und Samariato, die sind da. Press den Stop-Button auf dem Rekordplaner. Und der Blöhm mit den Hasen der Stoppel und ein paar Biondi sind wunderbar. Everybody in das Haus. Klapp reiten in das Haus. Hey, Forrest. Ich weiß, es ist ein guter Track, aber wir müssen weitergehen. Es ist ein richtig guter Track. Du mich nicht... Nee, nee. Nee, fühle ich mich nicht. Nee, nee, zurück. Nee. All right. Up next, Phone-Line-Button. Nix, ich schaue... Der Kapitän, will be waiting to take your call on Line One. Hanses. Ja, ey, Alyssa, du musstet so die... Ich... Oh Gott. Blimme! Dankeschön, wie konnte ich noch die Woche ohne dich und den Besten kennen? Blimy! Da Blime ist in der Leitung. Oh прид, hört doch... Hör dir auf zu reden. Blime! Vielen Dank für 20 Augen. Danke, mein Schatz. Vielen Dank. Danke dir. Oh, blühe. Schön, dass wir wieder... Schön, dass wir uns vermissen. Ich hab... Ich hab nicht aufzuregen. Ja, ich weiß es, ja. Was muss ich... Was muss ich tun? Ja, jetzt sagt es nicht mehr. Danke, blühe, mein Schatz. Und hallo, Alissa. Du bist heute neu bei uns. Bist auch Praktikantin. So, Alissa, du musst die Scheiben wieder dann reinsortieren. Kann ich das wieder ins originale Cover zurück? Wo ist da die Midnight Riders? In der Widers? Wie soll ich... Die Lurkers, okay. Leitung 1 ist die Taste ganz links. Das ist Leitung 1. Bin auf Leitung 1, stell mich nicht zufrieden. Wer ist Peggy? Das ist Kapitän Donald Key calling. Call me Don. Okay, Don. Ja, es ist ein Riot. Great, und Button 2 funktioniert nur das gleiche. Aha! So, let's move to the Peggy-Button. Okay. You mean the producer of Plane? Like I said, the Peggy-Button. Da geht Plane wieder mal. Press it, when you need my help during the show. Ich bin DJ und kriege die Geld. Is there a Peggy-Mute-Button? They haven't invented it yet. Now, come on. Ja, leider. The Peggy-Button is the third one on the phone line. Das ist die... Warum... Warum will ich... Die reden eh die ganze Zeit. Warum will ich einen Knopf, wie sie haben? Okay, gut. Peggy-Button. Press for Peggy. This is your brain, Forrest. Sorry I made you such an unfun turkey. I'm a turkey now, am I? Okay. Are we almost done? Sound Blaster next. Wenn vielleicht grad... Oh Gott, das will auch. Hasi! Nach diesen Hammer Gesangsanleitung fliegt spätestens jetzt ich schlippe weg. Hasi, das hat das wohl nicht an. Vielen Dank für 10 Euro. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, mein Hasbro. Danke euch. Und Morgelan und Peggy-Nara. Danke euch. Ich wollte grad sagen, kann vielleicht der Mörder bin ich anfangen? Hä? Wenn er grad zugeschaut. Ah! Oh Gott, das will endet und nicht. Was ist denn jetzt los? Hasi, danke für 10 Euro. Nach diesen Hammer Gesangsanleitung fliegt spätestens jetzt. Ich schlippe weg. Game Forest, danke für 10 Euro. Danke, danke. Danke euch. Ihr seid so süß. Vielen Dank und schön, dass ihr wieder da seid. Habe ich hier meinen Namen gehört? Wollte dich überschrecken. Auch Game Forest. Vielen Dank euch beiden. Danke für den Support. Und schön, dass ihr wieder da seid. Gibts meiner Hasiker einen Kuss vor mir. Vielen Dank. Schreck mich mehr vom Putzen, wenn ihr sich erschreckt. Von Game. Wie ist ja nun nichts passiert? Aber ihr schreckt mich halt. Vielen Dank euch beiden für den Support. Danke für 10 Euro. Danke fürs Trinkgeld. Ich bin heute da. DJ Putzen begleite euch durch die Nacht. Vielen Dank. Das ist ein easy one. Okay. Was jetzt? Ich habe mich aufgepasst. Alles, ich kopfhör. Was tödlicher Kampfkunstmeister? Was? Was ist das? Sound Blaster. Sound Blaster. Was ist ein Sound Blaster? Ist das der Sound? Nee, was ist der Sound Blaster? Ah. Warte mal. Kann ich es werfen? Ich will es werfen. It's the thing covered in Buttons. Was ist der Sound Blaster? Ah. Oh, nein. Wir geben es jetzt. Okay, wir sind almost done. Just the volume slider is left. These should let you affect pretty much everything. Ah, da kann ich lauten lassen schnell. Let's test it with a record. Play a record and change the volume with the music slider. Hey, wie geil. Hey, das ist ja voll geil, das Spiel. Eve, meine Hübsche. Danke für 20 Euro. Auch wenn die recht einge... Äh, was? Auch wenn die... Auch wenn die... Auch wenn die recht... Äh, die recht eingegeben sind, kann ich auch links. Gute Ahnung, lieber Kapuzbande. Eve, meine Hübsche. Danke für den Support. Herzlich willkommen in Winter Wonderland. Danke für... Sliders should be right in front of you. Like, directly in front. Ja, da, ich hab's hier. Das ist er. Das ist der Schleider. Vielen Dank, mein Eve. Danke für den Support. Dankeschön. Ja, ich hab ihn. Das ist der Schleider. Okay. Chat. Was sagt... Ein... Wie hieß ein... Wie heißt ein Ritter ohne Helm? Wilhelm! Um Gottes Willen. Eine Donation. Play a song. Grab the Schleiders and move them up. Hab verstanden. MasterMall. Danke für die Unterhaltungssteuer. Oh Gott. Master... MasterMall. Danke für die Unterhaltungssteuer. Danke für die Unterhaltungssteuer. Danke schön. Vielen Dank. Danke. Oh Gott. Das war ein toller Witz. Okay, ich geh wieder. Was ist denn mit euch? Was? Ich... Okay, warte mal. Ähm. Wa... Wa... Oh. Nee, das ist... Okay. Ähm. Was haben wir noch? Warte mal. Ah, da haben wir den Chat auch. Slider should be right in front of you. Ja, ja, ja. Like directly in front of you. Ich hab's gesehen. Hier ist Slider. Hier, da sind die Slider. Lass mich in Ruhe. So, ähm. Äh. Da... Oh. Ja, das haben wir auch, ne? Ja, das ist... Äh, ja, das ist... Das denkt sich der Chat, wenn... Ich hab's schon verstanden. Ich wollte aber... Okay, das gibt's auch. Was haben wir da noch? Wow. Da haben wir aber wirklich tief in die Soundkiste gegriffen, ne? Was haben wir noch? Ja! Okay, Chat, also ihr habt heute tolle Vorlagen. Ich kann mich wehren, ne? Also, wenn ihr mir einen guten Witter zählt, dann, äh, ich bin vorbereitet, ne? Ich hab hier meinen Soundboard. Äh, heute könntest du nicht mit mir rumfaxeln. Ich hab meine Waffen hier, haha. So. Vielen Dank nochmal, Eva Masterful. Ich danke euch, Ben. Dankeschön. Und auch so eine Giri. Oh, komm. Und dann, wie nennt man einen, wie nennt man einen Bauer im Studium? Akademiker. Dankeschön, Rosa Energie. Danke für, äh, für... Für zwei Euro. Äh, nee, für... 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 Erst nehmt die keine Hände. Ich mochte, ich muss kurz. Moment. Flow, ja, ich hab schon verstanden. Du willst, ich solltest da treffen. So, okay, ich bin ab. Warte. Was ist das? All right. Seems to be all working. We done? Captain? Ha, we sure are. Coming in for landing. Ah, oh, Gott, ich bin... Äh, ich bin doch nicht. Okay. I knew you had a fun side. Ja, hörst du auf zu reden auch irgendwann mal? Now, let's get the show started. After your introduction, our first segment is guess that green. Moment, ich... I thought that was a joke. Oh, okay. Nope, and don't blame me for this one. It's Reggie all the way and he demands we do it tonight. Okay. Okay, Forrest, shut the music off. Nein! Lass mich in Ruhe. Ich bin der DJ. So. Äh, wie nennt man eine Kuh aufs Schieren? Muski. Time to turn the music off. Was ist denn Muski? Äh, was ist denn Muski? So, okay. Hey, Rosalie, danke für den 2-0-Field-Field-Field. Dankeschön. Vielen Dank. Nun, danke. Und gerade und vielen Dank für den Bauern. Für meinen Lieblings-Streamer. Sokaku, 10 Euro für den Lieblings-Streamer. Sokaku! Ich bin nicht bereit, aber ich bin nicht bereit. Ich rede mit meinem Chat. Sokaku, danke für den Support. Dankeschön. Ja, ich drücke auf Stopp, damit du Ruhe gibst. So. Okay, you're live in 3... Oh, ich bin live! Oh, ich bin live! Station Manager's better ideas. Here's how it works. I'm gonna play you a scream. Then you call and... Ich bin der Schreib, ihr ruft an und... Okay. Okay. Haben sie sich kaputt so einen Chat erschreckt? Das ist gut. Now, Forrest, hit them with the tape. Wir spielen den Schreib in just a second. Listen close. Und dann call in to... Huh? Also. Okay. Hey, what do you mean play the tape? Ja, weil da ist sie in der Kassette. I used to have a tape guy do that for me. You're not in Chicago anymore, Forrest. Hab mich anzuregen. You're in Gallows Creek. You get to be your own tape guy. Huh? Come on, I gave it to you yesterday. Die sind hier, die Kassetten. Okay, also die wollen so ein Gewinnspiel machen, einen Schrei abzuspielen und dann muss der irgendwie erraten, der Zuhörer, der Radiofrequenzenkonsument, wie man das bei uns sagt, warum das da ist. Äh, der muss dann erraten, ähm, ähm, äh, warum der geschrien hat. Na, der andere. Äh, Mr. PlarkX, danke für 2,50 Euro. Was heißt, was heißt, wie ist meine Stufe auf Englisch? How's my stair? Oh, Mr. PlarkX, der war... Forrest, you do have the tape right. You know, we're doing this tonight. Mr. PlarkX, der war gut. Der war gut. Guess that scream is a terrible idea. Nee, komm. No, I don't have the tape. It may be a stupid idea. Oh, der Kaugummi. Okay, äh, wo ist... We're going to need a scream tonight, Forrest, and you're the one at the mic, so... Ja, also, ich soll nicht schreien. Ich soll schreien, okay, ähm... Ach so, ich soll schreien. Chat, was mach mal. Meinst du das ernst? Auf keinen Fall. Ich hasse, was aus mir geworden ist. Wir sollen schreien. Wir sollen schreien. Schau. Vielen Dank, Gratlandmaster, Woldroso, ne, Giri Sugaku, und, äh, vielen Dank, Mr. PlarkX, danke für euren Support. Vielen Dank. B, chat, was sagt sie? 3, 1, 2 oder 3? Ich hasse, was aus mir geworden ist. Ich glaube, alle sagen 3. Okay, aber... Ich hasse, was aus mir geworden ist. Wir sollen nicht schreien. Okay. I used to go out all across America, and now I'm just screaming into a mic in a backwater town. Hallo, Katha, Keith. Come on, Forrest, just do it. That's enough dead air already. Okay. Just think of a scream and let it rip. Okay, ich schreie jetzt. Oh, Gott. Kann ich schreien? Ich will schreien. Sorry about that. I'm back. I had to step away there for a second. Listen close. And then call in to guess that scream. Okay, er hatte den Schrei. Okay, was... Oh, was mach ich für einen Schrei? Der verstörende Jedi-Schrei, der von der Klippe gefallen schreit, der Ertrinken-Schrei. Und der verstörte Jedi, der ist gut. Der Jedi ist gut. Der Jedi ist gut. Da muss ich denken an den Play-Sons. Der Jedi ist... Ich glaube, der Jedi ist gut. Also dem würde ich es machen. Hä? 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 So würde ich den machen. Von der Klippe gefallen ist einfach... Ah! Ertrinken. Wu-Wu-Wu. Aber verstörende Jedi ist... Ich glaube, der ist gut. Bitte vormachen. Also verst- Ja, bitte. Wollen wir mal. Also erst. Komm, verstörende Jedi-Schrei. Hääää. Das war eine sehr schöne Vorlage von der Schildrose. Schildrose ist wunderbar gemacht. Ein Applaus für die Schildrose. Die macht das öfter. Schildrose, das war sehr schön. Ja, dann einen Applaus. Sehr gut. Nee, dann muss man mir zeigen. Sehr schön. Schildrose ist gut gemacht. Ja, wunderbar. Das ist mein Gott. Das ist mein Gott. Das ist mein Gott. Das ist mein Gott. Und eine frei. Fried Dough. Geh sie mir. Das ist mein Gott. Das ist mein Gott. Musik. Endlich. Oh, Reaktion mit Zeit, eine Reaktion müssen innerhalb einer bestimmten Zeit erfolgen, ich mag es synchronisieren und besser nicht zu rechnen. Soll ich das Lied vorstellen? Na klar, oder, ich bin das Lied vorstellen, ja, oder? Ich bin der, ich bin der Radio-Host, nicht mehr. Sieh mal, Regatina, Hupfe, Katz, und Schlagabon, aber tut es doch nicht gut. Ah, Sieh mal, Regatina, hab ich auf der Hochzeit gelernt, äh, gehört. Sieh mal, Regatina, danke für's, Sieh mal, meine Hübsche, vielen Dank. Danke, meine Hübsche. Dankeschön. Ich liebe das Lied. Nein, stell mich vor, komm, ich stell mich vor. Sieh, Regatina, danke, meine Nacht, danke. Jetzt ist es Zeit, mit der Flow, und das ist der Hit, kreiert für Hilfe. Das ist das Lied? Oh Gott, Forrest, das war so großartig. Oh. Ich kann nicht wohnen, was die Leute denken, das war. Kein so gutes Lied. Wie war ich in dieses Lied? Lied auf, Forrest. Das wird das Highlight meiner Woche sein. Oh. Huh. Okay. Da kommt ein Anruf rein. Okay, Forrest, shut the music off. Okay, ich mach die Musik ein bisschen leiser. Okay, Ted, wer mein Anrufer, wer ist am Telefon? Äh, so. Hallo? Wo krieg ich an, wie, Anruf? Time to turn the music off. Ach, halt doch die Schnauze. Okay, ja, äh, 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 anruf, äh, ah. Ähm, äh, anruf, wo ist mein Anruf? We have a call waiting. Okay, wo ist mein Telefon? Hat nix. Äh, hallo? Äh. Telefon? Das hat den, hallo? Äh? Ne? Mic check. Da, wo es blinkt. Welcome to 189.16 The Scream, Caller. Hey. You're talking to Forrest Nash. What's going on with you tonight? Forrest. Hallo, Muffin. Thank God I made it through. Ah. Harper, I'm the 911 operator. Wie fällt die Fritte, ruft an? I'm the 911 operator. I'm the least dispatcher for Gallows Creek. Aha. Ah. Rufst du an, um den Schrei zu raten? Ruhige Nacht. Oder hast du nix zu tun? Oh, das ist auch gemein. Rufst du an. Geht was? Eins, zwei oder drei? Ich würde sagen, Eins oder zwei. Hey, ja, ha, siehst du das immer auf einer Linie, ja. Aber ich glaube, die meisten sagen, Ruhige Nacht. Hast du eine Ruhige Nacht? Du musst dir ein bisschen aufregen. Well, Leslie, I guess it must be a slow night for crime, if you've got time to call in. What can we do for us? Slow night? Forrest, I found a body. I need help. Forrest, I recognize her voice. I'm pretty sure that actually is our 911 operator. I think this is real. Oh. Peggy, I'm not gonna be happy if this is a prank. I don't do prank segments on my shows. It's in my contract. Forrest, I really don't think this is a prank. Oh, oh. Äh, meinst du das ernst? Ja, warum ruft die beim Radion, wenn die eine Leiche gefunden hat? Ist das ein bisschen merkwürdig? Dann würde ich sagen, Leute, Chef, die hat sich verweht. Die sollte ja hier die Gesetzhüter anrufen. Warum ruft die mich an? Ich hab, was soll ich machen? Ich kann sagen, ja, ich kann da gern, äh, ich kann da gern in Ötzi-Spielzüge runterkommen. Aber mehr kann ja auch nicht tun, auf dem anderen Ende der Leitung. Ich bin für die gute Laune hier. Aber ich nicht um Verbrechen zu bekämpfen. So, ich sag, ich rufe die, wo sind die Türzei? Also, Lesley, if you're telling the truth, you should report this to the sheriff. Sie sind meine Tierer. What was his name? Sheriff Andrews, or whatever. I'm at the sheriff's office right now. Wait, what? Sheriff Matthews is dead. Sheriff Matthews is dead? Oh, God. Oh, oh. Der sheriff ist gestorben. Oh, oh. I found him. Der sheriff? Oh, God. Poor Sheriff Matthews. Do you know what happened to him? Someone got him. Oh, yeah. Someone got up very close and... I really don't want to say what they did to him. Was haben sie mit ihm gemacht? I don't know. I think he tried. He surrounded by bullet casings. I think he tried to shoot it whoever it was, but... Oh, oh. Äh, wo sind die anderen Beamten? Ist noch irgendjemand in der Wache? Ja, wo sind die anderen Beamten? Ein Polizist geht so weit, ich weiß, doch nie alleine rum. Und das ist mir auch schon mal aufgefallen. Wenn Polizisten in... Das ist auch mal aufgefallen. Wenn Polizisten in Deutschland rumgehen, dann gehen die immer in der Gruppe so. Und die gehen immer nebeneinander. Die gehen... Die haben immer die Hände da drin, in dieser Weste. Und dann gehen die immer so. Das machen die immer. Ist schon mal aufgefallen? Die haben immer die Hände in dieser Weste drin. Und dann gehen die immer so. Und dann... Und die weichen nie aus. Die gehen immer so in der Reihe. Und man muss immer ausweichen. Ja? Das ist mir schon mal aufgefallen. Das stimmt. Die gehen immer so. Ne? Das stimmt. Die haben die Hände... Die gehen immer nicht mehr drin. Ja? Ich weiß ja auch nicht. Aber ich weiß nicht warum. Aber das ist mir aufgefallen. Zierichsendung. Ja, weil die Weste auch schwer ist. Nun. Ich sehe, wie sie ist schwer. Ich glaube nicht, dass man die da mit der Hand hochhebt, oder? Ich weiß nicht. Ich bin kein Politist. Also. Ich habe ne Knarre. Wer ist die Frau, wenn ich die Beine die Hand nehmen, und ich bleibe dann nicht, dann rufe ich einen Schwamm rein. Ja, das meine ich auch, ne? Dann tu mal ne Weste. Ja, ich habe ja nun hier ne... Ich habe letztens gefragt einen Polizisten, der auf ihre Weste tragen hat. Er hat gesagt, nein. So. Nicht meine Schuld. Das ist bequemer. Achso, ist es wirklich bequemer, weil es so einen schnürt? Ist es... Also es kann wirklich sein, ist es, weil es bequemer ist, es würde Sinn machen, irgendwie. Ich glaube nicht, dass es ne kugelsichere Weste ist. Es ist halt irgendeine Weste, wo ein Pfefferspringen zu drehen ist, oder? Ist da... Oder ist das ne kugelsichere Weste? Ist das kugelsichere Weste? Ne, oder? Ein Kumpel hat mir erzählt, die laufen so rum, damit sie schnell ihr Gesicht schützen können. Er könnte auch sein. Für den Rücken besser. Ah. Ich dachte, das ist nur so ne Weste halt. Ich dachte nicht, dass da Kevlar ist. Also es gibt bestimmt welche, aber ich dachte nicht, dass das eine ist. Jesse Tino, du meine Hübsche. Ja, natürlich. Es gibt bestimmt kugelsichere Westen, aber ich hätte nicht gedacht, dass die am Bahnhof dann mit einer kugelsicheren Westen laufen. Okay. Okay. Es ist, wie wenn man die Hände in die Tasche macht, nur dass man die Hände in die Hose hat. Ja, wahrscheinlich. Let's go. Okay. Hey, ich wusste es ja nicht. Hallo Malek. Oder vermutet ihr das, oder wisst ihr das? Malek, danke für 20 Monate. Vielen lieben Dank. Und Shelley, danke für 12. Danke euch. Und Rain, danke für 18. Okay. Wo sind die anderen Bärten? Komm, wir fragen mal, weil... Ach so, okay. Alles Polizistin. Oh, Gott. Wait, please don't tell me that this hick town only has two cops. Don't be ridiculous. We have three, but Officer Gunderson is on leave in Cancun. Leslie, do you have any idea who could have done this? Not a clue. I didn't see anything on my way over. Okay. Leslie, you need to call over to Henderson or Quiet Ridge. They need to send someone over from their department. I tried, but I can't call anything but local numbers. Something's wrong. Und Jossal, du auch? Oh, der Wettergeks-Polizist. Oh, so, der hat mich angerufen. Verlass dich auf mich, warum ich? Ja, warum gerade? Ja, gut, weil ich am Radio gerade bin. Witzigerweise bin ich Polizist. Oh, Wettergeks. Darf ich mal mit deiner Knarre schnell sparen? Ähm, dann würde ich dir bei einem sehr sicheren Dienst. Nein, ganz schlechte Idee. Okay, was hat sie gerade gesagt? Was hat sie gerade gesagt? Was hat sie gerade gesagt? Es gibt keine... Rufenleitung. Jetzt muss ich wieder reden. Ach so, sie hat auf mich weitergeleitet. Okay, jetzt, okay. No, I'm sorry, but this is a terrible idea. What on earth made you think to do that? Ja, ja, okay. Ach so, die hat die Notrufe auf mich umgeleitet. Und ich bin... Die hat die Anrufe... Ich bin der Radiomoderator für die gute Laune. Die hat die Notrufe auf... Auf mich. Ich wollte... Ich hoffe, ich kriege bezahlt. Das ist eine Überstunde, die ich ja mache. Ja, meine Freundin, die reden eh sehr viel. Ich habe einen Notfall. Nein. Aha. Nein, die Zelle hat keine Gitter und die Tür ist eine Lücke. Okay. Aha. Und das ist zu nahe, um mich zu rechnen. Hallo, der Puttas. Hallo, Schellabino. Ach so, okay, Chet. Was soll ich da sagen? Die Tür eintreten, einen anderen Weg in die Zelle suchen, anderen Schlüsselbund suchen. Ha. Was sagen wir? Was sagen wir, Chet? Die Tür eintreten, einen anderen Weg in die Zelle oder anderen Schlüsselbund suchen? Anderen Schlüsselbund? Drei eher. Okay. Anderen Schlüsselbund. Weil der Polizist ist in der Zelle drin und die kriegt die nicht raus. Also, für die Leute, die es jetzt nicht mitbekommen haben, ähm, sie hat einen Offizier, einen Polizisten in der Zelle gefunden. Einer war tot und Petronhülsen lagen um ihn. Und jetzt ist der eine halt in der Zelle eingesperrt. So habe ich das verstanden. Es muss noch ein anderes Setz von Schlüsselbund in diesem Office sein. Aha. Es kann nicht der einzige. Wo könnte er ein Schlüsselbund sein? Schreibtisch in den Beamtenab, suche Sheriff Matthews zu suchen. Der Sheriff? Es ist egal. Der Sheriff, der liegt am Boden. Komm doch, such den. Ja, alle sagen auch Sheriff. Großer Fehler. Ja, schau mal nach. Kann ich wieder... Oh. Weil der Tod ist, du suchst eine Leiche gerade. Hallo, Shay, mein Hübsche. Oh, oh. Sie dreht die Leiche gerade um. Sie sind... Shay, gut gemacht. Ich glaube, ich habe die Zelle-Keyse. Sieht, wie Sheriff Matthews mein als Deputat. Sehr gut gemacht, Chat. Sind die Beispiele gearbeitet? Hallo, Monk. Sie sind. Gib mir eine Minute, eine Zeit, Deputat Martinez. Ich werde gleich zurück. So weit, so gut, ich glaube. Wie fühlst du dich? Aber gut, wie fühle ich mich, Chat? Wie fühle ich mich? Die ganze Nacht stehe ich das nicht durch. Ich denke, wir kriegen das hin. Wenn das ein Streik ist, schmeiße ich bei KFM-AM hin. Ich denke, ich kriege das hin. Die ganze Nacht stehe ich nicht durch. Was sagen wir, Chat? Ich meine, dafür bin ich nicht bezahlt worden. Na, das ist jetzt zu kriminalverlösen. Nuri, darf ich jetzt ein Turo? Zwei. Ich denke, wir kriegen das hin. Ist jetzt ein Optimist, ist der Chat, ha? Aber drei ist auch oft. Wenn das ein Streik schmeiße, ich das hin. Okay, das sagt alle drei. Die Jasmin ist auch einer, die sagt, nee. Mit mir nicht. Okay. Hallo, Nuri, die Kennt. Gut, dann machen wir drei. Und Chat sagt, drei, wir machen drei. Ich schwere Gott, Peggy. Wenn das eine Art Schalke ist, bin ich diese Stadt weg. Ich habe nie gehört, ob etwas wie das, wie das passiert. Ich habe nie gehört, ob etwas wie das. Okay. Aber wir sind jetzt hier, Forrest. Und wir müssen nur sehen, was nächstes passiert. Ich würde gerne Musik spielen. Hallo, du Skrips. Hallo, mein Schatz. Sehr gut. Oh, wir haben das gut gemacht. Du fährst weg, wir sind auf uns gestellt. Gute Idee. Achso. Achso, dann ist... Ja, aber die sollte wegfahren. Die sollte wegfahren, weil wenn der Mörder wieder kommt, die muss wegfahren. Der Mörder kommt, der Mörder ist in der Nähe. Der muss weg mit dem Martinez. Wenn die da bleibt, dann ist die Sorge. Die muss weg, Darkwing Dank. Hilfst du auch nicht. Das ist auch damals mehr geholfen. Schreit, wenn die Nachbuch plattert. Gerade wurde fast nur für Konsolen ankündigt bis Crossplay. Oh. Krass. Okay, die muss weg. Geh. Das ist eine gute Idee. Oh, ja. Das ist eine gute Idee. Ja. Danke, Forrest. Danke, Forrest. Du und Peggy zusammen zusammengearbeitet wie du früher gemacht hast. Okay. Du kannst das machen. Danke. Danke. Jetzt, ich werde zurück, als nächstes Mal, wenn ich... ... ... ... ... ... ... ... Der Mörder! Das Pfeifen, das haben wir vor auch gehört, als wir gestorben sind. Der Pfeifer! Der Pfeifer! Der Pfeifer! Natürlich hat er den umgebracht! Oh oh! Er kommt auf mich zu! Chat, was machen wir? Was war da? Verschließ die Tür! Ich hab gesagt, verschließ die Tür! Tür zu! Tür zu! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab gesagt, verschließ die Türen! Stay inside and lock the door! Wollt ihr die Türen?! Mein Auto ist der Asche! Wir müssen nachdenken! Äh, lauf weg! Versteck dich auf der Wache! Schnapp dir einen Polizeiwagen! Chat, was machen wir? Was machen wir? Äh, versteck dich! Lauf weg! Schnapp dir einen Polizeiwagen! Nee, oh Gott! Was sagen wir?! Nicht auf dich! Auf sie! Was? Alle drei! Wirklich? Polizeiwagen? Aber der hat doch nicht so viel Zeit! Bring er auf der Wache! Okay, drei! Alle sind drei! Ja! Was ist das? Oh, oh, äh! Chat, wenn ihr die gerade umgebracht habt, das ist ihr schuld! Ja! Oh, oh, oh! Gut gemacht, Chat! Wir sind da! Gut gemacht, Chat! Gut gemacht, Chat! Wie sollen wir es zum Wagen schaffen? Oh, scheiße! Das ist eine gute Frage! Oh, oh! Der, äh, Sheriff Matthew Waffe nehmen, die Beauty Martinez Waffe nehmen! Ah! Habt's aufgepasst! Von wem nehmen wir die Waffe? Matthew oder Martinez? Habt's aufgepasst! Der, äh, Sheriff Matthew ist der Tote! Der hat keine Waffe mehr, äh, keine Muni mehr, weil der hat geschossen! Da lagen Patronenhülsen um den, der wird keine Muni mehr haben! Wir brauchen die vom Anderen! Ha? He he! He he! Schildruss 1! Der Erste, das war der, der, was gestorben ist, wo die Patronenhülsen um ihn gelegen sind! Der hat sich gewehrt, der hat aber keine Muni mehr! Der wird keine Muni mehr haben! Der Andere hat noch Munition! Äh! Der ist keine Waffe mehr! Äh, gut! Aber da war keine Muni mehr drin! Sie ist leer! Ja, das ist, das hab ich mir gedacht! Gibt es einen Waffenschrank? Siehst du irgendwelche anderen Waffen? Schildruss 1! Ich glaub ich hab eh genug Zeit! 1, gibt es einen Waffenschrank! Hat sie keine Waffe! Anscheinlich, ich glaub ich hab sie jetzt schon benutzt! Okay, gibt es einen Waffenschrank! Gullotan! Gurgelotan! All super Gullotan! Okay, gut, dass ich einfach auch gerade sehr gehört. Ja! Konrad haben wir sehr schön. Hallo, Pati, mit der Hübsche. Schlagstock! Sehr gut. Oh! Shit, welche Waffe soll sie nehmen? Pfefferspray, Taser oder Schlagstock? Uh, das ist... Was ist... Chat, was ist das Bessere? Was ist besser? Taser? Du hast doch beim Taser nur einen Schuss? Dann ist es vorbei! Du hast nur noch einen Schuss! Oder? Walli, mein Hübscher. Hatte eine Maske auf keinem Pfeffer. Stimmt, er hatte eine Maske auf wegen Pfefferspray. Ja, ja. Taser? Ja, aber er ist K.O. Wenn sie trifft, ist er K.O. Okay, alle sagen Taser. Dann eben den Taser. Ich meine, es muss sein, der Taser, oder? Taser? Ich habe es. Ich werde nur den Taser holen, und dann... ...warte. Hörst du das? Was höre ich? Nein. Ich höre nichts. Ich höre nichts. Ich höre nichts. Das stimmt. Ich höre nichts. Kannst du den Pfeiffer noch sehen? Vielleicht ist der Wechsel vorsichtig. Eine zwei würde ich nicht. Ich würde keine Nichtdeckung runternehmen. Gefasst sein! Wisst du, was ich meine? Der Pfeiffer kann überall sein. Ha! Man muss doch ready sein. Ha! Ist das, was ich meine? Gut. Drei. Sehr vorsichtig. Schon gut, ja? Be careful. Ich mag es nicht. Ich auch nicht. Aber es ist ein Öffnung, und ich muss es nehmen. Herr Schafi, ich weiß. Er kann über die Gäste. Herr Schafi, ich weiß. Herr Schafi, wenn du mich hören kannst, ist es Zeit, um mich zu gehen. Sehr guter Ton. Lied auf mich. Ja. Oh, ich muss das jetzt alles machen. Oh, ich muss das jetzt alles machen. Oh, ich muss das jetzt alles machen. Oh, oh. Oh, oh. Viel Glück, Leslie. Viel Glück, Leslie. Äh, Motivation. Gambare. Kladada. Ich würde auch sagen, Monk, du schaffst es. Eins. Viel Glück. Hab da huu. Mit ein bisschen ein Druck dahinter. Nicht so, äh, viel Glück. So, äh, da war's huu. Wissen wir's, man? Luiz ist kein rum. Zigge, zigge, zigge. Ein bisschen Power. Oh, ich würde sagen, eins. Good luck, Leslie. Aus. That's one brave woman. God, I hope she makes it through this. You know, I've got to say, this really wasn't what I expected when I came into work today. Ja, ich auch nicht. Well, they always say, you have to be ready for everything in live radio. Ja. Okay. Everybody in. Oh, I think we've got Leslie back on the line. I'm putting the call through. Nein, ich will Musik spielen. Hallo, Leslie. Peggy? This is Leslie. Are you there? Over. We're here, Leslie. So, I guess you made it to the car then. Over? Sorry about the CB chat. Old habit. But yes, we made it to the car. Sehr gut. Deputy Martinez and the passenger seat is a little cold. I don't see the whistling man anywhere. I don't see the whistling man anywhere. I don't see the whistling man anywhere. I don't plan to wait for it. So, I'm going to get us moving. Jesus. God. Hey, it's the Pfeffers wieder. Get away from her. Hey, was is los? Leslie, what's happening? Leslie. The whistling? No. Get off her, you son of a bitch. Oh. Yeah. Take back. Hey, is her. Give gas. Verschwinde da, verschwinde. Give gas. Verschwinde da, verschwinde. Gib gas. Rauf auf die Kuh. Eins. Leslie, drive. Go. Don't worry, Deputy Martinez. We're out of here. Ted, we're gas. Keine um, Antonio. Hold on. You've been okay. Good gemacht. Leslie, are you too okay? Did you get away? Forrest, that taser. Definitely the right call. Oh my God. I can't believe we escaped. Ted, it's a good gemacht. You saved a life. Just another day for you. Ted, it's a good gemacht. Masterwold. Let me tell you. I prefer doing it from your side. Good gemacht, Ted. I'm proud of you. Leslie, how long do you think it's going to take to get help? Gallows Creek has a nowhere spill, but it's pretty damn close. Okay. It's going to take a while. Maybe two, three hours each way. Okay, so war gut, Chad. It's slightly less if I put my butt down. So lange, wir tun unser Bestes, drück auf die Tube. Wir tun unser Bestes. Wir sind jetzt, vielleicht kriege ich ein Ehrenabzeichen am Ende des Tages. Wäre auch schon, ne? Drück auf die Tube oder wir tun unser Bestes. Wir müssen jetzt den Sheriff, wir müssen den Laden schmeißen. Wie man sagt, den... Ups, der Hude. Äh, drei, gell? Drei? Zwei, drei? Drück auf die Tube. Beide, ich komme hier raus. Chaka-boom. Mutzel, danke für zwei Monate. Dankeschön. Wir sehen uns, wenn du zurückkommst. Sehr gut. Ah, der Martinez wacht auf. Sehr gut. Okay. Sehr gut, sehr gut. Sehr vorsichtig, ich brauche keinen Unfall. Sehr vorsichtig. Sehr vorsichtig, Leslie. Over out. Samy, meine Hübsche. Wie geht's dir? Balsen zwei Jahre. Zwei Jahre pure Liebe, Samy. Danke für zwei Jahre in 72 Monaten. Vielen Dank. Komm, wir sagen, sei vorsichtig. Take care, Leslie. Und dann, Lungs, danke für das Ex-Mobil. Dankeschön. Good luck, Leslie. Feel better soon, Deputy Martinez. Habt sie gut gemacht, Chad. Folks, you heard it here. We've got a killer on the streets of Gallows Creek tonight. Please make sure to stay safe. And Leslie. We're counting on you. We're going to get back to the show meanwhile. If you have anything on your mind or have any information about this whistling man character, then give us a call. We'll talk here. Okay. On 189.16. Okay. The Scream. Sandy. For now, there's another Hit-Record for you all to enjoy. Ah, Chad, jetzt steht die gute Scheiben. Wo könnt ihr rein? Ich leg die da hin. Äh, wah. Storm Riders. Mir ist jetzt, mir ist jetzt nach Storm Riders, Chad. Dominik, danke für's Zuschauer. Vielen Dank. Und Diablo, danke für 100 Pizze. Dankeschön euch. Chad. Oh, ho, ho, ho. First, das ist nicht hilfreich. Ich weiß, ich weiß, ich... Wer ist denn dieser Whistling-Man-Karater? Er war ein Serial-Mörder in den 50ern. Ein Serial-Mörder. Edward Marshall Mooney. Oh, zäust du? I went around in a freaky mask, whistling, and killed about a dozen folks in Gallows Creek. No reason for it. No motive. He just... Molly, hallo, wie geht's dir, mein Hübscher? Wie läuft's mit dem Nachbarn? Okay, was ist mit ihm passiert? Also nochmal, für die Leute, die nicht eingeschaltet haben, herzlich willkommen, WikiWOW in the W-W-W-W. Äh, wir sind Radiomoderator. Und sind D-Tech. Und wenn wir einen guten Witz erzählen... Der Button is ready. Oder wenn dann hier der Albert West gern einen Witz erzählt. Und dann erzählt der Romeo ein... Ich hab das Zauber an meiner Seite. Es geht darum... Ich kann auch lauter, leiser. Und es geht darum, da rennt grad der Serien-Mörder raus. Und da war so eine Polizistin, die hat gesagt, oh mein Gott, das will ich hab, da werden wir am Boden liegen sehen. Der ist auch geschossen. Patsi, da haben wir schön 14 Euro. War die auch das schön? Ich hab am Anfang davon erzählt, Patsi. Äh, ich... Aber ich hab... Aber ausführlich erzähl ich noch. Aber ich hab davon schon erzählt. Ich werd auch noch ein paar Fotos hochladen. Danke, Patsi. Ich war arbeiten deshalb nicht. Danke, Patsi. Vielen Dank. Willkommen bei unserer Show. Patsi, danke dir. Vielen Dank. Danke für den Support. Danke, meine Hübsche. Nee, und... Und dann hat die eine, den so einen Offizier kann am Boden gesehen, äh, gefunden, der tot war und hat gesagt, und hat beim Radio angerufen und hat gesagt, ey, da liegt einer. Und dann hat die gesagt, und da in der Zelle ist auch noch, wer der tot ist, äh, der, der gefesselt ist. Und dann haben wir die gerade über den Radio Funk live gerettet. Wir haben gesagt, ey, nimm den Taser, nimm die Zellenschlüssel, da, 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 und wir, und, und, und die hat ihre, die Notrufe auf unsere Radiosendung umgeleitet. Und wir kriegen die Notrufe jetzt rein und müssen ihnen helfen, die da von diesen Serienmördern dann draußen gefasst, äh, die da verfolgt werden, müssen wir retten. Ne, und das, das ist gerade die Story, so, also wir sind gerade auf, am anderen Ende und müssen, und es gibt einen Mörder, der heißt der Pfeiffer. Und der war in den 1950er Jahren, da, ne, äh, da ist der, 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 der gab's den. Der hat eine Maske auf und der pfeift, wenn er kommt. Und das ist halt das Ding, ne? Party, danke schön, nochmal für den Support. Danke dir, mein Schatz. Und Neidwolf, danke, wer fünf gibt uns, hab's vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, Neidwolf, viel geht's dir, mein Schatz. Und Leute, wir danken für Achtung und wir vielen Dank euch allen. Hab ich wieder was? Angehend nur den ersten Anruf und den Hochzeits-Talk. Okay, äh, was soll ich jetzt ihr antworten? Was ist mit dem Pfeiffer passiert? Und er ist heute Nacht zurückgekommen, alle sind wir am Arsch. Was sagen wir? Und die Rabbi da beschreibt immer eine Zusammenfassung. Vielen Dank, äh, was hieß nicht so, äh, Funkschar? Wie? Der Pfeiffer? Okay, okay, was ist mit ihm passiert? Was ist mit dem Pfeiffer passiert? Weil der ist ja gestorben von Pfeiffer, ne? Vielen Dank nochmal, äh, Neidwolf. Dankeschön und heute mir. Danke euch beiden. Ja. Oh, Schade und Dimension 11. Putzi, wenn du so laut Musik spielst, höre ich dich doch nicht, äh, pfeifen. Äh, frau mich das wieder. Ah, Schade und Dimension. Danke für den Support. Vielen Dank für den Support. Dankeschön. Okay. Ich will kurz schauen, was haben wir denn alles für Musik? Ich will mal kurz schauen. Warte mal. Das haben wir auch noch. Ah, das geht eh. Okay, okay. Schade, Achtung, was haben wir da für eine Musikscheibe? Achtung. Hu! Everybody, hallo, willkommen, hallo, ich bin euer DJ. Seid sie gerade auf dem Weg nach Hause. Genießt euer kaltes Abendbier. Ich werde euch mit zarttönenden Abendbier bringen. Hallo Nightwolf, hallo Ironstan. Du bist auch schon da. Und hallo, Kortenschreck. Ich ess gern Speck. Oh ja. Maria Gritsch und die Molly Crew. Die hat an einen schönen Schuh. Und das Farien und die Lucy Atmota auch. Die hat einen schönen Bauch. Hu! Jonas Thiel. Ich ess das Eis gern am Stiel. Oh yeah. Hu! Muffin, Smokey und die Rose ohne die... Pretty Wings hat einen süßen Cannon. Wow. Albert Wesker und den Kratzlund. Ähm, und... Ja, okay. Also, ich bin gerade Radio-Moderar. Ich muss ein bisschen Dings. Hop, 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 hop. So, so. Verkehrsdurchsage auf der 23a gibt es gerade wieder einen Kilometer langen Stau. Sie sollten zu Fuß gehen. So. Und by the way, ich habe mit eurem Chef geredet. Ihr habt morgen alle frei. So, gern wurde. Beim Aldi gibt es Lebercase im Sonderangebot. So, so. Und in Deutschland wurde wieder ein Dorf abgebargert und es gab Kohle. Komm, los, 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 los. Leider auf Sendung bin ich. Jetzt bin ich steuer. Ich bin gerade am Arbeiten. Was war das denn? Was habe ich da denn? Da kann ich so ein bisschen an... Ah. Ui, da... Achso, ich bin gerade live, by the way. Ist doof. Bin ich live? Ne, ich bin nicht live. Achso, ja, dann kann ich ja testen. Okay, wie cool. Okay, gut. Ich mache mal weiter. Also, ich frage mal, was mit dem Killer passiert ist. Was mit dem Killer passiert? Okay. Was hat mit dem Killer passiert? Well, Polizei schießt ihn auf die Alice Point eine Nacht. Oh. Wir nennen es den Whistling Point. Der Pfeifberg? Das war... Well, es war diese Nacht eigentlich. Oh. Die Polizei hat ihn gebrannt und er rief in den Rücken. Oh. Sein Körper wurde nie gefunden. Also, ist er alive? Mötig? Ich meine... Was ist die Geschichte? Die Geschichte ist, er schützt seine Zeit. Er wartet, um die Räume zu der Stadt. Okay, das ist die Geschichte. Was ist die Wahrheit? Außer, dass wir heute einen wistelnden Killer in unseren Händen haben. Mhm. Ich weiß nicht. Okay. Wir tun unser Bestes. Ich glaube, wir werden es schon noch rausfinden. Also sind wir im Arsch. Wir tun unser Bestes. Chat, wir werden diesen Kriminellen auf der anderen Seite des Gesetzes. Ich habe ein paar Polizisten hier. Ich habe ein paar Rechtsanwälte hier. Ich habe das Gesetz und das Finanzamt hier im Chat. Die Verbrecher werden wir uns noch um die Strecke bringen. Warum sagt sie alle drei? Also im Arsch. Was ist denn mit euch? Wo ist denn die, wo ist denn das Positive? Ha? Also im Arsch. Also sind wir eh tot. Ich kann mich schon. Ich habe das Finanzamt geknettet. Die Vreni, dich habe ich gemeint. Spitzschuh. Okay, dann sagen wir, wir tun unser Bestes. Eigentlich brauchst du nur das Finanzamt. Nee, ich habe auch die Rechtsanwälte und die Polizisten da. Ich habe auch Folterknecht im Chat. Copycat oder Ghostkiller. Ich glaube, wir tun unser Bestes. Das ist der Spirit. Ja. At least we got the word out, I guess. Hallo, der Rockbatcher. Wie geht's dir? Welche Hörerzahlen haben wir? Thursday, after midnight, 35? 35? Das sind 3500. Huh. Ich habe nicht gedacht, Gallow's Creek war das Hörer. 3500. 3500. At best. Oh, wir haben nur 35 Zuschauer, also Zuhörer. Wie, wie sind denn meine Zuhörer gerade? Wie viele Zuhörer haben wir gerade? Wie viele Zuhörer haben wir gerade? Ich weiß gerade gar nicht. Wie viele Zuhörer haben wir am Putsi FM? 189. 189. Ausgehoben. Oh Gott. Hier ein bisschen mehr als der Radio Sender. Okay. Willkommen an alle, die gerade an sind. On the wild in the Wednesday. Okay. Wir sind so viele. Dankeschön. Vielen Dank euch. Herzlich willkommen, dass ihr da seid. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr Zuschauer. Vielleicht maximal 35 im Ernst. Wir haben nur 35 Zuhörer, 35 ist ja gar nichts. Was sagen wir da? Das ist alles sehr undankbar. Für den Radio Sender ist er wahrscheinlich echt wenig, oder sind wir ehrlich. Okay, komm, sagen wir mal zwei, oder? Also für den Radio Sender ist glaube ich nicht gut. Ich glaube für den Twitch Channel für den anfänglichen ist glaube ich ganz okay. Ich bin so sicher, dass die Musik sehr gut überkommt mit der Lautstärke. Die Musik ist lauter sich. Okay, komm. Are you serious? We only have 35 listeners? 35, yeah. It's a school night. And what's the population of Gallows Creek? 40. I don't know exactly. A little over a thousand. Oh. How many did you get before? You know. Before my career exploded and I ended up on a big night out of a talk show in the town of a thousand people. Yeah. Before that. Around 5 from Oshows on the low end? Etwa 5? Big Gas could pump that up to 10, 15. Jetzt ist ja noch weniger. 5,000 on the low end? Oh shit, 5,000! 5,000. 5,000,000. 5,000,000 Zuhörer! Oh Gott. Ich bin ja gefallen wie der Icarus. 5,000,000 Zuhörer! Bist du depp? Ich glaube ich war ja eine Berühmtheit. Oh. Ich war ja ein berühmtestes Grunk. Oh. Oh jetzt bin ich da irgendwo mit 35 Grimm. Im, oh im hintersten Kaff. 5,000,000 Zuhörer! Da kann ich ihm sch... Ich glaube da könnte ich nicht mehr allen hallo sagen. Da könnte ich jetzt nicht hallo Luna Lux, Dorfmama, hallo Mondinsel. Ich glaube das könnte ich dann nicht mehr, ne? So hallo Luiz is Kaelum, Saya de Jiru könnte ich nicht sagen, ne? Ich glaube bei 5,000,000 wird ein bisschen viel. Million? 5,000,000? Ja. Sometimes that's just the way it goes. At least the whistling man hasn't killed me yet. Das is wahr. Hallo Maria Grinch. Ja. I guess we're gonna learn a lot about perspective tonight, huh? 5,000,000? Bist du mal. Oh, we have a call coming in. Take it when you're late. Anrufe, Anrufe. Achso, achso. Okay Forrest, shut the music off. Nein, ich will nicht. Okay. Chad, wir müssen Musik abschalten. Bisschen. Wir gehen ja das da rauf in den Dings, da gehen wir in den Fade. Wie heißt ein, wie nennt man einen Post, der vom, was ist gelb und springt vom Baum zu Baum? Ein Postfrosch. Shut the music off. Ein Postfrosch. Und? Ja. Ja. Aufknopfdruck. Ja, ich mach doch schon. Ach je, so, hier Anrufe, meine Güte, bin ich, das ist doch meine Show. Hallo. Ja. Jetzt, was ist denn mit euch, da, da tu ich da so Bombenwitze von, aus dem Tanz, gelenkschüttel ich dich. Ach, mit euch kann man's auch nicht rechnen. Hallo. What the fuck? Okay, who is this? Are you, uh, hello? Hello? Ist es der Mörder? Der Black Forest sollte ein bisschen weniger rauchen, wenn er mich fragt. Okay, what's your name and why are you calling in? Ah, der verarscht mich. You know my name. Die Drexer verarscht mich am Ende. Der glaubt, ich merke das nicht. Der spielt gerade mit der Hand des Gesetzes. Der hat sich, der ist sich nicht bewusst, mit dem man spricht. Dieses Arsch. Der hat, der, der, der merkt das gar nicht. Das ist, ich, so ein Schwein. Der, der, der versucht, einen Pfeifen. Du musst das nicht tun, nimmst doch Forderungen an. Das ist doch offensichtlich ein Fake. Der verarscht mich. Pass auf, jetzt lässt du gleich die, den Ballon platzen. Du musst das nicht tun. 2 oder 1. Ich glaube, der verarscht mich. Okay, 2. nimmst doch Forderungen an. Do you accept requests? I've got a list of names, I'd love to see in the obituaries. Maybe you must make a sacrifice to us. A sacrifice to us? I mean, me. Hey, was willst du? Wir wollen Käsebrezeln. Ich will Käsebrezeln. Die Neidwulf da. Käsebrezeln. I want Käsebrezeln. Ah. Ich bin wieder verarscht. Dorfmann, Sophie, Martana, Eves Luna, die Kuro. Aha. Goddamn kids. Sehr witzig. Einfach in Lach. Ja, ist noch nicht. Ich möchte Ihnen zu Ende reden. Ne, das machen wir jetzt. Die lasse ich jetzt so lange in der Leitung, bis die Polizisten einschalten und dann tracken können. Ab ins Gefängnis lebenslang. 2. Komm. Na ja. I want a deal with her. Ja, reden kurz. Ich will noch eine Riesen-Cola. We also want a Mega-Cola. Aha. Kommt schon Kinder, ihr kleinen Scheiße hier. Okay, mach ich. Sollen wir es machen? Sollen wir mitspielen? Sollen wir mitspielen? Komm, okay, mach ich. Komm. Okay, Mama, komm. Schau mal, was passiert. Wir schauen mal, was passiert, wenn wir so ein bisschen mitspielen. Der Käse-Pretzl-Riesen-Cola. Das ging wie Mittagessen bei der Tiger-Kili. Er hat gekichert. Das nächste Lied-Chat ist an euch gewidmet. Das nächste Lied-Chat ist euch gewidmet, das nächste Lied ist an meinen Chat gerichtet. Das ist für euch. Das ist ein Lied, das ist ein Lied. Malik. Das ist ein Lied. Das ist ein Lied. Er denkt, das ist lustig. Aber es ist nicht. Es ist nicht lustig. Nicht lustig. Und es ist keine Chance, dass unser Lied-Gerchen nur ein Prank war. Dass Leslie... Nein, das... Das ist echt. Christ. Bleiben wir positiv. Wir haben noch ein Show zu machen. Wir haben bereits ein weiterer Anrufer. Okay, Resurrection in der Leitung. Hallo Resurrection, wie geht's Ihnen heute? Meine Güte, ich wollte doch mit Musik weiter. Okay, hallo. Der bin ich. Was? Ich habe 9-1-1. Ich brauche den Sheriff sofort. Sandra, bleib ruhig, Sandra. Ich fahre in für 9-1-1. Was ist Ihr Name? Und was ist Ihr Problem? Mein Name ist Sandra Sharp und ich brauche die Pämpfe jetzt. Sofort Kopf herauf. Tracking an. Chat, seid dabei. Die Polizei kommt nicht. Der Sheriff ist tot. Okay. Wir haben ein weiteres Opfer an der Leyen. Kooperieren. Die Polizei kommt nicht. Britte Wings wohl, Schatz. Okay, wir machen eins. Die Polizei kommt nicht. Ist vorbei. Ich bin sorry, dass die Polizei nicht kommen. Lesley ist auf der Weg nach Henderson für Hilfe. Was? Oh Gott. Okay, ich helfe. Listen, du musst mir dann helfen. Ich gehe nach der Stadt für einen Jazzrund. Und jetzt ist ein Psycho, wie der Wissling-Mann, hinter mir. Knife in Hand. Wo bist du jetzt? Ein Jazzlauf, schlechter Abend zum Laufen. Irgendeiner von euch ist ja auch gelaufen. Chat, also was machen wir? Wo bist du jetzt? Komm, wo bist du jetzt? Er, sie wird vom Mörder verfolgt. Der Pfeifer ist unterwegs. So, komm, wo bist du jetzt? Lage klären. Wo bist du? Was machst du? Jazzlauf, der Reise ist nur ein Smalltalk. Aber es geht um Leben und den Tod. Wo bist du jetzt? Habt du zu woanders safe? Oh, ich habe das gemacht, Baby. Ich rief all die Richtung in mein Auto und nichts flatt. Aber ich habe meine Kiege irgendwo auf dem Weg. Ich habe nie die Tür geöffnet. Ich habe ein Platz, aber ich kann nicht gehen. Aha, ich komme nicht weg. Kannst du deine Schlüssel suchen gehen? Oh, das ist gefährlich. Shit, das ist gefährlich, wenn du deine Schlüssel suchen gehen. Du scheinst ihn abgeschüttet zu haben, das wird schon. Dann ist sie tot. Kannst du sonst irgendwo hin? Drei. Schlüssel suchen ist gefährlich. Da draußen geht der Meuchler rum mit dem Messer, ist vorbei. Zwei ist aus. Das ist auch drei. Vielleicht kannst du noch irgendwo hin. Vielleicht ist es der Ro-Romeo da. Geh zum Ro-Romeo. Oder hier Littis oder Leost. Nein, Leost ist gefährlich. Lieber zum die Fuchsi. Das wird schon. So lauter. Der Pfeiffer ist da. Oh, schau. Er ist zurück. Der Pfeiffer ist da. Hör zu, ich habe keine Ahnung von Autos. Den Motor und den Schlüssel nicht ankriegen. Wie? Wait, 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 wait. I don't. Oh, if it helps, I got a toolkit buried beneath my spare sweatbands. Was ist die Sante? Kurz schließen. Sandra. Sandra. Im Fang seine Frau langrufen. Das ist für dich, Sandra. Er schleicht herum bei Nacht und Sturm. Das ist der Frauenmörderwurm. Er schleicht herum bei Nacht und Sturm. Das ist der Frauenmörderwurm. Das ist der Frauenmörderwurm. Sieben Ringatiner. Danke für den Support. Danke schön. Vielen Dank für den Support. Schon wieder. Sieben Ringatiner. Diese Scheibe ist für dich. Sie ist für dich. Mein Lieblingslied. Enjoy this classic by Smooth. It's their hit song, The Word. Doesn't the station have a show about cars? The Tamora Twins or something. Timberline Twins talk motors. Yeah. You know they're not even brothers. Really? They're like the same though. I know. But they're not even related. It's a race. I asked them about it once. And they got really sweaty and defensive. Anyway. Go see what you can find. Was soll ich machen? The offices are out the door and down the hall. Oh. 5x5 bring mit lieber Kissembeln und für Rose und die Giri Zigaretten. Ich bin der Mörder. Danke. Forrest. Danke für 14 Euro. Vielen lieben Dank. Und sie verringen. Danke für den Support. Vielen lieben Dank. Willkommen heute im Ask FM. Oh. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Here we go. Okay. Was soll ich jetzt tun? Ich soll nicht wohin gehen. Finde jetzt etwas, womit Sandra den Schlüssel auch ohne starten. Out of the door. Ich soll jetzt auch noch kurz schließen. Okay. Äh. So. Irgendwann machen ein bisschen. Ist ein paar geile Musik hier im Forrest. So machen ein bisschen leiser. Richtig. Nicht richtig. Äh. Muschel Blankenrettich. Danke fürs ganze Jahr mein Schatz. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Finde jetzt womit Sandra den Schlüssel. Ihr Auto ohne Schlüssel starten kann. Äh. Das sieht gut aus. Ah. Da hab ich doch schon was. Hallo. Ich bin da. Na gut. Ich wollte nur. Ich wollte nur sauber machen. Okay. Gut. Also. Gut. Ich hab ein Buch gefunden. Im Büro schon mal nahe nach. Ich hab hier schon ein Autoheft gefunden. Verschlüsselung. Ah. Da krieg ich auch noch rein. Aha. Wo bin ich jetzt? Oh. Jetzt wird es aber unheimlich. Hallo Mrs. Nene. Du Schwein. Hey. Ich hab hier nur. Also. Vielleicht hat ja irgendwer von euch. Okay. Das wird es aber unheimlich. Vielleicht hat er nur von euch wer Hilfe gebraucht. Vielleicht. Oder so. Ne. So. Bei mir gibt es noch Service. Ich bringe gerne Kaffee aufs Klo. Das gibt es bei mir. Ne. Also. So. Hier. So. Hier. Da zum Beispiel. Hier. Warte. Ich brauche. Ich brauche eine Dame. Hier. Äh. Der Kratlon. Ne. Zum Beispiel. Hier. Also. Kratlon bin ich schon eine Kaffee. Na. Was gab es sich der Freud. Das ist noch Service. So. Heute danke fürs ganze Jahr. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ne. Das ist noch Service. Was ist das denn? Also. Nur eine Zeitung. Okay. Brauchen wir nicht. Äh. Okay. Äh. Was haben wir noch? Äh. Ich brauche ein Dings. Womit ich Autos äh. Äh. Knacken kann. Aber. 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 Ja. Wahrscheinlich das. Oder? Finde etwas. Womit. Äh. Sanred Auto ohne Schlüssel starten kann. Das klingt doch nach einem Auto Knackheft. Oder? Serviste begeistert. Ja. Du. Anjas Welch. Bei mir gibt es das. Bei mir gibt es die guten Sachen. Ne. So. Diesen Service nimmt doch sehr gerne zum Beispiel hier die Fette Fritt in Anspruch. Drei Telefone. Wir sind eh. Danke für 13 Monate. Vielen Dank. Dankeschön. Warte mal. Da. 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 Ist das doch Mechaniker Dings. Da. Da. Da sieht es aus. Als würde sich der dann aus. Hä? Was soll ich denn? Ist das das richtige Buch? Chat glaubt ihr, dass das das richtige Buch ist? Oder nicht? Auto Knackhefte sind ab 18 oder? Ich weiß nicht. Ist das das? Keine Ahnung. Gerade und er sucht eine Freundin in die Kaffeebräcke. Den Namen ist eng. Also ich denke, das wird es sein, oder? Auf die Ablage? Ah! Alle Autos in Gang bringen. Wo soll ich das hinlegen? Darauf? Oder wo? Auf die Ablage. Wo ist denn meine Ablage? Ist das da, oder? Hallo, Wachbindel! Schraubenzieher kann helfen. Ja, aber der hilft ihr nicht. Weil wir haben jetzt hier ein Dings. Ich muss immer... Findet was, womit sagen... Ja, hier. Aber wohin soll ich das legen? Ja, dort wo dein Headset liegt. Ah! 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 Alle Autos in Gang bringen! Das ist ein Verzahler und ich kriege wohl meine Hübsche. Mit Päckgeräten. Achso, äh, okay. So. Z! Schön, dass ihr wieder da seid. Wundervollen Abendmüncher. Ich hoffe, bis jetzt auch mal. Es macht Spaß! Achso, mein Naht. Okay, so. Mein Name ist Kapuze Wurm und ich begleite euch heute durch den Abend. Hallo, Monk. Die haben geht blöd, laufer, blöd vor. Ich hoffe euch, ihr habt eine gute Zeit. Und ich hoffe, ihr trinkt alle genug und habt alle Flächen, Tee und das Wasser neben euch stehen. Ich muss mal einen kurzen Anruf, nächsten Anruf annehmen. Na ja. Na ja. So. Ähm. Beide, wenn wir heute ein Gewinnspiel am Laufen. Die Wurzel aus neun ist... Wie ist Champ, bitte, frage euch. H2H, sie hat mit der Drei... Weil die Erste, die richtig geraten hat, einen kleinen... Ah, mein Trommelwirbel. Oh. Äh, äh, äh. Applaus für die Kälte, die Winsuasi war richtig. Simon, wunderbar. Oh ja. Ich muss weiter. Ich muss, ich muss an der Leyen, muss ich. Zahnschmerzen. So, sag mal Ja oder Nein. Ja. So. WZ, danke für drei Monate. Dankeschön. Und links ist der Knopf. Das ist der falsche Knopf. So. So. Äh, okay. Äh, hier so, jetzt Peggy. Du findest irgendwas? Ja. Ich find ein Magazin über Hot-Waring-Karten. Nein, Wolf! Well, das klingt perfekt. Danke für die Musik. War das das ja? Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, Nein, Wolf. Vielen Dank, Wolf. Vielen Dank, Wolf. Vielen Dank dir. Was ist die Wurzel aus dem Beißen zu hören? Äh, okay. Vielen Dank, danke, Nein, Wolf. Vielen Dankeschön. Vielen Dank. Okay, Forrest. Schöne die Musik ab. Nein. Nein, Wolf. Vielen lieben Dank. Wir haben die Musik ab. Okay. Dogs. Äh, was gibt's noch? Äh, okay. Möchtest du mir in den richtig schlechten Wisser 10-Chat kurz? Ciao. Hermani, du gehst jetzt schon? Okay, Hermani. Hermani geht jetzt schon? Buh. Hermani bleibt nur noch da. Okay, macht Musik aus. Tweety, danke für 30 Monate. Spiele super. Hättet ihr in den anderen Schümern gesehen. Dankeschön, Tweety. Danke für 30 Monate. Danke schön, mein Schatz. Vielen Dank. Also Sandra ist sowas von tot. Ähm, okay, hier so. We're back with 189.16, the scream. How are you holding up, Sandra? Wie geht's? The creeps looking through the parking lot, trying to find me. But I've got my tools. And I'm ready to get this hunker junk moving. How do we start this baby? Okay. Okay. Äh, echt? Oh Gott. Jetzt müssen wir, wir müssen, kann ich das nicht irgendwie? Okay. Chat! Sie muss jetzt das Auto knacken. Äh, ja natürlich, danke für 3 Monate. Vielen Dank. Dankeschön. Chat, wie muss sie, sie muss jetzt das Auto... Oh Gott, das will eine Tonation. Oh tja, danke für 10 Euro. Mal wieder etwas trinkeln da lassen. Na, Blubbüttel hat leider wenig Zeit. Oh, oh. Oh tja. Wenn du da bist, bist du da und dann freue ich mich, wenn es nicht okay ist. Äh, ich freue mich natürlich, wenn du da bist. Oh tja, vielen Dank für den Support. Schön, dass du da bist. Danke für deinen Support. Dankeschön. Du musst das Heft drehen, glaube ich. Ich konnte das nicht drehen. Warte mal. Warte mal. Äh. Richtig. Okay, was muss sie machen? Oh Gott. Äh, sie muss jetzt das Auto knacken, Chat. Okay, Auto knacken für Dummies. Oh Gott, ich, 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 ich erziehe euch gerade, äh, kriminell, Chat. Äh, hier so. Schrauben sie als Schlüssel benutzen bei Fehlschlag. Okay, was macht sie? Äh, äh, Schlüssel los, äh, was? Nur das Video lädt, nee, Schritt 1. Schritt 1. Schrauben sie als Schlüssel benutzen. Okay. Stecke den Schrauben in den Stichluss und drehe die U-Zegel. Schraube die Lenksöl ab. Schlage mit dem Hammer auf das Lenkrad. Minz. Eins, shit. Put the screwdriver in the ignition and twist clockwise. Du fährst fit. Oh Gott. Äh, der Schraubenzir passt nicht rein, was noch? Okay. Äh, Schraub, äh, hier da. Bei Fehlschlag, Schritt 2. Längssäulenabdeckung entfernen. Sandy, wenn du das hörst. Längssäule ab. Oh, und screw the steering column. Alright. Just turn, just turn. 1, 2, 1, 2. Potenzier uns zu Kriminellen. Was ist die Lenksäule? Okay. Sandy, bleib ruhig. Hallo, Alissa, meine Hübsche. Sandy, 161018, bleib ruhig. Du machst das großartig. Beschreib genau, was du siehst. Setz deine Jazzatmung ein, keine Panne. Chat, was macht's hier? 1, 2, 3, Chat, was sagt's hier? Beschreib genau, was du siehst. Ja, ist am besten. Aber das beruhigt vielleicht, ne? Aber alle sagen, 2, bleib ruhig. Haru, gehst ruhig, bleib. Keine Panik, blöde mich auch, du. Hör auf, du zittern. 2, beschreib genau, was du siehst. Wir machen 2, das ist, glaube ich, das Beste. Sehr gut. Rotes Kabel, blaues, gelbes. Ein grünes und ein braunes. Okay, mehrere Kabel, okay. Also, Schritt 3. Serienummer prüfen, dann folgende Drähte entmanteln und verdrehen. Oh Gott. Äh, Serienummer prüfen. Wir brauchen eine Serienummer. Wie lautet die Serienummer auf der Längsäule? Ja. Wie, äh, ja. Wie lautet die Serienummer? Die Serienummer brauchen wir. Die Serienummer. Was ist die Serienummer auf der Stereienummer? Der Serienummer ist 5, 7, 6, 8, 9, 4, 3, 2, 0. Was bringt mir das? Äh, wenn eine Zahl, eine 4 oder... Was? Was hat sie gemacht? Was hat sie gesagt? Was hat sie gerade gesagt? Was hat sie gerade gesagt? 5? Hat sie 5 begonnen? Oh, Mützl, du bist der Beste. Okay. Wenn in der Zahl eine 4 vor einer 3 und keine 7 vorkommt. Wenn in der Zahl eine 4 vor einer 3. Kommt eine 4 vor einer 3? Oh Gott. Wenn in der Zahl eine 4 vor einer 3 kommt. Nee, kommt nicht. Wenn der Mützl richtig hat. Okay. Wenn die Zahl eine 6 enthält und nicht mit einer 5 beginnt. Ist auch nicht. Wenn am Ende eine 0 steht und keine 3 vor einer 6 steht. Mützl, schreibt nochmal. Okay. Wenn am Ende eine 0 steht und keine 3. Am Ende steht eine 0, ja. Und die 3 steht nicht vor einer 6. Das ist... Es ist, äh... Rot und Gelb. Rot und Gelb. Oh, ihr seht das ja gar nicht. Rot und Gelb. Rot und Gelb. Doch, beginn mit einer 5. Ja, ja, genau. Aber... Rot und Gelb. Am Ende steht eine 0. Und die 3 steht vor keiner 6. Rot und Gelb. Okay. Äh... Strip und twist together the red and yellow wires. Sandra Ruhigleim. Und wir twist and we turnen. Oh, perfekt. Ich sehe pink und purple wires. Große und lila Kabel auch. Seit... Seite 2. Nun das violette Kabel abmanteln. Also, äh, was... Äh... Nun das violette Kabel abmanteln. Mit dem stromführendraht nicht berühren. Okay. Mantel das lila Kabel und verdrehe es mit dem freiliehen Kabel. Ne. Mantel das lila Kabel ab und streife es gegen die verdrehten Kabeln. Mann, das... Was mach ich? Nun das violette Kabel abmanteln. Oder? Was mach ich? Was mach ich? Genau lesen erstmal. Ja, hab ich doch. Das dritte. Mantel das lila Kabel und streife es gegen die verdrehten Kabel. Ach so. Schritt 5. Streifen Sie das violette Kabel gegen die verdrehten Drähte. Sollte ich das Radio nicht hier einschalten, dann stellen Sie das linke Uhr. Okay. Oh, wir lesen das nächste auch noch. Sollte Sie das Radio ein- und nicht wieder ausschalten lassen, schneiden Sie das rosafarmene Kabel durch. Schneiden Sie nicht die anderen rosafarmene Drähte durch, sonst wird der Alarm ausgelöst. Wenn der Alarm erklingt, schneiden Sie das dreifach geflochtene grüne Kabel durch. Das wird wahrscheinlich alles ganz schnell passieren müssen, deswegen muss man es uns jetzt merken. Also, es wird nämlich passieren, dass das Radio angeht. Da müssen wir sagen, es ist das rosane durchgeschnitten sein. Schneiden Sie das linke rosane Kabel. Ihr könnt merken, linkes rosanes Kabel. Und wenn der Alarm ist, das dreifach geflochtene Kabel durch. Das dreifach. Links und dreifach. Artemis merkte das. Streifen Sie das violette Kabel gegen die verdrehten Drähte. Okay. Und streifen Sie das gegen die verdrehten Kabel. Strip the purple wire and brush against the twisted wires. Okay. Okay. Links und dreifach. Achtung, ist noch nicht vorbei, Chad. Ist noch nicht vorbei. Wir haben es geschafft. Halt nicht mehr an. Ich freue mich, aber bitte weniger, Jazz. Halt nicht mehr an. Halt nicht mehr an. Ruhig. Dreift der Road. Radio auf. Halt nicht mehr an. Fahr. Aber einfach an. Ruhig. Okay. Und geh zurück. Sag, wir checken uns. Geh zurück, Sandra. Will do, baby. Ach, das ist los. Du hast es, Forrest. Tend. Tend. Hier kommt eine andere Hittrache. Wir sind ja auch excited. Das ist es. Das ist es. Und remember, wenn du auch immer mit Fahrradkontakt hast, dann tune in zu Timberline Twins Talk Motors hier auf 189.5. Der nächste Tone ist für den Horcher. Horcher, wenn du noch da bist, let's drive. I still can't believe this is happening. Right? Like Gallows Creek didn't already have enough to worry about? What do you mean? Gallows Creek is a miserable place to live. Really? Miserable? Oh, der ist aber eine gute Scheibe. Und der Robot, der ist ganz gefragt, übrigens in der Diskothek. Wenn ihr in den Club geht, der Robot ab. Der ist ganz, der ist ganz beliebt. Der, der ist wieder da. Der reißt wir alle auf. Super. Sehr gut, Chet. Chet. Die hat das Auto geknackt. Die Sandy. Sie lebt. Die Sandy ist weg. Sehr gut, Chet. Scheibenwischer. Was? Okay. Ist nichts Persönliches, ein trostloses Fäckchen, er hat das sehr ehrlich, Peggy. Ähm. So, was machen wir? Äh. Ist nichts Persönliches, ein trostloses Fäckchen, er ist sehr ehrlich, Peggy. Ach so, weil der Ort so hässlich ist. Äh. Ist nichts Persönliches, ne? Bei den Roboter klemmen aber ein paar Sensoren. Bei denen Roboter klemmen aber ein paar Sensoren. Hör auf zu lachen, nur. Selber schuld! So ein freches Schwein, dieser Kosiko. Noch. So. Ich werde dich nicht dran nehmen heute im Radio. Okay. Äh. Sehr ehrlich, Peggy. Nee, komm, wir sind nicht besinnig. Es ist nichts Persönliches, Peggy. Aber es ist nicht Chicago. Hell. Es ist nicht wirklich anywhere. Well, ich mag es hier. Die Leute sind poli und... Ich finde es lustig. Nein, findest du nicht. Nicht cool. Steckfreudig. Friendly? Oh. Usually. Wenn du sie kennst. Komm mal, es muss sich etwas, was du möchtest, Was mag ich? Den Hotscher, der ist nämlich lieb. Ein paar Leute sind nichts übel, man gewöhnt sich an den Mief. Ein paar Leute sind nichts übel. Die Stadt ist ganz okay, ist wie Duisburg. Komm. Hallo, nein. Ich lege nicht, ich habe auch Polenallergie. Ich hoffe, dass der Killer fertig ist. Hallo, Jess, mein Schatz. Ich auch. Können wir zumindest diesen stupiden Gäste den Scream-Kontest jetzt. Ja, das wäre wahrscheinlich eine gute Idee. Achso. Oh. Ist das aber noch derselbe Tag oder ist das am nächsten? Nee, es wird derselbe Tag sein, es war nur mit einer kleinen Rauch-Pause dazwischen. Okay, okay, chat, ähm, so, willkommen, ihr hört's gerade. Fuck. I suppose I should take this call. Hör auf, ich bin gerade Radio. Scream. Scream. So, hey, ich bin euer Kapuzer, heute am heutigen Tag gespult und wir haben heute einen Mörder in der Leitung. Ähm, da ist ein Mörder auf der Straße, bitte verlasst eure Wohnung, bitte nicht. Ihr solltet die Wohnung nicht verlassen, der Pfeifer geht rum, der Pfeifer, ein alt, HALT DEN SCHNAUZEN PACK, ich bin gerade auf Eheer. Nicht die Wohnung bitte verlassen, holt euch keinen Liter Milch, ihr brandet ab. Es ist draußen, es ist gefährlich, so. Äh, hier, wir haben auf der Leitung Master Vault, Master Vault, was kann ich für sie tun? Herz, ich bin schon lange auf live. Hallo. Da bin ich. Ja. Hey Forrest, mein Name ist Brian, äh, Brian Ponte. Brian Ponte. Brian Ponte. Von Ponte's Pizza. Äh, äh, hallo Brian, hallo Brian Ponte, hallo Brian Ponte von Ponte's Pizza. Das ist doch, das ist wenigstens, wird mal keiner vom, 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 vom Mörder, vom, vom Pfeifer. Hallo Brian Ponte von Ponte's Pizza. Willkommen. Hallo Brian Ponte von Ponte's Pizza. Willkommen. What have you got to say, about what's happening? Was sagst du dazu? I'm so happy, that that Deputy Martinez survived. I've seen her a lot over the years down here at Ponte's Pizza. Oh, ja, ja, you did a really great job. Dankeschön, das bedeutet mir viel. Ich bringe ich Pizza? I just wanted to tell you, that I'm sending you some coupons for free pizza. Ich krieg Pizza. Hier at Ponte's Pizza. Ich krieg Ponte's Pizza. Bonus book. That's really good of you. Kale. You really don't have to though. Oh, it's the least I can do. Kale. And if you like it, well you're in luck, because we're always running green. Hey, Ponte. We'll have you eating for pennies. It's the least I can do. Sounds great, bro. Let me tell you, the pizza we have is to die for all. Oh, 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 poor choice of words to me, I guess. Macht der gerade echt freiwillig, macht der gerade wirklich Werbung für seinen Laden bei mir? Macht der gerade Eigenwerbung? Mods, bannen, sofort raus mit dem Ponte's Pizza cutten. Die Sau. Äh, nur keine Sorge, wenn mir Augenlüber gewesen hat, ziemlich geschmacklos. Nur keine Sorge, alles gut. Nur keine Sorge. Hey, don't worry about it. It's all right. Oh, thank you, Forrest. Well, I just hope I didn't put you or anyone in the house from coming on down to Ponte's Pizza. Der Drecksau. We've got a great special this weekend. Der macht einfach wippen. Our famous beer and pizza deal. Wait a minute. Come on down to Ponte's Pizza this weekend. You've just got to pay for one slice to get yourself God damn it. You're just calling in to advertise your shop. Peggy, hang on. Peggy, leg auf, die Kale raus. Soit. Oh, real quick, before I forget, it's probably time we play a paid ad. Bezahlte Anzeige? You know how to play an ad, right? Ich weiß, wie man Werbung macht. Ja, das weiß ich. Ähm, weißt du, ich weiß, wie man Werbung abspielt. Ja, ähm, ja, das weiß ich. Ja, ja, das weiß ich. Das, natürlich weiß ich das. Na, da klinge ich aber sehr gut darin. Moment, äh, ähm, warte mal, äh, das weiß ich natürlich. Äh, warte mal, äh, Äh, so, hier, ähm, so. Fett, by the way, wo sitzt ihr jetzt? Wo sitzt ihr schon, dass es etwas Neues gibt? Nämlich, und, äh, die Götter haben es wahr gemacht. Nämlich, aktuell, gibt es Discord, für die PS5. Hahaha, die Leute von Discord haben es gemacht. Es gibt jetzt, äh, Discord, für die PS5. Hahaha, ne, warte mal später. Okay, mal später. Aber, der Übergang war gut. Der Übergang war gut. Okay, ähm, so. Aber es war, aber es ist wirklich so. Äh, ist es gerade, äh, Discord gibt es gerade, äh, äh, für PS5. Äh, ist es gerade wirklich so. Aber es war ein super Übergang. Aber, ähm, ja, super, oder? Es ist, es war eigentlich ziemlich smart. Warte, ich mach, aber ich mach dann später. So, aber es ist eigentlich ziemlich cool. So, äh, das ist cool. Ja, gibt es wirklich. Rufe die Oma an. Schöne Grüße. Alles gut. Bonn ist Pizza nicht gern. Aber sonst alles gut. Danke. Okay. Äh, nö, weiß ich nicht. No. Christ. Ah. Wir müssen Werbung anspielen. Sehr gut. Äh, was nehm ich? Äh, welche, welche Werbung spiel ich? Shit, was spiel ich? Eins, zwei oder drei? Was spiel ich? Was mach ich? The Cassette Player is on the desk in front of you. Ja. Just above the soundbar. Eins, zwei oder drei? Ja, Black Forest. Sehr gut, Black Forest. So, die Begeisterung will ich in ein paar Minuten noch haben. Ich hör, drei? Warum drei? Was ist denn drei? Was, was, was ist das? Erntefest? Erntefest? Na klar, gib... Ja, Erntefest. Ja, gib was zum Essen. Natürlich ist der Jeter dabei. Done. The world famous annual Gallows Creek Harvest Festival is back! We got it all out on Giblet Field. We got the Little Miss Harvest Pageant, Princess Harvest Pageant, Harvest Queen Pageant, Cotton Can, Corn Dogs, Corn Hole, Corn on the Cobb, Coconut Country Music, Can Jam, Jams, Jellies, Jamborees, Jugglin, Roller, Rickies, Roller Disco Lessons, Praying, We got baby crawling, Balloon popping, Balloons for sale, Beard contest, Horseshoes, Hayride, Haytoss, Hey you there, Donkeys and Ponies, Apple Bobbing, Firearms, Fireworks, Sputtle Cakes, Pride Go, Sheets, Mitten Sand, Licking, Cracker, Cramming, and Cat Shop. Das was? Die Werbung ist so krass, du hörst gar nicht mehr auf? Aha. Sehr gut. Also jetzt möchte ich 5 davon haben. Sehr gut. Sehr gut. Na bitte. Shit. Why it's world famous. It's a highlight around here for us. War der wirklich gut. I am sorry to hear that Peggy. So. Alright folks. Welcome back to the show. We have a note from my producer. That's right. Come find me at the harvest festival tomorrow to grab your choice of a KFAM mug, sticker set or poster. Wo sind die Becher? Ah der steht mit dem Kacko und Katja. Hier sind die Becher. Das sind die Becher, die wir jetzt haben. So. Wie kommen wir hier rein? Haben wir die Frau im Auto gerettet? Ey Mariko, die haben wir gerettet. Das ist aber schon lange her, wir haben da zwischen den anderen auch gerettet. Achso. Chat, nächster Anruf, nächster Fall. Jazzy Teal. Eve. Blümi. Code Red. Welcome to the Scream with me, Forrest Nash. Yeah, Leslie. This is Maurice Russell from the Gallows Report. It's Maurice. Maurice. This guy just broke him downstairs. Oh oh. Wait. Forrest Nash? I want to speak to 911. Put Leslie on. Ich bin der Notruf. Another one? Ich vertrete Leslie. Ich bin der Notruf. Sie haben nichts bekommen. Chat, ich würde sagen, ich bin der Notruf. Jansen, danke für den Monat. Vielen Dank. Dankeschön. Was sagt sie, Chat? Ich vertrete Leslie. Oder ich bin der Notruf. Ich würde sagen, ich bin der Notruf. Ich bin schon wichtig. Und ich vertrete Leslie. Weil das Ding ist, zwei könnten es anders als man nicht glaubt. Weißt du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass... Aber eins könnte man... Aber er weiß ja, dass ich den Radiosender bin, oder? Nee. Oh ja, doch, weiß er. Weil er kennt meinen Namen. Forrest Nash. Er kennt mich. Dann würde ich sagen, zwei. Ich würde, glaube ich, wirklich sagen, zwei. Was ist mit dir? Okay, sch- Ah, okay. Wir sind live auf Sendung. Sag mir einfach, was los ist. Ähm, sag mir einfach, was los ist. Was machen wir? Eins oder zwei? Was machen wir? Eins oder zwei? Schütt mir nicht entschuldig ab, wenn das hier... Oh, fuck's, tut mir leid. Das höre ich öfter, dass Berkimos aus Internet abschüttet, und dann könnte es ja gar nichts machen mehr. Zwei, sag mir einfach, was los ist. Never mind that, tell me what's happening there. You said there's been a break-in? That's nothing to get worked up about. Some idiot kid just broke in. Uh, der Mörder ist beim Drehend, und er glaubt nicht, dass er der Mörder ist. Ah. Hallo Xenofis, hallo mein Schatz. Das ist Katinic, ja, und jetzt ist er wieder da. Äh, und ja, und jetzt ist das... Was sag ich? Er glaubt nicht, dass das der Mörder ist. Soll ich singen, das ist Katinic oder dass er wieder da ist? Das ist Katinic, ja, das ist da, wo ich... Ja, Pfeifei ist es. You don't understand, that's not a prankster. That's the whistling man. Of course it's not. Ah, ja, glaubt nicht. It's a stupid kid. Every year, this happens. Es ist nicht die Coffee Kid. Not a big deal, old man. Ah, was mach ich? Wie rette ich ihn, wenn er sich glaubt? Was mach ich? Hallo, Vibe-Ruf-Mike. Okay, okay. Äh, okay. Übrigens, Körmaschen! Kann ich das auch ansehen, hier? Im Konferenzraum gibt's auch einen. Können Sie raus, kommen Sie gegen den Pfeif an. Ja, können Sie raus. Der soll nicht kämpfen gegen den Pfeif an, dann ist er tot. Ja, wär schön, wenn wir dann noch jammert, weil er Pfeif an... Shit, eins. Eins. Gegen den Pfeif an kämpfen. Der würde nicht ankommen. Der heißt ja nicht Mariko. Die Mariko haut ihn um, ist klar. Oder die Kuschelfussel. Oder die Krissi. Aber so kleine, zarte Wesen wie... Der Eiszikon, wie die Etonian. Wir müssen anders uns wehren, ne? Können Sie raus. Maurice, ist da überhaupt eine Art, die du rauskriegst? Ah, ich hoffe sicher, dass ich so glaube, Kind. Oh, oh. Aber ich bin nicht sicher, wie ich es mache. Der Krasch, den du hörst, war er, die meine Führungskabine. Oh, 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 oh. Er blockiert die Städte. Ich glaube, die Städte sind der einzige Weg raus. Das ist richtig. Und es dauert mir ein paar Minuten, um diese Kabine zu移ern. Wir müssen etwas machen. Aber was? Alles, was wir von hier machen können, ist... Äh... Forrest, ich denke, ich habe es. Warum nicht wir den Körnern? Wir haben ein paar Telefonen, die auf dem Offiz, richtig? In verschiedenen Räumen, mit verschiedenen Extensions. Woher haben wir die Nummer? So, wir kenne einen von ihnen. Dreh den Körnern weg. Oh, ich muss ihn weglocken. Achso, ich rufe... Okay, ich muss jetzt anrufen. Scheiße! Hä, was muss ich machen? Äh... Hä? Achso, jo. Äh, und... Und verschaffen Maurice Zeit und sichern uns eine exklusive Interview mit dem Killer. Okay, was soll ich machen? Hallo, Aquali, wie geht's dir? Äh, Chat, und verschaffen Maurice Zeit. Ja, wir sollten den Maurice Zeit verschaffen. Oder? Neidwolf... Neidwolf, wie geht's jetzt? Dankeschön. Das könnte funktionieren. Okay. Hallo, die Björn. Okay. Sorry, Maurice. Peggy und ich, wir wollten nur versuchen, zu finden... Oh, oh. Oh, oh. Hä? Wo soll ich das haben? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Was machen wir, Peggy? Pe... Was? Der Druck hier. Achso, wir sind im Deutschen. Ein... Ein... Ein Fax. You don't think the killer got him, do you? Mr. Russell. I'm here. Ah. Ah. Freak's going to be here any second to. Oh, 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 oh. Go check your fax machine. Ein fax. Ich hab wusste, dass ihr in Deutschland... Ein fax. Natürlich. Deutschland freut sich. Fax. Wo ist mein... Wo ist das fax? Wo ist das fax? Wir sind in Deutschland. Wo erkennt unsere fax? Und wo ist das faxgerät? Tell me where the fax machine is again, Peggy. The fax machine is in the office on the other side of the hall. Thanks, Peggy. Be right back. Okay, ich verpiss mich nicht schnell. Schnell weg. Go to the office on the other end of the hall. Grab the fax from the machine. Easy. Okay. Kratl und ein Kaffee steht da. Meine Güte, der wird doch kalt. Wo ist das fax? Am Ende des Büros. Da, ne, da ist die Kaffeemaschine. Der einzige, der hier in dem Büro arbeitet. Ja. Okay. Wo ist mein faxgerät? Hallo, Subsalisches. Wie geht's dir, mein Hübsche? Okay. Der Killer faxt sich zu dir. Äh. Aber wo ist das faxgerät? Ähm. Wo ist das faxgerät? Wo ist denn das? Stell das nicht vorne. Aber er hieß nicht am Ende. Ah! Was ist das? Ich weiß genau, was ihr jetzt machen werdet. Ich kenne mich. Ich sehe es in euren Augen. Ganz froh, dass ihr einen guten Chef habt. Ich kenne euch alle, Anjas Welt, Loving Bird, Ice, Zirko und Susi. Ihr macht's mir gar nix vor. Wolfman. Ich kenne meine Schweine im Chat. Also vielleicht sich mal kurz draufsetzen. Bisschen den Mond fotografieren. Ich kenne euch. Keine Sorge. So, was habe ich da? Ähm. Oh, was ist das? Also, das ist der... Ja, Scheiße. Ja, aber es ist so klein. Ah! Oh, Gott. Ich kenne mich. Flo, Willke. Liebe Grüße und viel Spaß an alle. Auch von der Mutti. Wir sind gerade in Fassmo und haben die erste Runde überlebt in der zweiten Wundweg geopfert. Flo, Willke, meine Hübsche. Dankeschön. Und schöne Grüße an die Mutti. Und danke für 10 Euro. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Und viel Spaß wünschen in Fassmo. Während es sich im Hintergrund euch gleich anschreien. Vielen Dank für den Support. Dankeschön für 14 Euro. Kannst du Joe Black von mir grüße? Ich grüße den Joe Black. Den grüße ich. Danke, Flobbelchen. Vielen lieben Dank. Bis dann. Bitte dann hübsche. Immer noch Tanja, die um deine Ecke wohnt. Ja, Mann, ich kann dir. Aber es geht wie her, Mann. Dankeschön, Flobbelchen. Danke für den Support. Danke dir. Ich stoße auf dich an. Dankeschön. Flobbelchen. So. Ah, was muss ich machen? Achso, ja, hier wieder. Hey, did you get the Fax? Habe ich das? Ist das das Fax? Ist das das Fax? Ist das das Fax? Nee, das ist doch eine Kopie, oder? Ist das das Fax? Das ist es? Hier mal nun auch noch was mir geht. Ich glaube, ich gehe wieder beten. Ja, du bleibst da. Das ist es, okay. Yes, I have. Das ist das Fax? Mr. Russell? You, uh, you still with us? I am. You get my fax? Ich habe der Fax. Äh, können Sie es nochmal schicken? Ist das wirklich das Fax? Okay. Ja, ich habe es hier direkt vor mir. Ja, ich habe sie direkt vor mir. Okay. Okay. Ich wusste, dass du zumindest das konntest könntest. Okay, Leute. Wir sind zurück mit Maurice. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich verkauke. Avoid the Whistling Man. Hier ist die Situation. Aha. The Whistling Man searched every room in der Halle. Okay. Bis auf den Konten. Wir wollen die End-Dürfen-Nummer anrufen und die Killer wegkloppen. Und dann move Maurice somewhere safe. So, what extension should I call? Check! Ich brauche euch! Kann ich irgendwie zoomen? Lass mich, lass mich mal zoomen, irgendwie Einstellungen. Steuerung. Wie, kann ich nur zoomen? Es ist ja ein bisschen klein. Ob ich nur suche mit... Es ist so klein. Ich kriege... Ah! Okay. Wo ist er? Wo ist er drin? Wo ist denn der? Ah. Warte mal. Achso. Okay, mit dem. So. Check das. Ähm. Wo ist der? Wo ist der gerade? Ah, der ist im Stinken. Nee, warte mal. Wo ist er denn gerade? Das war laut. Ich habe mich gerade gefreut. Das ist mein... Mein Haufen, mein Hübschen. Dieser Schrei. Ich habe mich gefreut, dass ich es gefunden habe. Wo ist er gerade? Wo ist er? Hallo, Alyssa. Rechts wegen dem Faxgerät. Schild, er muss ja mit dem Faxgerät sein. Ah ja. Er muss ganz rechts sein. Rechts. Exit 04. Weil er ist mit dem Faxgerät. Würde ich jetzt mal sagen, oder? So. Äh. Wo ist der Mörderer? Wo ist der Mörderer? Editor's Office? Nee, nee, nee. Er ist ja mit dem Fax, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Wo ist der Mörder? Ist der Mörder... Nee, dann... Was war die letzte Frage? Wo soll ich anrufen, den Killer wegzulocken? Ah ja. Okay. Wo soll ich anrufen, den Killer wegzulocken? In der... In der Küche. In der Küche. In der Küche. Weil dann kann er von der Küche... Kann er theoretisch ins Klo. Oder? Küche. Er ruft in der Küche an. Wenn er im Faxgerät ist, dann... Und der Killer ist da. Da kommt der Killer jetzt. Der geht in die Küche. Ist er da drin? Und dann könnte der Dude... Auch... In der Aufs Klo zum Beispiel, oder? Er hat gesagt gegenüber. Er steht gleich vor dir. Was? Das geht... Das geht mit Zeit? Nee, oder? Das geht nicht mit Zeit. Das geht nicht mit Zeit, oder? Mach's jetzt keinen Scheiß. Ist absolut... Geh nicht auf Zeit. Die machen mich alle verrückt. Ich... 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 Ich sterb hier. Es ist eben selber ein Mordverlammer. Als wenn ich da sterbe. Macht sie mich verrückt. Ich denke mal gerade... Ich schieb... Ich schieb der Horstl mir weg. Okay. Er soll noch die Treppe runter. Kann der Killer nicht auf Radio hören? Ja, das ist... Antoni, ja. Schon. Ach, ich... Wo soll er hin? Wir können doch ins Archiv. Schicken Kinder zum Editor. Naja, zum Editor ist... Chat, wohin? Wohin schicken wir ihn? Wohin schicken wir ihn? Zum Editor? Dann ist er da oben. Das ist halt sehr nah bei ihm. Wo, wohin schicken wir ihn, Chat? Küche, Editor, Archiv. Editor ist am weitesten weg. Aber er ist da unten. Er ist rechts unten bei 4. Er ist bei 4. Er ist im Fax, beim Faxgerät. Küche? Okay, dann sag mal... Habt's Küche gesagt, dann sag mal Küche. Ruf in der Küche. Wo soll er hingehen? Er soll gehen in 3, oder? Ja. Er soll... Er soll in 3 rein, oder? Oder er soll ins Editor. Könnt doch ins Klo gehen. Ja, ja, ja. Der Killer soll zu 3... Ey, wie viele Möglichkeiten habe ich? Kann ich jetzt öfter anrufen, oder habe ich nur einen... Äh, habe ich nur einen One-Shot? Ab in die Küche. Mirabell, du Mörder. Vielen Dank für Sie, Monat. Vielen Dank. Okay, Chat, die Frage ist... Sollen wir ihn ins Editor-Stings locken? Nee, es geht ja um Verstecken. Archiv wäre gut. Ins Archiv? Hallo, Annie Grinkmann, Hübsche. Ins Archiv? Das ist halt direkt gegenüber von der Küche. Ist ja der 4 von 3 zu dem Archiv. Oh. Ja, ja, dann kommt er aber nur ins Archiv. Das ist eine Sackgasse. Scheiße. Ich, ich, ich überlege gerade, ob wir einfach nicht machen sollen, dass der Mörder zu Editor, also zu 0-3 geht, und ihm sage ich... Nee, Blödsinn, das ist doof. Oder? Weil wenn der Killer auf 3 geht, wo gebe ich ihn dann hin? Dann trifft er den ja am Gang. Wenn ich den Killer auf 3 gebe, dann rennt der den ja genau in die Arme. Also, es muss eigentlich so sein. Wenn ich ihn 3 gebe und ich sage, er soll die Verstecken in 2, dann, die treffen sich. Die machen, die trinken unterwegs was. Lieber nicht, wo du das nächste anrufen musst. Tigerauge, was meinst du? Ist der Killer nicht in 3? Ist der Killer in 3? Ist der Killer nicht im Treppenhaus? Nee, der passt ja auf. Mörder auf 3 und Maurice zur Treppe. Kann ich den zur Treppe sagen? Nee, kann ich gar nicht. Die Killer ist in seiner Nähe. Ich kriege ja abschließend wohl ihn gelöst. Sieh er nicht durch. Es geht darum, Schatz, der Mörder ist im Wohnzimmer. Und wir sollen den Mörder in einen der Räume locken und ihn in ein anderes Ding locken. Und ihn in einen anderen Raum da mal verstecken. Naja, du hast keine Küche. Gegenüber vom Konferenzraum. Wo ist der Konferenzraum? Ich kann es ändern, Christina. Doch, ich könnte es ändern. Vielleicht sollten wir doch woanders anrufen. Mörder in die Küche und den Juden in Sachiv. Danach der Mörder in 3. Wenn das geht. Mörder in die Küche. Okay, so hätte ich es auch gemacht. Mörder in die Küche. Juden in Sachiv. Wenn das geht. Aber wo soll der Juden hin? Boardroom ist Konferenzraum. Dann ist der Mörder jetzt... Wo ist der Mörder? Wo ist der Mörder? Ist der Mörder im Treppenhaus? Weil da wird mir eine Figur angezeigt. Deswegen bin ich automatisch davon ausgegangen, dass er da ist. Gegenüber. Aber das könnte ja dann... Wo... Mal erst mal nach Archives, dann siehst du weiter. Der Mörder müsste dann ein Mörder sein. Ey, der hat einen versteckten Raum. Mörder soll eine Treppe sein. Ich dachte auch, dass er... Weil hier steht ein Carri... Wie wird ein... Bist du entschieden hast, ist der... Geht ja darum, die Treppe wieder frei zu bekommen. Okay, gut. Wir machen das so. Und er geht in den Editor's Room. Chat, er geht in den Editor's Room, oder? Oh Gott. Ne, man will. Okay, was mach ich? Was mach ich jetzt? Warte mal. Äh, in der zweiten Idee. Let's dial another room. Okay. Let's dial another... Okay. Boi! We're wasting time! Nein, 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 nein! Das ist richtig, Forrest. Ich kann ein anderes Nummer bereit bekommen. Aber wir werden wahrscheinlich nicht mehr unsere Minds wieder ändern. Wo willst du mich telefonieren? Okay. Äh, sieh mal richtig! Das ist um Mörder! Äh, das ist um Mörder! Gestern hat bei mir ein Lama gegrillt. Echt? Ja, es war... Auf der Margarine vor der Tür ausgerutscht. Das verstehe ich. Rama, Rama, Ding Dong. Seh mal, Ringer, Tino. Danke für die Zuhörerung. Vielen Dank. Danke schön, mein Schatz. Vielen Dank. Seid ihr, Tino, meine Höfe? Vielen Dank für den Support. Danke für den Press. Oh, Entschuldigung, du Verrückte. Oh, okay. Okay. Vielen Dank, Tino. Okay, was mach ich jetzt? Ähm. An Kiel in der Küche, in den Dünnsachiv. Okay, Kiel in die Küche, okay. Der Kieler geht in die Küche. Kiel in die Küche, in die Extension ist 0,2. Haben, Pelle, gesucht. Okay. Sieh, Margarine, danke für den Support. Danke schön. Okay. Und er geht in drei. Er geht... Ins A... In... Nee, in die Küche. Nee, er kann ja da nur ins Archiv gehen. Er kann ja da nur ins Archiv gehen. Okay. Er kann ja da nur. Also, 0,3 gibt's ja gar nicht dann. Nein, ins Archiv. Okay. Oh, sieh mal regiert hier. Das sag ich auch. Er sagt selber grad, dass es direkt gegenüber ist. Oh Gott. Also, er sagt grad selber, dass es knapp wird. Aber was könnten wir sonst machen? Er wird sowas von sterben. Sonst schickt den Kiel ins Archiv. Und ich tippe erstmal in drei. Ich glaube auch, dass er sterben wird. Nee, nee, das ist... Nee, 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 nee. Nee. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Er sagt selber, dass er sterben wird. Nein, 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 nein. Let me rethink this. Dammit, man! Do you want me to be a headline murder? Hurry up! Okay, 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 okay. Und second time, let's dial in the room. Forrest. You're trying to get me killed, aren't you? I hope all your listeners realized that... Ah! Nein! ich darf ich laden schon wir laden kommen wir laden ich hätte wir laden wir vergessen was passiert ist und wir laden ganz schnell ich habe einen joker habe ich einen joker habe ich einen joker wenn ihr durcheinanderredet alles durcheinander dann komme ich durcheinander werde nervös fang an zu schwitzen wo kann ich mir denken es war eure schuld so wir gehen jetzt noch einmal rein so er ist im büro gegenüber okay wo ist er ich habe schon wieder die ersten minuten nicht gelesen wo ist er ich habe sie nicht verstanden wo ist er der ist richtig nah bei ihm richtig ich lade noch mal ich hab's nicht gelesen dass der letzte dialog nicht da steht dass man sich merken muss ist doof okay bis auf den konferenzraum hat der perfekte sim auf dem flur okay bis auf den konferenzraum bis auf den konferenzraum bis auf den konferenzraum dann würde es ja nur sinn machen dass wir dort abrufen oder nee blödsinn macht gar keinen sinn und bis auf den konferenzraum hat er und jetzt ist er der konferenzraum ist der raum da unten genau der konferenzraum ist rechts unten und wir müssen den mörder irgendwo anders hinlocken ich würde glaube ich den mörder wirklich zum editor's room 03 schlägt er sich schnell vorbei und vielleicht in die küche und wenn er als letzter des konferenzraum dann sucht dann geht er von 03 vielleicht ins konferenzzimmer weil das das letzte zimmer ist was er noch nicht gesehen hat oder weil das ging ist ja okay wenn ich ein legendäres schwert wäre würde ich im bett feststecken und exkal exkalibubu heißt monitel sehr gut ich wollte jetzt exkalibubu sagen ich bin richtig danke für 10 euro vielen dank ich habe meine kopfhörer zerrissen das muss jetzt so viel zeit muss sein wir schicken den mörder in 03 dann schicken wir den juden in die küche das letzte zimmer was er noch nicht untersucht wird der der fachsraum sein dann wird er in 03 und dann könnten wir den rausschicken wir schicken das so wir schicken den killer in 03 so machen wir es schicken sie in den archiv ähm warte mal 03 warte was ist 03 editor ist das ist doch redakteur oder oder küche ist da unten archiv ja das muss 03 sein oder okay okay call the editors office 0 3 genau wir machen das so okay wir schicken da oben und ihn schicken wir in die küche okay wir haben jetzt das archiv oder die küche ist eigentlich egal aber ich würde sagen die küche die küche oder ja ich glaube ich kopf wie kartscht ich würde sagen wir die küche inis sagt auch und ihn ist es smart und was haben wir die küche you're moving to the kitchen yeah that makes sense an dem er schon gewesen ist ich denke ich bin bereit zu place the call are you ready mr russell don't have much choice do i check this call yes sir calling now go er geht zum büro okay guter plan peggie danken sie mir später es war all peggy's idea credit goes to her ah don't mention it hey warum habe ich das denn jetzt gesagt hey das war voll meine idee warum kriegt die die lobe coast is clear luft ist rein shutting off the tv so he won't see me on the security cameras then making my move i'll call when i get there do you think he'll make it okay oh ich hoffe das ist schade und welcher barrikade ach so gerne wenn die so laut sind was machen wir jetzt sind wir bereit sind wir bereit skrips tigerauge braujochen was ist grün und guckt doch schlüsselloch ein spionat ah fuck oh ready as i'll ever be put him through all righty mr russell are you there oh i am who i don't think he saw me sehr gut 100 45 minutes but i'm not out of the woods yet right let's review where we are so the only way out is by the stairs which the whistling man has blocked with furniture is gefährlich die möbel wegräumen okay können sie gegen kämpfen nein vielleicht totstellen können sie ihn entsperren das ist alles so tricky was machen wir denn die kugel chest im ringer tina zumindest hat er meine nicht gelesen was hast du geschrieben können sie ihn entsperren ist wahrscheinlich das beste totstellen ist das dumm warum soll da wer tot drin liegen im büro können sie ihn entsperren okay es kommt das einzige der mann ist kämpfter wenn er dumm ist kämpfter weil nur ein dunn kopf kämpft der intelligente läuft weg das ist so das ist immer ganz könnte was lernen so ein archiv im büro da in dem archiv ein sechrter archiv reggie würde das lieben was du da hast da ihr habt die huissliche nirgäste über der outer space ja äh falsche Zeitpunkt Peggy magst Verschwörungen in dem falschen Zeitpunkt Sie stellen die Mörder ins Land Peggy ich bin übrigens der Zuggib an die Dankeschön die genau dir der Zuggib die 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 schloss nur der Außenseite Wie kriegen wir den Sonderarchiv? Was ist das da oben? Wir können den Sonderarchiv fangen. Genau. Oh mein Gott, Forrest, wir können das Nachtmärchen hier enden. So soll ich dann den Sonderarchiv nennen? Ich kann nicht. Der Archiv ist ein Raum für Sonderarchiv, nicht Gossip. Also wir haben nicht einen Telefon in da. Oh, wir müssen es dann ändern. Welche Ideen, Forrest? Äh, was machen wir? Gibt es dort einen Fernseher, selbst können wir spielen, Radio verwenden? Wie können wir den ins Archiv bekommen, Chat? Was sagt ihr? Fernseh, Radio, also da können wir am meisten damit dienen. Weil wir sind ja, wir haben ja eine breite Palette an tollen Soundeffekts. Zum Beispiel, da kann ich sagen, kann ich zum Beispiel sagen, hier. Die Technik, und da kann ich sagen, wer lacht hier? Zum Beispiel, wer lacht im Archiv? Ja, dann würde ich sagen, den Radio, weil das ist unsere mächtigste Waffe. Ah, hallo Malek! Es gibt keine Radio in den secreten Archiven. Ah! Es gibt keine Radio in Ihrem Offiz? Ich habe keine in meinem Offiz, aber... Was ist es? Unser Sportreporter, Hopkins. Der Hopkins ist hier. Er hat ein kleines Portables Radio, das nie aufhört, wenn er hier ist. Okay, ein Portables Radio. Ist es noch im Büro? Ich hoffe, er steht auf 189.16, der Schrei. Ist es noch im Büro? Ja, wo ist das Radio? Das müssen wir wissen. Na, der Herr Hopkins. Das könnte sein, was wir dann brauchen. Ist sein Portables Radio noch da? Es sollte sein. Es sollte sein. Es ist, was er nennt, sein Radio. Es sollte sein in den Archiven. Es ist im Archiv. Ich werde ihn überlegen, während unser Freund noch mit seinem Suche verursacht wird. Ich werde dich zurückkennen, als ich den Räumen habe. Ui, 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 ui. Ach, scheiße. Er ist tot. Wir werden ihn retten, Forrest. Wenn das funktioniert, können wir die ganze Stadt retten. Machen wir es wahr. Freu dich nicht zu früh. Gott, okay. Sonja, Regina, ich bin bei dir. Ja, machen. Wir sind nahe. Wir machen es passieren, Peggy. Wie können wir fail? Ich meine, es ist ein Plan, mit Stacks. Geh das Radio, plant es in den secreten Archiven, leh den Killer und... Oh! Telefonkling von dem Reporter. Ich werde es jetzt durch. Nash, hallo? Nash, bist du da? Ich bin da. Ist alles okay? Ich habe das Radio gefunden. Es ist genau, wo ich dachte, es wäre. Es ist alles zusammengekommen. Ich werde es schnell aufhören, und sich sicher, dass es noch etwas Wasser hat. Oh, oh. Äh, drehen Sie leiser! Leise! Wir wollen es nicht, das Ding zu blassen. Ja, ja, ja. Ich wusste das, Nash. Ich habe es gerade gemacht, als du es schiefst. Oh, es ist wirklich wild. Das Radio funktioniert! Wenn ich es alles leise mache, Hopkins könnte einfach den Tag wegnehmen, wenn du es willst. Okay. Lucy hat Worte. Bleib am Ball. Wir machen es für Hopkins, Forrest. Was? Da geht was schief. Wenn ich es nicht aufdrehen kann, dann muss ich ihn auch aufdrehen. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Was? Oh, das ist ein guter Punkt. Aber warte. Wir sind die Radio. Wir können nur kalt sein, bis du bereit bist. Hm. Wenn du das kannst, dann... Ja, sicher. 189.6 Der Mann, der am Knöpfchen sitzt. Bin ich. Ich habe hier zum Beispiel, ne? Zum Beispiel, da... Oh, scheiße, wo bin ich denn jetzt? Hallo? Das ist mein ganzes... Ich bin am Desktop. Scheiße. Siehst du es? Der Mann am Ende des Knöpfchens hat auch nicht immer die Macht, ne? Fuck. Jetzt ist alles verdöffnet. Scheiße. So. Ähm. Ach. Meine Güte. War ich gerade live auch noch. Ach. Das ist wirklich... So. Warum ist denn jetzt alles geschlossen da in der Radiozentrale hier? Regiert wieder gepennt. Es ist immer... Du kriegst nicht mehr die guten Arbeiten. Die waren damals da. So. Was habe ich hier? Ich habe ja zum Beispiel... Habe ich auch. Ich bin ja... Hey. Wo bin ich? Geht nix in den Saftladen, gell? Haben sie das Steuern mit den Steuern? Haben sie es bezahlt? Das Radio. Hier alles. Aber es ist nix. Jetzt bin ich hier. Warum bin ich hier nicht da? Hallo. Warum bin ich nicht da? Warum... Es war... Ja. Scheiß. Es funktioniert gar nicht. Scheiß. Hier. Ah. Im Hintersitz bin ich. Was ist denn das für ein Käse? Ich bin der Fahrer. Auch nicht. Ich bin hin... So ein Dreckscheiße. Wirklich. Das ist... Nix geht in den Saftladen hier. Wirklich. Muss man aber sagen hier. So. Ja. Ja. Ich hab so... Ja. Ich hör auf. Ja. Zumindest... Zumindest irgendwas geht. Ich komm wieder vor. So. So. Dann machen wir weiter. So. Tiger Auge. Okay. Ähm. Warum hab ich jetzt keinen Ton im Spiel? Ich hab keinen Ton. Ich hab keinen Ton. Ich hab keinen Ton. Hab keinen... Warum hab ich keinen Ton und ich hab keinen Ton? Ach. Natürlich hab ich keinen Ton. Weil Ton aus ist. Hab Ton. Ton ist wieder da. Warum? Was war denn? Was hab ich hier? Ach so. Ich bin auf der blöden Tasse ankommen. Jetzt hab ich den Ton. Kannst du das confirmieren? Okay. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Zweigen Axt. Alissa. Ich bin Profi. Ich mach das schon Leben lang. Gut. Hallo Hummelpo. Hast du schön Po? Eins. Du hast es. 189.16. Ja. Gut. Ich hab das Radio auf silent. Aber ich hab ihn verabschiedet. Jetzt. Ich muss nur in meinem Office kommen. Oh 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 oh. Es klingt wie wir einen anderen Telefon machen müssen. Wo sollen wir den Killer hinschicken? Oh Gott. Wo soll man den Killer hinschicken? Okay. Warte. Der Killer ist jetzt bei drei. Der Typ ist in der Küche. Wo schickt man hin? Ja, in den... In... 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 Weil da war er noch nicht. Da war er noch nicht. Das würde irgendwie Sinn machen. Und... Ja. Das ist der einzige Sinn. Weil der Dude ist jetzt in der Küche. Und wenn wir jetzt... Ja. Ist der einzige Ort wo wir ihn hinschicken können. Na? Boardroom. Dann rennt er nach oben. Platziert das Radio. Da muss aber schnell sein. Da muss aber schnell sein. Ist er nicht im Archiv? Da hat das Radio her. Ja. Stimmt. Er ist im Archiv. Er ist im Archiv. Stimmt. Er ist gerade ins Archiv gegangen. Ja. Ja. Ich rufe ihn im Konferenzraum. Aber Konferenzraum war er ja noch nicht. Schätze ich mal. Ne? Was sagt ihr? Der Mörder ist 03. Ich schiebe der Mörder ist 03. Ja. Aber ähm... Der Mörder ist 03. Der Mörder ist 03. Ja. Der Mörder ist 03. Ja. Wir schicken ihn auf jeden Fall die 04. In Konferenzraum. Nehmen Sie die Mörder. Die Mörder ist 04. Das könnte funktionieren. Die Mörder ist ziemlich nahe zu dem Editor's Office. Aber wir haben noch nicht gesehen, dass der Mörder da gehen. Sind Sie sicher? Aber wir haben die Kinder da noch nicht hingehen. Achso. Weil das vielleicht die letzte Option ist. Einen Raum noch zu finden, wo der Killer noch nicht war. Chat, was sagt's hier? Sollen wir den Killer zu 04 schicken? Wohin sonst? Zur Küche kann man nicht. Wir können ihn in ein Archiv schicken. Aber das ist halt sehr knapp beim Dude. Kann ich in die Küche? In der Küche war er schon. Und in der Küche ist gerade unser Dude, glaube ich. Ihr sagt alle eins. Okay. Ich bin sicher. Mach den Telefon. Okay, wir machen. Ich kenne jetzt den Boardroom. Der Killer geht zum Konferenzraum jetzt. Er ist auf dem Weg. Ich kenne euch von meinem Office in eine Sekunde. Okay, er geht jetzt. Er geht jetzt zum Editor's Room. Oh. Es sieht aus, dass wir dieses Nachtmärchen sind. Ähm. Was sag ich? Ich imitiere Mr. Russell. Ich täusche einen Ratschlag vor. Ich nehme den Pfeife eine Pfeife. Das ist smart, garstig und gut. Drei. Ich nehme den Pfeife eine Pfeife. Das ist gut. Das könnte auch von der Lucy Artwater kommen. Nee, die würde eins sagen. Ich imitiere? Ja. Ich hätte doch imitieren sollen scheiße. Geh wieder zurück. Ich habe einen hohen Moment. Es ist eine gute Frage. Es ist unter meiner Beine. Es ist gerade bei 0-3 und der Mörder ist bei 0-4. Ich habe ein großes Kabinett, aber das dauert mich eine Sekunde, um in den. Gibt es noch ein paar? Nicht wirklich. Da geht der Killer rein. Mit den Kabinen versuch'n, die Cubicles. Oh Gott, was machen wir? Shit, was machen wir? Mondinsel, sag was! Versteck'n im Schrank, versteck'n im Schreibtisch. Ne, Schreibtisch hat er gesagt, dann wird er ihn sehen. Schrank hat er gesagt, das geht aber wird Dauer. Geheimarchiv, da kommt der Killer hin und die Arbeitskabinen sind weit weg. Was sagen wir? Im Geheimarchiv? Aber... Da geht der Mörder hin, die Fuchsie. Da geht doch der Mörder hin. Oder? Also, da geht doch... Ich weiß, was du meinst. Das ist der einzige Ort, wo ihr ihn quasi nicht sofort seht. Aber da geht der Mörder hin. Schrank? Schrank ist wahrscheinlich nicht schlecht, ne? Weil auf dem Weg in die Arbeitskabinen... Die Arbeitskabinen sind da unten. Da muss der wirklich... Da von da ganz oben nach unten laufen. Und da ist der Mörder, der Mörder, der ist da schon drin im Boardroom. Weißt du das, man? Also wie schnell der Killer ist. Hä? Ich glaube, das ist das Gefährliche, dass das wirklich ein großer Weg ist. Der Schrank dauert, aber das... Der Schrank dauert auch lange. Boah, was sagt ihr, Chat? Ich tue den noch ohne mein Rad. Aber nicht so lange wie die anderen. Ich tendiere zwischen Schrank und den Kabinen unten, Chat. Was sagt ihr? Vier. Im Schrank sieht man doch nach. Kann auch sein. Okay, die anderen sagen alle vier. Also die Ines ist sich ganz sicher, dass unten ist. Die Lucy hat Worte auch. Ich sage speichern. Oh, das kann man sogar. Ja, probieren wir es halt nochmal, ne? Okay. Man sieht nicht nach, wenn man Pfeife genannt wird. Ey, kann ich vielleicht noch was anderes wählen? Ich hätte den imitiert. Schrank sage ich safe. Echt? Im Schrank wird der Killer nachschauen. Du hast recht. Wir sagen vier. Ich sage vier. Mein Gefühl sagt auf einmal vier. Arbeitskabinen. Go! Lauf! In der Fall. Im Kissen. In der Fall. Im Kissen. Ich gehe Turnieren. Ich gehe weiter und schaube. Ich gehe jetzt nicht. Alles zu sagen. Ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Alles zu gibt. Keine Dank. Du wirst. Dann geht's. Dann geht's. Guinden. Hey Pfeife, du bist ne Pfeife! Was mach ich? Unten! Das letzte unten! Unten! Schnell Mr. Russell irgendwas! Das könnte sein, dass ich ein Arbeitskollege bin und nix machen. Stimmt. Aber echt? Nix machen. Er hat gesagt, ich soll nichts machen. Stimmt, er hat gesagt, ich soll nichts machen. Boah, ich hätte jetzt wirklich was gedrückt. Ich denke, es sollte jetzt sicher sein, Forrest. Hey, Whistling Man! Jackass! Du hast nichts spezielles, oder? Schau was, Freunde. Du hast noch etwas gekommen. Das war der Schrank. Er hat gerade den Schrank aufgemacht. Oh, scheiße! Nein, ach wieso? Hä? Was hätte ich denn tun? Bitch! Ich war zu schlau, Forrest! Seid! Oah! 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 Schneefunk ist auch das ist doch eine Scheiße nicht neu laden, nein wir laden nicht neu, das habt ihr es, nein wir laden nicht neu, nein wir laden nicht neu, ihr habt es entschieden, ja, nein ich hätte auch, oh Gott, Schneefunk ist gut, danke für's mal, oh, hallo, meine Lieblingspolizei schon mitbekommen, gestern hat die Polizei auf St. Pauli einen Sarg gefunden, aber da ging ich auf, war ein Zuhil da drin. Danke für zwei Euro, Dankeschön, äh, tot, dad, ja, es gibt sicher mehrere Enden in dem Spiel und ich glaube wir haben nicht mehr das Beste, aber vielleicht, können wir das hier an einen anderen Stream nochmal spielen, oder zumindest das, was wir nicht geschafft haben. Ich denke, das wäre für die Beste, Peggy. Leute, wir werden bald wieder zurück, wenn ihr irgendwelche Geschichten über Maurice möchtet, gebt uns einen Telefon, nach dieser nächsten Track. Andere Musik, die Stimmung ist im Keller, wir brauchen jetzt was trauriges, brauchen wir uns was trauriges, ne, das ist nix, ne, wir brauchen was trauriges, was ist traurig, ähm, wir haben nicht so viel, äh, gell? Äh, ähm, die Worte smooth. Spiel ein Rekord, Forrest. Ja, okay, das ist, äh, okay, ja. Ey, ich sag mir, ich hab mir schon fast gesagt, ja, danke, ich bin froh, vielen Dank, danke schön. Oh. Well, this is gonna be a long night. Oh, really? I feel like it's going pretty quickly to me. Hey. Da ist, da ist, da ist gestorben. Hey, are you sure about that? You're not so scared. Oh. Besides, we've been working together like a week now, and you're still all shrouded in mystery. Ich hab letztens ein Salami-Stück Brot gegessen. Hat mir gut geschmeckt. Und dann hab ich drin gesehen, da war eine Gurke drin. Und dann hab ich das Brot weggeschmissen, war dann richtig scheiße. Okay, Ted. Wir haben, ist jetzt zwei, wir haben gestorben. Oh. Aber nicht verzagen. Die Next ist doch jung. Okay. So, äh, hier. Was möchtest du wissen? Okay. So, äh, hier. Okay, so, äh, hier. Was möchtest du wissen? Question 1. Ja. Tell me about your family. Meine Familie? Komm, Peggy, das ist zu general. Okay. Und sie hat ein Opfer zu beklagen. Hat die das für mich nicht aufgepasst? Hat die das für mich nicht aufgepasst? Ah, die will... Also, das ist zu spezifisch. Ich verstehe. Zu spezifisch? Ich... Hast du noch Geschwister? Nein. Ich nicht. Ich bin nur ein Kind und meine Freunde sind tot. Oh, ich bin sorry, Forrest. Schon okay, Peggy? Es tut mir leid, warum steckst du dahinter nicht nötig? Mir tut es nicht leid. Ah, nicht. Nee, wir sind nicht. Aber ist das sicherjen hab. Das ist ehrlich, Peggy. Das war wie es geht. Im Gehbeln. Und wie kam es dazu? Oh, ich habe einenicans ungefähend. Oh, so ein Frig. Ich bin über Vegas. How? Then he got himself into a wreck, and, well, that was Dad. Mom didn't take it well. She remarried pretty quick after that. She wanted to forget Dad so bad. She even made me take my stepdad's last name. So I'm Peggy Weaver now. Anyway, Mr. Weaver got sick one day, and my mom didn't last long after he went. Oh, no. I'm sorry to hear that, Peg. Don't call me Peg. Peg. Sorry, I was just trying to be... It's okay, I know. I'm sorry. I'm defending you. It's super leid, dass der Dude gestorben ist. I mochte den. Any siblings? Funny, you mentioned that now. Hello, girl, den Brian-Menschatz. No. Not anymore. I had a sister, but I haven't seen her since before my dad. Hold on. Mir hat schon leid mit der Lomb. You think someone needs our help? Maybe. You want to go check it out? An der Tür, der geklingelt? You sure you don't want to go? No way. I'm locked up tight in here. I'll pass you the key to the stairs. Äh, Peggy, Everson, dass der Mörder heißt, mich... Okay. Okay. Down to the first floor. Then check the door. Check, check. Blöme, hilf mir! I'm not getting in there tonight. Oh, oh. Ähm, okay. Äh, der hat aber die Monddienst nicht schön sauber gemacht. Pff. Da fe... Ah, ja. Das ist... Das wär... Was glaubst du, sich die Peggy erschrecken wird, wenn die... So, äh, Schlüssel... Hab ich den Schlüssel in der Hand? Oh. Ich würde da für die nicht runtergehen. Hehehe. Peggy, trau ich nicht heid. Das ist doch voll nett. So. Wenn der wer von euch pfeift, gibt's einen am Arsch. So, warte mal. Ich geh runter. Ist mir eine gute Idee, schön zu öffnen. Du willst doch nicht die Dame vorschieben, oder? Ich will das nicht. Ah, da gibt's mehr Etagen. Ah, schau an. Da gehe ich eine gute Morgenüberraschung mit dem Hausenfall. Monstrum Reduckeli nicht. Ah, das ist... Ah, das ist... Ja, 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 ja. Das ist bei uns unten an der Rezeption. Das ist... Hier sitzt, äh, hier, die Lidlmerweb. Die ist nie da. Die ist nie da. Die ist immer auf Außendienst, ne? Und die ist nie da. Die fehlt. Ne? Das ist, äh, das ist wirklich... Also, das ist nie da. Die... Ah, war gut. Radio hat's, ne? Die Dinge... Schau natürlich... Der ein... Oder wie sagt man so oft? Der Einzige, der arbeitet, ist die Kaffeemaschine, ne? Das ist halt so... Über hier, ne? Das ist... Ja, das ist... Ah, und was hat's denn da schon wieder? Was hat's denn da? Was? Was hat's denn da? Na, ah. Naja, wieder die Fronten, die, 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 die Magazine für die Mädels. Na, was steht da drin? Was steht da drin? Na, ja. Na, gut. Besser küssen mit, äh, mit Hermann. Das ist... Ihr Lieblingsmagazin. Was war noch? Be right back. I don't know how to say this, but I think we should see other people. I hope we can't sleep with friends, though. Also, Barbara, ich hoffe. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich glaube, wir sollten andere Leute auch sehen. Ich hoffe, wir können immer noch Freunde sehen. Übrigens, du schuldest mir noch 5 Euro für die Festival-Tickets. Na, da haben wir's wieder. Na, da, 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 der Brand, der war immer ein Arsch. Ah. Oh, komm. Nuri, der Kat, danke fürs Erste Monat. Vielen Dank, Dankeschön. Ja, ja, das sind die Katzenfotos. Ja, ja. Das ist, äh, wie man sie kennt. Ja, ja, ja. Was ist das denn da? Was ist das denn? Okay. Äh. Ich brauche eine Karte, um da reinzukommen. Ja, 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 August. Ein Toast, okay. Ich lasse, ich hab jetzt ein bisschen Angst. Also, Moment, da liegt ein Zettel. Äh. Tape. Spiel mich live. Play on Air. Oh, oh. Ist das der Mörder? Hey, Mann, hallo. Das ist ein Good Job on the New Job. Ah. Ich bin so stolz auf dich. Äh. Hoffe, du machst viele Freunde. Ganz liebe Gali Grü, Mama. Was haben wir da? Ah, der Film Schnetzeln Teil 3, ja. Das ist Schnetzeln Teil 2. Ja, okay. Gut, was haben wir da noch? Äh. Creep. Oh. Oh, unheimlich. Was haben wir da? Oh, what the fuck? Was wird das jetzt? Was haben wir da noch? Das ist Schlamm gemacht. Ich bin, ich glaube, ich löse mich gerade hinten auf. Ich sehe es gerade. Ich stelle mich kurz ein bisschen heller. Okay. Äh. Okay. Äh. Äh. Okay. Äh. Gut, dann spiele ich das Tape mal live ab. Okay, so. Hier trifft der Killer. Er möchte einmal alle grüßen, dass ihr alle drauf geht. Ne, ne, ne. Wir haben unten einen Security. Die Eve. Die ist Schork. Die Eve. Wir nennen sie auch die Killhaken Eve. Ne? So. Spiel mich ab. Okay, wir haben am Abspielen. Was ist, wenn da jetzt der drauf ein Schweinschiss ist? Ne? Wenn sie so ist, so. Hallo. Ich bin die Wilde Hilde. Ruf mich an. 0, 1, 2, 5, 3, 7, 8, 9, 10. Ne? Kann ich auch nicht machen. Bin ja live auf Air. Wer weiß, was ich meine. So. Äh. Philipp. Danke für Sie, Munde. Vielen Dank. Dankeschön. Philipp, wie geht's da, mein Hübscher? Dann spiele ich ab. So. Hallo, Gallowskrieg. Time to pay the price. Time to pay for lives. Time to sit there. I will punish you all. I'm gonna enjoy this. I did not enjoy that. Der hat einfach viele Textstücke auseinandergeschnitten. Das ist Kink wie ein Satz. Aber das hat man gehört. Das wird doch keiner glauben. Leif Kerasen, danke für das, dem Wunder. Herzlich willkommen, Sie süß im Haus. Gebt's mal ein paar Gaktien. Dankeschön. Vielen Dank. Wir waren nur mal frei für einen Freund. Das ist ja wie ein Art der Gäste. Das ist jetzt so. 6-6. Und wir leben jetzt zusammen mit der Flotten Lotte. Gehen jetzt live. Was war das? Äh. Oh. Forrest. Wir sind noch auf dem Luft. Sag etwas. Äh. Ihr seid wachst am Gallowskrieg. Sorry wegen des Wärmeswohns. Ja, das glaubt doch keiner. Ja, du musst la professionelle. 1-1. Du musst. Ah. 1-4. Alles in die Kille. Ja, ich dachte mir auch, vielleicht gibt's mehr Kille, ne? Ja, ich dachte mir auch, keine Kassette. Was? Jetzt wird's aber langsam schmutzelig. Jetzt wird dich langsam zum Opfer. Oder wie? Nicht mit mir, Eve. Warum hast du die alle reingelassen? Wow. Schildlose. Ich freue mich, dass ich auch ein bisschen in die Mause falle. Was ist das denn? Oh. Äh. Shit, wie gefällt euch das Spiel? Wie gefällt euch das Spiel? Ist auch geil zum Zuschauen. Macht Spaß? Ist jetzt nicht der krasseste Horror. Es ist so ein bisschen Thriller. Aber ist geil, oder? Ist so ein bisschen Grimmie-Thriller. Aber ich find's ganz geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's passt trotzdem super zum Dienstag. Zum Dienstag spielen wir auch immer so super krass geile Sachen. Da sind auch viele Leute daheim. Es ist Dienstag, die Leute sind daheim. Und das ist irgendwie schon ganz nice. Das Modis ist super, gell? Besser als die Jumpscare-Teile. Es ist, also, es ist beides ganz cool. Ich glaub, die Leute mögen beides. Aber ich find das super. Oder was anderes. Ich mag's auch. Du, Dead Sea. Oh, dankeschön. Bis es mir die Entscheidung geht. Cool, aber nicht gruselig. Ja, aber es muss nicht immer gruselig sein. Also es ist, es ist halt so ein Thriller. Und ich glaube, es wird noch Horror, was ich so, als kein Spoiler. Eine 8 vor 10, find ich auch. Ja, find ich auch. Ist nicht so meins. Oh, krass, wirklich. Ich find's richtig interessant. Also, find schon, also, ich find, das ist wirklich ein schönes Spiel. Also, es ist ein super Spiel. Fällt mir sehr gut. Kann ich euch allen, by the way, empfehlen. Auf Steam zu holen ist, glaub ich, echt nicht teuer gewesen. Aber ich würd mich freuen, wenn wir den zweiten Teil oder so machen. Wenn der Killer erstmal kommt. Und ich glaube, der kommt. Ich glaube, der kommt. Ich glaube, es wird sicher am Ende darauf zulaufen, dass ich vom Killer weglaufen muss oder sowas. Ich glaube, das wird passieren. Etwas mit der Penny stimmt. Ja, mit ihr bin ich mal du nicht sicher. Da gibt es sicher noch irgend so ein Geheimnis, ne? Denk ich, habe ich auch vermutet, ne? Aber wissen du ich's auch nicht. Oh, ja, okay. Gibt's auch auf, ah, gibt's auch auf der Switch, dann geliebt. Das wusste ich nicht. Ach, straight to Voicemail, oh my God. Are there any professionals at KFAM? This is Gina Franklin. I'm calling because your backwater station has not honoured our agreement. We gave you Mr. Snatcher's newest single, the kind of honour you never had and probably never will again. And we've still not received any information about when you're fitting it into your busy programming. I'll be frank, I didn't want you as part of this debut, but Mr. Snatcher, Gina has prior friendship with Mr. Nash. Prior and current friendship, Gina. Forest Nate, are you alright? Don't worry about Gina, you know how she is. But yeah, I can't wait for you to hear the new single, man. I think Final Breath is my best work yet. I really hope you and your listeners like it. And man, if you ever find your way this side of the pond, let me know. We'll have to catch up. Okay, okay, Roddy. If Final Breath isn't played on your airwaves by the end of Mr. Nash's show tonight, the next call will be much less friendly. How was Roddy Snatcher for us? You know, Roddy Snatcher? Nein! Äh, früher waren wir gerade, wir sind alte Freunde. Wer ist Roddy Snatcher? Ich hab's gar nicht verstanden. Final Breath? Achso, soll ich das spielen? Final Breath? Ich hab's nicht verstanden, warum es da ging. Ich hab irgendwie... Hab ich gar nicht. Das hab ich nicht. Das hab ich im Prüby geborgt. Hallo, mein Wolfi. Wie geht's damit, Schatz? Super schnitzel. Ich hoffe, der PC läuft. Schöne Gruß auch an die Freundin. Und danke, dass du da warst. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wir sehen uns vielleicht wieder am Freitag um 14 Uhr. Hab ich schon wieder was? Larissa schon... Na ja, würde ich schon sagen. Äh, wie ich spiele. Ja, im MetWolf, wie sie wieder hier spielen. Ja, ja. Aber ich lade es auf den zweiten Channel noch hoch. Äh, wir sind alle Freunde. Komm, ich sag's einfach mal. Ja, Roddy und ich sind alte Freunde. Oh, ich liebe Roddy. Ich werde immer dich finden, war mein Song. Ich wünsche, wir haben ihn noch immer in Relation. Oh, mein Gott. Ich kann nicht glauben, du kennst Roddy Stent. Natürlich, bester Freund. Und ich kann nicht glauben, du hast mir nicht gesagt, er hat dir seine neue Single. Hä? Du musst Final Breath spielen. Wo ist es? Ich weiß nicht. Sie melden es an KFAM, nicht an mich. Dann muss es nach der Reception sein. Mann, ich kann nicht glauben, Barber... Final Breath? Ich meine, wenn das Fiasco letzte Freitag über den Knife- und Easy-Track ist eine Indikation. Die Leute an KFAM sind nicht gegen Horting Station Musik für Personal Use. Ich denke, wir sind noch ein paar Träume. Danke für den Raid, danke schön. Ich hoffe, du hast einen schönen Raid gehabt. Danke schön. Danke schön. Ich muss jetzt runter. Danke schön für den Raid. Was habt ihr gespielt? Danke schön, Beat. Vielen Dank. Was hast du gespielt? Du alter Stinker. War gut, dass ich Putsch gestorben habe, das passiert uns nie. Der Abolo. Da muss ich auch aufholen. Da bin ich auf Level 40 oder so. Ich habe nicht weit gespielt. Keine Zeit gehabt in den letzten Tagen. Aber ich hoffe, es war schön. Was spielst du für eine Klasse? Gun. Putsch und sterben. Ich chase ihn. Vielen Dank. Warte mal, wo ist diese CD, die ich suche? Rainshrook. Ah, ich spiele Sorcerer. Ist das das? Der letzte Atem. Anonymos, danke fürs Gift jetzt ab. Dankeschön. Vielen Dank. Äh, habe ich jetzt eingesteckt? Ich hoffe, zauberer. Ich bin ein Zauberer, natürlich. Und komm, der Moderator muss alles machen, etwas komisch. Ja, sie ist die ganze Zeit drin. Das dachte ich mir auch, ne? Die ganze Familie. Ich habe die ganze Familie so merkwürdig gekommen. Tschüss. Welche ganze Familie? Ach so, ja. Ist seine Mutter und ihr Vater und ihre Mutter sind gestorben. Und mein Vater und meine Mutter sind gestorben im Spiel, ne? Der bin ich. Aber Blitzzauberer. Äh, so, warte. Ich habe ja die neue Disc. Die neue CD. Wie hole ich die jetzt nochmal raus? Äh, Chat. Wie war nochmal Inventar? Ne, P. Wer will ich da nochmal? Äh. Wo ist denn die CD jetzt? Oder ist sie da? Oder ist sie da? Oder ist sie da? Oder ist sie da? Äh, ne? Äh, ne? Äh, ne? Äh, ne? Äh, ne? Da, fein. Da finde ich halt. Ah, das ist meine Lieblings-CD. Die fokuser, ich höre zu. Das ist was ruhiges. Das ist was ruhiges. Ah, das geht dir. Das geht direkt nicht herträgen. Das ist was ruhiges. Das ist für das erste Date. Das ist was romantisches. Dach, Papel, Pfann. Erbs, Else. Die Mücke heißt in Wien auch Gelsen. Und mein Haufen hat daheim in der Küche einen Ofen. Effekt ist scharf. Mal Kana und Eis zerkommen. Mehr Schweinchen und Blümi. Und Pats ist weit. Hallo, Trash-Blob. Ich kenn keinen Bob. Hallo, Random-Mashroom. Auch dabei. Oh, jetzt, dreht auf. Ey, geh bitte, geh mal was an. Hallo, Will, VL, Rayback und Zwergen-Axt. Mach's bitte kein Faxen daheim und Gratner und Jonah, Malkana und Flummelkett auf. Hallo, Schirr, Rose, Ohl, Tiger, Kelly. Ich esse Geldpudding mit Vanille. Und wie du spielst und Applehead und Chasy-Tier einstieg. Ah, ja. Ich bin bei mir Zeit. Ah. Okay. Das ist mein Lieblings-City. Das kommt in der River, in der Wo. Ich liebe das. Mein Lieblings-City. So, warte mal. Die will wieder, die ruft mich wieder an. Die will wieder mit mir reden. Was willst du von mir? Ich höre gerade in den River. Ich spiele eh schon. So ist es. Britischer Star. Guter Freund. So ist es. Nur hier bei uns. Ja. Mann auf Spotify. So, ähm. Wo soll man? Wow. Also sie freut sich. Gina Franklin. Wer ist Gina Franklin? Äh. Pussy fühlst richtig. Reiben kann ich. Trash-Block-Bob. Ja. Achso. Jetzt haben wir nichts gehört, die Zuschauer. Ja. Es ist okay. Ich kann es einfach mal spielen. Ich kann es später spielen. Oh, schuhe. Ich habe nur gesehen, dass wir eine Kälte warten. Ähm. Ich hoffe, es ist wirklich nicht so ernst. Ich hoffe, es ist nicht so ernst. Guten Abend. Guten Abend. Malik, danke für's den Freitag. Bis zum Freitag. Oder Sonntag. 9-1-1. Stand in. This is Murphy. Who the fuck is Murphy? Hello. Herbst day is it. Danke, Mario. Vielen Dank. Danke schön. Danke schön. First. Happy birthday to my son Fernando. Happy birthday to my son Fernando. Aller mal schreiben Happy birthday Fernando. Bitte schreiben. Okay. Happy birthday to my son Fernando. No. And man, being his daddy has changed my life. Halt mal aus. I've learned how to live, how to laugh, most importantly, how to love. Oh, happy birthday to my son Fernando. Ich hoffe, ich glaube, du schaust ihn, aber gut. Äh, alles Gute zum Geburtstag, Fernando. Fernando. Ach, das ist der Vorname von der DQ. Happy birthday to my son Fernando. Thanks. And now, I love the thing. Ja. I'm putting the word out to this so-called killer. Killer. Ohje. Ah, nee. Er fordert ihn raus. Oh. Wahre Kämpfer stecken sich nicht. Kommt zur abfallenden Sorgenlosenanlage. Oh, nee. Nee, nee, nee. Mach das nicht. Oh Murphy, das ist aber keine gute Idee. Er fordert ihn raus. Wer hat da letztens gesagt im Chat von mir, ja, wenn ein Mann wäre, würde er kämpfen. Ach, den Druck. Jetzt ist es wirklich nicht so weit. Äh, äh. Wirst du ihm die Lie... Oh, wirst du denn die Leviten lesen? Wir stacheln ihn noch an. Wir kommen heim aufs Maul. Wie ist denn der Radio-Moderator? Wie ist denn die Vernunft am anderen Ende der Leitung? Am Empfangsgerät bin ich. Na, drei. Zählt jetzt halt so drauf. Also ich, oh je, Murphy, ist ja wirklich drei. Ei, das sind die, die was... Das ist irgendwie schon an der Brücke und das sind die und die Mann kommen. Traust dich nie. Traust dich nie. Ha, ha, ha. Das seid ihr. Also ihr putzt ist... Bei Leander, ich bin die Vernunft, bin ich hier. Und der Peter ist auch sehr vernünftig. Das muss man schon sagen. Ha. Oh Gott. Team Dankjohr. Hier sind meine GZ-Gebühren. Das lohnt sich wenigstens hier. Team Dankjohr bei uns immer. Team Dankjohr, danke für Ihre GZ-Gebühr. Team Dankjohr. Sie kriegen von uns noch einen kleinen Schlüsselanhänger. Von uns als Dankeschön. Team Dankjohr, vielen lieben Dank. Dankeschön, dass Sie die GZ-Gebühren angebezahlt haben. Sie kriegen einen kleinen Schlüsselanhänger, wo steht, wo ein Herz drin ist. Da können Sie drauf. Gibt es auch für die Supermarkt, für die Einkaufswegen gibt es einen kleinen Chip. Das ist da drin. Mit seinem kleinen Herz eingeritzt. Das haben wir jetzt neu bei uns. Team Team Dankjohr, warten Sie. Sollte die nächsten Tage herkommen. Vielen lieben Dank. Team Dankjohr, danke schön. Murphy ist aber keine gute Idee. Das ist eine schlechte Idee, Murphy. Ich habe alle die Taten in Meister Robby's Dojo-City. Oh, die gesamte Reihe Dojo-Reihe von Meister Robby. Es war doch wieder nur der Black Forest. Das war der. Oh, nein. Und da geht es. Meine Damen und Herren, keep your fingers crossed for Murphy as he tries to become our hometown hero. Oh, nein. Das kann was werden. Anyway. We'll be right back after this commercial. Oh, je. Das kann was werden. Oh, nee. Jetzt kriegt der Murphy kriegt er auf die Schnauze. Say, Hero. Äh, Shiro. Gute Nacht. Schlaf gut. Rau, was schönes. Äh. Achso, warte. Musik? Ja. Äh. Spiele eine der Werbenkassetten ab. Ah. Ich, mir ist heute etwas nach der amerikanischen. Ich muss sagen. Time to play a commercial. Zeit für einen Werbespot. Ja. Zeit für einen Werbespot. So. Es wird nicht gut gehen. Äh. Die große Platte in der Zimmerdecke muss so. Achso, ja, ja. Das ist bei uns. Das ist kein Problem. Ja, ja. Du, wir spielen. Weißt du. Na, so. Also. Das ist kein Problem. Wir haben so viel, wir dekorieren, wir tapezieren sogar die Wände damit. Also, das ist kein Problem. Das ist, also wirklich, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist kein Problem. Ja, 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 das ist kein Problem. Also, fang! Und da hinten, das ist, das ist kein Problem. Also, hier, da, ein kleines Feindchen. Fang! Haha. Das ist, ja, ding, ding. Na. Das ist bei uns so, na. Also, das ist, so. Äh, also, ja, ja. Bitteschön. Ähm, entschuldigen wir. So, so, so. So. Okay. We gotta keep the lights on. Play a commercial. Boop. Teddy Gallows Jr. Is a family man. A devout Christian. And a proud patriot. Teddy Gallows Jr. Is Gallows Creek. Like his father. And all his fathers before him. Teddy Gallows Jr. Has worked hard to create jobs. Improve infrastructure. And make Gallows Creek a good place. To raise a family. Unlike current mayor, Linda Cartwright. Teddy Gallows Jr. Lives in Gallows Creek. He's our neighbor. And he stands with our neighbors. Like Sheriff Matthews, who, after years of keeping the peace, Mayor Cartwright is trying to force into early retirement. Teddy Gallows Jr. doesn't believe in keeping a good man out of a job. Nein. Teddy Gallows Jr. believes in the American dream. So is it. Does Linda Cartwright? Ja. Help Teddy Gallows Jr. keep Gallows Creek a good American town. Yeah. Help him become mayor. Take a swing for Gallows Creek. Vote for Teddy Gallows Jr. I vote for Teddy Gallows Jr. My name is Teddy Gallows Jr. And I approve it. 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 God, what a jackass. 100% grade A asshole. Meine Stimme Halla. Natürlich. Scher Schillow! Vote for Teddy Gallows Jr. Scher Schillow. Reminds me that every vote matters. That ad really made me want to take a swing at Teddy Gallows. Peter Scher Schillow zockt. Take a swing for Teddy Gallows. Yeah, sure. Let's find out from our next caller who's got their vote. We got a caller. You know what to do. Oh, yeah. Scher Schillow, danke für den Ohren. Vielen lieben Dank. Und einmal für die Scher Schillow zockt ein. Ja, Scher Schillow, danke für den Ohren. Vielen lieben Dank. Wot for Teddy Gallows Jr. Jetzt ist Ruhe. Da hat man, da hat grad wer, die, getränkt, den nächsten Eis geteilt. Scher Schillow, danke für den Ohren. Danke für den Support. Danke dir. Vielen lieben Dank. Danke schön. Hat er ein Halleluja bekommen. Danke für den Support. Vielen Dank. Da gibt's noch bei uns. Hallo. Danke schön. Vielen Dank. Oh Gott. Ist das schon wieder der Mörder? Wer ist da? Hallo, alles in Ordnung, brauchst du Hilfe. Komm, ich sag mal, alles. Wir sind ja ein vorbildlicher Channel. Der Trashproble ist auch sehr nett. Ich geh da mal schwimmen. Trashproble, wo wohnst du denn? Er schon wieder. Ist das wieder derselbe? Du brauchst Hilfe? Forrest? Er hat mich geholfen. Wer? Das... Oh, oh. Er kommt für mich? Jesus. Okay, hör mal, Caller, nicht panik. Wir haben das jetzt ein paar Mal getan. Wir können dir helfen. Ein paar Mal? Schon? Also, hast du sie geholfen oder... Ja, wir haben natürlich alle Leute gerettet, ne? Also ich, der Chad. Jo, das ist eine Auslegungssache. Aber ich schon. Also, ne? So zum... Also hier so, der Schippsgrunt-Screw. Oh, nee. Puh, kapu. Zum Glück ist er nicht am Knöpfchen. Ah, aber... Bei mir passiert nichts. Na klar, kein Moment. Natürlich. Okay. Okay. Wir werden dir helfen. Kannst du mir deinen Namen sagen, Caller? Ich bin Dr. Sullivan. Oh. Sorry. Geh ein paar tiefere Lachen, Virginia. Wenn du okay bist. Bitte, nicht mich sterben. Du bist nicht tätig. Just calm down. Tell me where you are right now. What's your address? Ich... Oh, Gott. Der Kinder ist da. Rufe den Nachbarn, dann kannst du weglaufen, kannst du dich verstecken. Chat 1, 2, 3, was sagt ihr? Oh, Musik. Musik fehlt. Hey, Musik fehlt. Hey, Musik fehlt. Irgendwas. Ich brauche irgendwas zum Runter... Call. Kannst du weglaufen? Kannst du dich verstecken? Ah, das ist auch schon wieder mit diesem Verstecken. Das hat ja letztlich so gut geklappt. Putsi wollte halt nicht nochmal laden. Ne, wir wollen nicht laden. Ne, 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 ne. Wir müssen mit uns konsequent auch leben. Das gehört dazu. Sonst fehlt so ein bisschen der Spice. So, ne? Es ist schon irgendwie... Wenn, wenn, dann wäre es ja egal, was wir machen. Also, es ist schon... Ich würde schon sagen, wir können jetzt aber vielleicht irgendwann nochmal... Ich weiß nicht, ob man die Fälle einzeln laden kann. Und die könnte man dann nochmal... Das könnte man vielleicht in den nächsten Stream oder so machen. Aber ich finde es schon okay, dass wir nicht alles immer wieder laden. Ich glaube, das ist schon irgendwie cooler auch. Vielleicht kannst du in deinem Haus schlaufen? Ja gut, dann geht, rufe Nachbarn an und lass wieder rum. Ist es ein Nachbarn, den du kannst für Hilfe? Nein. Jeder ist heute Abend. Gut, dann bist du halt tot. Wenn du dir nicht helfen lassen willst. Das ist ein Zipidator und Gott, das habe ich schon öfter gesehen. Was ist der Name der Frat? Es ist... Oh Gott. Ich kann nicht mehr... Ich kann... Kann man nix machen. Wenn ich wusste, wo sie war, dann weiß ich es. Aber... Warte, der Nachbarn. Wenn wir den Nachbarn an den Nachbarn bekommen, können wir eine Message zu ihnen geben, um zu helfen. Virginia, von denen sie von den Nachbarn anbeln? Ich weiß nicht. Meine Güte, was weiß die denn? Keine Sorge, versuch dich zu erinnern. Sei nicht so kindisch. Versuch dich zu erinnern. Komm, oder? Gib ihm mal Verluste. Bisschen Schwund ist immer, ne? Zwei, oder? Ganz kurz an die Leute, die ihr das Spiel schon kennt. Wie lange geht das noch? Nur damit ich einschätzen kann, ob sich das lohnt, beim nächsten Mal noch weiter zu spielen oder... Wie viel Prozent haben wir? Nur ungefähr, weiß das wer? Ich würde auch zwei sagen, ne? Geht schon noch ein Stück. Mariko, du bist eine Süße. Weißt du, wie lange... Wie viel Prozent haben wir? 40, 50, 60? Was sagst du? Weil ich finde es sehr, sehr geil. Wirklich, ich finde es richtig, richtig gut. Muss ich sagen. Guck mal, haben wir schon eine Spitzgemu... Okay. Geh noch ein bisschen. Wie viel Prozent haben wir, zicke? Versuch dich zu erinnern. Komm, Virginia. Try to remember. 40, 50. Ich kann das nicht tun. Äh, jetzt geht's auf, geht's, die blöde Kuh. Oh, Freunde. Es scheint, wie unsere Virginia hat sich aufgehört. Während wir versuchen, was zu essen, was zu essen. Hier ist die Musik für eure eigenen Midnight-Snax. Peggy, was Plätze machen wir in Gallo's Creek? Auf dem Top von meinem Kopf? Äh, well... Da ist die Barbecue-Place, Grilling Spree. Und du kannst von Chalupa Cabras orderen. Okay. Oh, und natürlich haben wir Ponte's Pizza. Oh Gott, Ponte's Pizza. Das ist es, ich denke. Rufen wir sie an. Ja, das waren nur drei Pizzerien oder sowas. Na, rufen wir sie an. Ich würde sagen, auch etwas Geld, vielleicht etwas mehr. 10,95 Prozent, wie das Video. 25 Prozent haben wir schon? Oder ernst? Ich würde sagen, rufen wir sie an, oder? Okay. Wir kenne jeden Ort und fragen, wer sie heute Abend deliveren. Das wird nicht funktionieren. Geh aus Klientenprivilege. Was? Es gab viel Komponente in dem Tag. Und das heißt... Das ist maximal 30 Prozent. Okay. Packen wir's an. Kara, wie du machst mit. Danke für zwei Jahre. Vielen Dank. Packen wir's an. Ted, seid sie mit mir. Ich hab's gewusst. Mach-A-Machix. Ampulia. Du hast. So. Kylo. La Alisa. So. Well. Let's not waste any time then. Let's go, so wie du so. Das ist der Spirit. Ja. Du hast irgendwelche Suggestions an, woher zu schauen? Check die Offizie für alles, was mit dem Kuchen verabschiedet. Ja. Und vielleicht die Kuchen downstairs. Oh Gott. MAM BLEB TORUHR! Ich schließe jetzt unter meine Tür. Danke. MAM BLEB TORUHR! Ich kann da raus. Woher zu starten? Was würde mich von irgendwoher ordern machen, wenn ich ein Partying-Frat-Boy wäre? Wir haben einen Food-Kritiker, richtig? Chad oder Brad oder... MAM BLEB TORUHR! Ich muss nur nachher schauen. MAM BLEB TORUHR! Klassisch küssen. Danke für 20 Euro. Vielen Dank, mein Schatz. Und nicht vergessen. Nach jedem Gewitter kommt wieder die Sonne. Wir haben daraufhin im Dank für 20 Euro. Danke schön. Ganz viel Küsse, wie gesagt. Schlechte Tage gibt's. Aber es wird ja noch besser. MAM BLEB TORUHR! Alles Gute. Danke, dass du trotzdem da warst. Danke für deinen Support. Aber nicht das Köpfchen hängen lassen. Küsse ja natürlich, meine Hübsche. Können wir noch einiges? Vielleicht ein Drittel. Oh Gott. Hallo, Nui. Ja, Nui. Warte, ich muss da nur die Lampen aufdrehen. Moment. Bei mir ist dunkel. Ja, weil kein Platz in der Steckdose. Okay, gut. Wir gehen weiter. So. Also, die hat mir den Schlüssel gegeben. Schlechte Tage nicht die mit Sonne, Timur und Durstrecht. Nach jedem Sonnenuntergang, nach jedem Sommer kommt auch wieder der Winter. Also immer auch die schönen Seiten des Lebens. Personalbereich Empfang. Mein Lieber, mein Lieber, mein Lieber, pass auf dich auf und ganz viel Küsse. Ne? Der Winter, er hat, ist die schöne Seite. Ja, der Steffi. Hä? Der Sommer soll es sein? Natürlich, was sonst? Sehr weise, Alice. Sehr, 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 sehr. Hallo, mein Schatz. Ähm. Ganz kurz. Wie lange soll man denn noch machen? Also, ich frage mich auch gerade, soll man nächste Woche weitermachen? Wir haben auch noch Amnesia. Ich weiß nicht, wie wir das alles irgendwie so machen sollen, gerade so. Ich habe ihn wieder. Äh, äh, äh. Hallo, buntes Chaos. Äh, äh. Das, also, ich meine, soll man den Fall noch machen? Oder, ich weiß ja nicht, wie lange das geht oder so, ne? Also, für mich ist der Winter die schöne Seite. So, Kako für mich auch. Nur ein bisschen. Äh, aber ich, ich würde auch gerne wissen, was irgendwie am smartesten wäre. Weil wir haben auch noch, äh, Amnesia. Das würde ich auch noch gerne durchspielen, ne? Weiter spielen. Ja, ich spiele. Noah darf was zum Trinken. Ich sterbe gerade wieder. Äh, gern was zu Ende. Zu Ende kriegen wir heute nicht. Wir sind jetzt beim ersten Drittel anscheinend oder sowas, ne? Wir werden für ein anderes spielen. Ultimativ, ich glaube, heute werden wir wirklich dann wahrscheinlich nur das spielen, ne? Aber ich würde sagen, ich, 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 meine, ich würde das gerne durchspielen, wenn ich ehrlich bin. Und ich würde auch noch gerne mit Amnesia weiterspielen. Ich weiß auch nicht, wie ich das alles machen soll. Ist ganz spannend. Also, ich würde, ich würde die auf jeden Fall, ich würde die beiden, ne? Ich dachte, das ist eher so ein kurzes Indie-Game, aber das dauert ja schon doch echt lang. Aber Amnesia haben wir ja auch noch. Ähm, ich muss irgendwie schauen, wie wir das am besten machen. Vor allem, ich will auch keinen Dienstag-Stream immer dasselbe spielen. Das will ich auch nicht machen, ne? Ich schaue immer das, das da so ein bisschen so. Aber ich überlege gerade, ob wir, ob wir vielleicht nächste Woche was Kurzes davor spielen und dann Amnesia fertig. Und übernächste Woche was Kurzes davor spielen und das dann weiter. Weißt du, irgendwie so. Für den Freitag, für den Freitag habe ich eigentlich andere Sachen. So, weißt du, ich habe manchmal, am Dienstag fehlen mir manchmal Spiele. Gute Spiele für den Dienstag. Danke, Noah. Äh, brauche ich manchmal eh. Ich, weißt du, was ich meine? Man könnte es am Freitag, aber ich glaube, es ist schon gut. Ne? Äh, würde es halt machen am Freitag amnesia. Äh, am Freitag amnesia? Am Freitag amnesia? Am Freitag amnesia? Noah, Freitag amnesia? Ist in der Mittagssonne, wenn draußen gerade irgendwie die Vögel zwitschern. Amnesia, weiß ich, ob das so ist, ne? Soll-Game, ja, das Soll-Game hätte ich ja am Freitag gesehen und ich hätte am Sonntag Bramble gesehen, ne? Hallo Chaos-Keks. Freitag amnesia, das ist halt echt nicht so ein Horrorspiel am Freitag, wenn die Leute mit dem Eis durch die Gegend gehen. Freitag, ah, weißt du, so irgendwie, ich weiß nicht, ich bin auch am Überlegen, ne? Lieber das hier am Freitag. Oder ist es am... Ne, nee, nee, ist es auf keinen Fall am Freitag. Das spiel ich, wir enden am Dienstag. Ist ein Horrorspiel. Ich will am Dienstag schon Horrorspiele machen, ne? Ich will so, ich will Dienstag Horror oder so, irgendwie so. Okay, wir spielen mal das weiter, so. Ey, Lavi, Plattacke, fürs dabei ist der Gute, Tag, schlaf gut. Oh Gott, ich glaube, der Killer ist nicht da. Ich liebe es auf die... Ja, ey, Christine, ich glaube auch, gell? Ah, das ist die Kantine. Äh, achso, warte, ich muss die... Ich muss jetzt so Flyer finden. Finde ihn, wir sagen, wo die Partystudenten bestellt haben. Wo können die Partystudenten bestellt haben? Äh. Ja, wo haben... Wo könnten denn diese... Warte mal, ich bin in der Küche. Da steht doch irgendwo sicher irgendwas. Ne? Lieber weiter mit Killer. Ja, das machen wir jetzt eh auch, warte mal. Ich, ich... Ne, hä, wo... Wo haben die denn diese Flyer? Ich brauche so einen Flyer. Es gibt nur eine Lösung, du musst die jetzt ja gleich streamen. Ne, ich, ich... Out of order. Oh, schade, ist kaputtes Ding. Äh, was? Wo haben denn die Studenten... Wo haben die Studenten... Seven Days, VHS... Wo haben die denn diese Flyer? Hä? From Below. Äh, was ist das... Äh, was ist das denn? From Below it came. Schubladen vielleicht. Ja, irgendwie sowas, ne? Ich würde zwar gerne alles sofort sehen, aber wenn das Spiel so lang ist, würde man mal schieben. Ja, ne, ich, 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 äh... Ich glaube schon, dass ich so mache, wie ich gesagt habe. Und der ist auch kaputt. Da ist doch alles hin! Das ist, weil die letztens, äh, die Zuschauer, äh, die unähnliche Geschichte geschaut haben bei mir. Und da haben sie so gern Fernsehen geschaut, haben sie ganz fiekige Augen bekommen. Weil sie zu lang Fernsehen geschaut haben. Wo ist denn dieser blöde Flyer? Und kurz sind wir da draußen? Ja, das ist... Chat, wer kennt das auch noch? Wenn ihr zu viel Fernsehen schaut, gibt's fiekige Augen, hä? Das habt ihr ganz sicher bei der Tünei, die oft gesagt. Oder bei, oder beim Blümi. Oh, okay. Oder bei der die Fuchsi. Oder bei Markus, der ist nämlich sehr süß. Bei der Sorrelosa natürlich auch, Christina, ja? Ich war damals ganz besonders blöd. Ich habe mich extra knapp vor den Fernsehen gesessen. Weil ich wollte, dass meine Augen schlecht wären. Weil ich wollte immer eine Brille haben, als ich kleiner war. Ich fand immer cool. Ich fand immer, Brille ist immer geil. Und ich habe mich damals extra knapp vor den Fernsehen gesetzt. Weil ich eine Brille haben wollte. Ich wollte, dass meine Augen schlecht wären. Ja. Erbsnelse, mein hübsches Schlafgutraum, was schön ist. Danke für die Finanzspritze. Danke für die GZ-Gibber. Danke für die Hüberung. Vielen Dank. So hat denn die Lidl mal Web da am Tisch? Natürlich. Das ist ja... Ist das ein Pinaculada-Schirmchen? Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Oh. Amazing? Was? Okay. Äh, nur am Saff. Ja, so kenne ich halt die Lidl mal Web. Was willst du, was willst du? Hä, wo ist... Hä, wo haben die denn? Mariko, hilf mal kurz. Du kennst das Spiel ja anscheinend. Ne, auch nicht. Äh, hallo Hot Angel, mein Schatz. Dein armes Programm. Wie geht's dir? Und du bist du und danke für den gifte Zapf. Vielen Dank. Dankeschön. Oh, warte mal. Hier vielleicht? Hä, wo ist denn das? Oh, im Büro. Oh, im Büro auch? Okay. Ich hab gedacht, wie ist das passiert? Oh, im Büro. Aber warte mal. Hier vielleicht irgendwo? Weil du hast ja eher so, wenn du eine Pizzerie hast und einen Flyer... Ding, Ding. Im Büro. Schauen wir mal. Ist denn... Tja, ganz netz ehrlich, ist euer Schreibtisch in der Arbeit aufgeräumt? Könnt's ehrlich sein. Könnt's ehrlich sein. Mit mir könnt's ja reden. Hallo Hot Angel. Hot Angel, bis später. Pass auf die Auge. Perfekt aufgehoben. Ich lebe hier bei dir, glaub ich, das sogar. Ich hab keinen Tisch. Teneide, ja, du hast nur... Ja, okay. Das war... Ja. Jona, nee. Arbeit, ja, zu Hause. Nein. Stiftung, Papier und Katalog, sonst nix. Ach. Ich hab auch... Also bei mir ist eigentlich auch immer sehr aufgeräumt. Also bei mir ist auch... Also eigentlich ist bei mir wirklich immer aufgeräumt. Also ich hab... Mayonnaise hab ich hier. Und... Augen Vital hab ich hier. Und ich hab... Ich hab nochmal Mayonnaise. Und... Was hab ich da? Da hab ich so einen... 50 Cent... ...Taler aus Schokolade. Den hab ich da auch rumliegen. Äh... Dann hab ich... Was hab ich da? Ja, da hab ich diese Habanero-Gummebärchen aus dem Wieno. Die liegen da auch noch. Dann hab ich hier noch... Den Kajo, den ich vom Black Forest bekomm, hab... Den liegt da auch noch rum, ne? Ich also... Aber eigentlich würde ich sagen, ist auch total aufgeräumt. Also wirklich... Da liegt noch ein Socken. Ja, der ist auch noch. Also ich... Also da liegt Sour Cream. Sour Cream. Also bei mir ist ich auch... Bikku-Pennung. Also da gibt's eigentlich gar nix. Also das... Da war ich zum Glück immer... Also da war ich eigentlich immer recht froh, dass ich immer recht ordentlich war. Das muss ich schon sagen. Also das ist bei mir... Da findest du alles da. Ein Handgriff sitzt... Und ein Stift in der Hand. Also es ist eigentlich... Zuckerpuck. Wie man sagt in Deutsch. Also sofort ist es da. Gute Not... Danke. Das ist Dachprofon, ja? Mario für die Konzentration. Richtig mir ab und zu. Da brauch ich halt so einen... Einen Mayo-Shot. Ne? Das ist ja ab und zu... So ist es. So, ne? So, gut. Was... Also hier. Genießen Sie eine kostenlose Probe-Knoblauchbrot. Oh toll. Wir haben unsere aktuellen Angebote und Deals ausländen die Box geöffnet, falls Sie sie live vorlesen möchten. Natürlich. Die wollen immer, dass ich Werbung mache für die Schweine. Das ist noch ein Angebot von Grillingspriest. Fürchterlich, ob wir finden sollten, stattdessen unsere Werbung vorlesen. PS. Ein Feinschmecker wie Sie muss unbedingt unsere drei Stunden lang gepackene Pizza kosten. Alles Liebe. Pontys Pizza. Hey, ich habe das Knoblauch vorhin gegessen. Es war mittelmäßig, genau wie Ihre Sendung. Das Angebot ist aber ein Blick wert, John. Aha. Da haben wir schon einmal eins. Ciao. Gut, da haben wir schon einmal einen Hinweis. Für, ne? Ich schreibe nicht so, dass es auch nicht kann. Ich spreche mir auch oft Mayo. Das muss etwas Deutsches sein, ne? So, Mayonnaise in den Kaffee reinigen morgen. Das habe ich mir mal sagen lassen. Ist das wahr? Dass man das in Deutschland macht? Ne? Also, das... Das haben wir mal sagen lassen. Das stimmt. So, soll ich mal... Gut. So, ne? Gut. Ey, soll ich jetzt anrufen? Warte mal. Ähm. Wie ruf ich denn an? Ich brauche nämlich noch mehr, oder? Ja. Warte mal. Viel Siebenmesser auf, wo die Party... Ja, wo bestellt haben. Ja, ist ein Muss. Das habe ich mir mal gedacht. Ja, ja, ja. Oh Gott. Wurde nicht der Kaffee leidig ist, als ich... Okay. Äh, äh... Was ist denn zu meins, mein Kaffee? Ich habe das mal gehört, dass in Deutschland sehr beliebt. Er kommt auf die Ideen. Deutschland halt. Bei uns ist es auch oft das Schnitzel zum Kakao. Ne? Ist in Österreich auch so? Chalupa Cabra. Ah! Chalupa Cabra. Die Geschmacksprofile von Chalupa Cabra sind die Besten der Stadt, da sind sich alle einig. Obwohl der El Diablo Burrito recht teuer ist und kein Angebot umfasst, bietet er das Beste im Mundgefühl. Und Ojevos Rancheros sind einfach ei-einmalig. Zum hundertsten Mal! Es ist ein Audio-Medium. Die Leute sehen das Ei-einmalig nicht an, Idiot. Okay. Jetzt haben wir das Zweite. Nein, Spaß. Ich habe ja den Spaß gemacht, Schnitzel zum Kakao. Nein! Nein, nein, nein. Das hat Spaß. Nein, natürlich nicht. Das klang wie bei Hogwarts Legacy. Was? Äh. So, hier noch oder wie? Oh, hier. Okay. Äh, ich habe drei, drei Warns insgesamt, oder? Wir können ja nichts mehr spielen im August. Da kommt es auf die Konsole. Ne, ich, äh, der schlägt mich. Schnitzel zum Kaffee ist auch gut. Affen, Mann. Wir beide, wir wissen das. Ich brauche noch einen Flyer. Einen Flyer brauche ich noch, Shit. Teller mit oder ohne Butter? Das haben wir die Diskussion immer oft, aber es ist eigentlich gut dumm, weil natürlich mit. Warum sollte man die ohne? Das macht gar keinen Sinn. Ähm. Ohne, ja. Das macht keinen Sinn. Was soll man da noch sagen? Äh. Ohne, ja, es ist sehr, ja, es macht keinen Sinn. Ja, also, ja. Ich brauche noch, Shit, wo ist der letzte Flyer? Ne? Wo ist der letzte Flyer? Wo ist der letzte Flyer? Oh, das war der Töte, was wir getötet haben. Nutella ist nicht nur, nur Löffel. Ich, ich, wo ist denn der? Warte mal, ist der letzte Flyer vielleicht wirklich hinten? Weil, das wird nicht umsonst aufgegangen sein. Tschüss, wer der Hübsche. Schön, dass du da bist heute. Warte mal, ich brauche, äh, wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn? Der letzte Flyer. Ja, und mit kein Flyer. Wo ist denn der letzte Flyer? Ich mag kein Nutella. Ich bin auch nicht der größte Fan, muss ich sagen. Ist halt sehr süß. Und halt sehr viel Zucker. Na, das ist, ich glaube, das ist eigentlich das größte Problem mit Nutella. So viel Zucker halt. Hä, wo ist denn der letzte Flyer? Go, girls, hi, I guess. Ah. Gello, was, äh. Hä? Nee, das ist es doch nicht, oder? Hä? Okay, äh, wo ist denn, wo ist denn der letzte Flyer-Chat? Wo ist denn der? Das kann doch nicht sein, der muss ja hier irgendwo sein. Ich kann doch nicht umsonst... Nice. Oh, letzte Idee. Ah, neue Musik, sehr gut. Äh, wo ist denn? Nein, wir haben gerade ein Rattenproblem. Nee? Das ist eine Videokassette. Okay. Äh, wo ist denn... Wisst ihr, wo der letzte Flyer ist? Mariko? Vielleicht darf das halt... Nee, auch nicht. Nee? Nee? Äh, wo ist denn das? Dankeschön, Luki-Dux. So. Und Lindenweb, schreibt nicht aufräumen. He, he, he. Der Nutella ist der Purzucker und viel zu süß, die sind uns einig. Ach so, Matisse, ich weiß, was du meinst. Ja. Okay. So. Ah, 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 ah. Okay. Also, ich habe alle drei, äh, äh, Dings für die Pizzen. No way. Huh? Hey, find anything useful? Ja. Äh, ich, 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 wo das suche ich nochmal? Okay. Schreien. Okay. 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 Aufpassen. Ja, ja, muss ich bei mir zu machen. Hm, billiges Essen, billiges Bier. Das klingt nicht, Patsi. Oh Gott. Check Brad's Desk in the office. Brad. These are food critics, so his desk is your best bet for food-related info. And maybe the kitchen downstairs. See what you find. Okay. Also, ich habe alles, oder, Jack? Ponty hat free beer. Aber wir haben Ponty. Äh, äh. Da, wir haben doch Ponty. Da ist doch die Nummer von Ponty oben, oder? Äh, es ist der Pizzakarton mit dem Free Beer, oder was denkt ihr? Ha, äh, Carly, danke fürs erste Mal. Äh, danke fürs erste Mal und vielen Dank. Dankeschön. Die Schachtel. Äh, warte mal. Es geht um die Schachtel alleine? Ah, weil hier free beer ist. Ah, ja, okay. Also, das da, oder? Bruder, danke fürs, dass ich auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir sind auch noch im Dachgeschoss, aber seit den letzten Schuss nachlassen. But das Problem ist, bei mir sind drei Bildschirme, ein PC, eine Kamera. Bei mir ist halt warm. Bruder, danke fürs dabei sein. Okay, ich glaube, ich habe alles. Hey, find anything useful? Ja. Ich bin bereit. Yes, I have. Okay. Das ist großartig. Are you ready to get back on the line? Oh, danke schön. Ich bin bereit. Schild Rose, pass auf. Ich schau die Musik auf. Musik abdrehen? Aber echt, hör die Musik auf. Warte, ich habe auch eine andere Platte auch noch. Okay, Forrest, schau die Musik auf. Uh, da bin ich schon gespannt. Okay, Forrest, what will it be? Oh, äh, Pondis Pizza. Chatterhoof Pondis Pizza, oder? Pondis Pizza liefert nämlich gratis. Pondis Pizza. Oder Pondis Pizza mit Sendingsi. Oder Chess und Blömi und Mad Wolf. Pondis Pizza. Call Pondis Pizza. You got it. Pondis Pizza is on the line. Pondis Pizza. Pondis Pizza. Pondis Pizza. Pondis Pizza. Pondis Pizza. Pondis Pizza. Hier der Studi nochmal. Oh, wie stellen sich die Jungen vor? Hey, Alter. Das könnte schon sein, ne? Hey, Alter. Wie sagen die Jungen? Die Tigerkili, die ist, glaube ich, so 18 und die Kur ist 19. Wie sprechen die Jungen? Hey, na, hast du alle Fritten dicht? Was geht ab in Donaustadt? Ich bin einer von euch. Das kriegst du nicht raus, diese Jugend. Das ist drin. Das hast du da drinnen, hab ich das, ne? Das ist ja, ne? So, was sag ich jetzt? Was gelten? Was gelten? Ich ruf an zur Stunde. Es ist schon ein bisschen spät. Hier der Studi nochmal, ne? Frattman Colin, we are in major need of foods for dudes. Sechstens. So reden die Jungen. Foods for dudes. So reden die Jungen, genau. Ähm. Ne, I take your order. Richtig. Knoblauchbrot. Oh, scheiß, was nehmen wir. Äh, Kno... Was nehmen wir? Äh. Knoblauchbrot war gratis, oder? Ne, warte mal. Das war gratis. Gratis. Knoblauchbrot war nämlich gratis, oder? Und die langsam geröstete Pizza? Wir hätten gern alles. Knoblauch. Okay. Ich brauche etwas Garnicbrot. Ich brauche das Brot! Ja! Karte! Und wo willst du das deliveriert? Oh, dämlich. Äh, das ist das, wie vorhin, du. Die Frat House. Got it! Und wir haben das über dich, direkt weg. Oh, und eine noch Sache. Kannst du eine Note zur Ordnung, die sagt, um die KFAM zu nennen? KFAM? Oh, considerate Darn. Tep, ich bin stolz auf dich. KFAM sind große Fans, was es ist passiert. Ganz bestimmt. Ich sollte wirklich nennen sie und lassen sie wissen. Tep, ich bin stolz auf euch. Ich bin so stolz, wie auch mein erstes geboren ist. Also, so. So, Tep, es ist Zeit für die neue Platte. Weiz! Achtung. Weiz! So, jetzt. Achtung. High five an alle. High five! High five, Matt Wolfie, high five, ich bin so guter. Rubelken, high five. Oh! Ah, das ist unsere neue, neue Idee. Neue Reitbekommen. Oh, was? Ist mal gerade zu drin? High five. Oh, high five! Das ist doch. Which of the takeout places would you order from? To save Virginia? No. Where would you actually eat? Oh, I mean, they're all pretty equal. Uh, sind alle gleich schlecht, sind alle gleich gut, wenn du dich entscheiden wüsstest? Sure, but if you had to pick one. All right, all right. Not Ponte. Ah! He's... Ponte ist so gut! Right. So, between Grilling Spree and Chalupa Cowboys. I mean, it depends. Do I want a plate full of meat? Or do I want really, really good nachos? It can change depending on the day, you know? Yeah, fair enough. Maybe I... Call up that thought, Forrest. Who's got a call coming in? Anruf! Eh, 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 Tony, mach musik ruta! Musi... Ah, no. Eh, Jesse, teal, afman, musik ruta, musik ruta! Anruf! Hallo? When you're ready, shut the music off. Okay, my musikos. Hello, caller. You're live on the stream. Live with me, Forrest Nash. Hey, 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 this is Prattman Poker! Ah, da haben wir wieder ein Sebinado ist am Telefon. Hallo, sag mal, hallo, alle Sebi. We got some calling, Fran. Hope to call this number. Sehr gut. Yes! Poker! This is Forrest Nash from 189.16. The Scream. And... Is this Goose? Oh, man. It's totally you, isn't it, Goose? This is such a Goose-Brack. Sure, whatever, it's Goose. Now, listen. Goose, dude, get your ass to the party. We got so much beer! Listen, I need you to... Goose, come get beer. Your brothers are waiting for you. I'm not Goose. How can I prove this to you? Let me get a second opinion on this. Norman the Barbarian! What do you think? Goose, 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 goose. Goose, goose. Goose, goose. Great idea. I've asked a Cyberfox. Norman the Barbarian says, only the Radioman can control it. That's me. So, play us. The Flow, come to fort. Wait, really? What? The Flow? Norman the Barbarian demands it. Flow, come to fort. Okay, okay. I'll play the damn song. I'll play the Flow. Oh, shit. Okay, okay. Okay, okay. I'll see you again. I got my attention. What is it? Oh, God. Listen. You've got to get over to your neighbor's house. All of you. Just say no more. Oh, oh. There's the murder. There's the murder. Bleib ruhig. Oh, God. Forest, Line 2. What? Leitung 2? Leitung 2! Leitung 2! Hello. You're live on 189. 199.16. The Scream. Forest, that's the killer. He's at the door. Oh, oh. Chat, 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 chat. Oh, my God. It's you, isn't it? Oh, oh. Äh. I didn't talk. I promise. Oh. Aber der Mörder ist auch der. Die Party-Studenten der Chat ist gerade angekommen bei ihr. Aber der Mörder ist auch der. Chat, bleibts vorsichtig. Bleibts vorsichtig, Minerva. Pass auf auf meine Kinder. The party has arrived. Oh, thank God. He's gone. Ui. Oh, is that you, Radio-Man? Don't worry. We brought the beer. Good times are you. I could use a drink. Thank you, Forest. Okay, wir haben die, wir haben gesagt, die sollen da hingehen, damit die nicht, damit, und der Mörder hat sich verpisst. Also die, die, die. Ah. Okay, okay, okay. Also die sind, die, die sind, also der Mörder ist weggelaufen, weil zu viel kamen. Okay, Chat haben wir gut gemacht. Chat kriegt's alle heute am Abend ein Gap. Oh, guck. Chaos, dankeschön. Chaos, danke für 20 Euro. Danke dir. Guten Abend, Putz. Ich bin erstmal einwohner in Ägypten und deswegen hier ein bisschen kein Geld. Ich hoffe, du hast deine schöne Zeit in Wien. Danke für die tollen Schüsse. Grüße an den Chat. Oh, Chaos, dankeschön. Vielen Dank für 20 Euro. Danke dir. Vielen Dank für den Support. Chaos, ich wünsche dir, du bist ein Monat in Ägypten. Chaos, ich wünsche dir ganz viel Spaß, aber vor allem eine ganz gute Sonnencreme. Chaos, ein Monat in Ägypten. Pass auf dich auf. Und ich wünsche dir, und aber so ein Creme in Chaos. Ich will nicht, dass ich will dir kein Sonnenbrand sehen, Chaos. Vielen Dank für 20 Euro und ganz viel Spaß in Ägypten. Pass auf dich auf. Pass auf deine Sachen auch oft, auf deine Wertsachen. Du weißt, du hast immer so ständig, wird gern gestohlen. Pass auf dich auf. Und ich wünsche dir, ganz viel Spaß und komm gut wieder zurück. Ganz schön wohl, dass wir dich. Danke für den Support. Dankeschön. Und pass auf dich auf. Dankeschön. Hallo, Pitchi Mama. Und hallo, Charalichs, danke für 28 Monate. Vielen Dank. Dankeschön. You're welcome, Virginia. And thank you to Plunker and his fraternity brothers. Some heroes wear capes. Some wear sheets as togas. Hey, Forest. Did you hear what Virginia said earlier? What is that all about? Clive, I didn't talk. Do you know what she meant? There's a janitor here at the station named Clive. But your guess is as good as mine. All right, folks. Seems we may have a lead. If any of you know a suspicious Clive, then please call in. It could save lives. In the meantime, looks like we have another caller. Where's the Clive? Ken Drexer oder wie? Huh? Okay. Nächsten an den Radio ran. Hallo. Wie war man dran? Wer möchte? Okay, Forest. Shut the music off. Okay. Hello, caller. You're live on the stream with me, Forest Nash. It's great to speak with you, friend. Is this a pizza man? As a local small business owner, oh, I find this all horrified. What is he then? A killer roaming the streets of our fair town? Terrible. I hear you there. It's a scary time for everyone in Gallagherstreek. How are you holding up? You somewhere safe tonight? Achso, das ist der Dude, der gesagt hat, der haut immerhin in die Groschen, oder? War das nicht der? Yes, Forest, I am. I'm here at work in my small business. It's a safe, family-friendly place. Sehr gut. Wie bei mir im Chat. Oh, welchen Kellenlern hast du denn? Du arbeitest noch um diese Uhrzeit, das freu... Wie spinn ist es denn gerade? Weiß gar nicht, ich hab gar keine Uhr. Äh, oh, welchen Lern hast du denn? Oh, das ist doch wieder da. Die Fuchs ist auf, ich bin schaust. Party's Pizza, the best and only pizza place in town. Come on down and get yourself a knackendeal on our two-for-one... God damn it, Party, no. No free ads. Das sind immer die Leute, die dann kommen, die gerade die Werbung machen. Die hab ich bei mir auch manchmal. Genau so sind die. Hat er wirklich wieder Werbung gemacht, die Dreckschwein? Ich hab doch wusste, dass der Ponte wieder es ist. Ich meine, ich glaube, wir können nicht so schade sein. Kommen von Pontys, das hat gesagt, Virginia... Das stimmt, das stimmt. I can be mad, Peggy, that sort of thing, just... I can be mad. Look, he's gone now. We already have somebody else on the line. Just take a deep breath and let's keep going. Aber ich mag den Ponte. Der Ponte ist irgendwie lieb. Also er nervt, weil er immer Werbung machen will für sein Laden, aber ja. Ich hab noch nie Eigenwerbung gemacht. Zumindest nicht bewusst. Hallo, Eugene. Ich bin verliebt. Ich habe mich mitten... Steh im Himmel und warte auf sie. Ja. Molly. Heute haben wir die Meisterin vor ihr. Im Liebeslabyrinth, ja. Das ist es. Soll ich sie anrufen, ob sie kommt oder soll ich einfach noch warten? For real, kid? If you've been listening all night, do you really need to ask me? Yes, that's why I'm calling. Geh nach Hause zu den Eltern, musst du das wirklich fragen. Bleib einfach da und warte noch weiter. Ich mein, der Bub, das ist ein kleiner Bub. Das ist jetzt hier so der Timolo. Der wartet gerade im Eisfeld auf seine Freundin. Und die kommt bestimmt gleich. Aber da... Und dann sag ich, da ist aber ein Mörder. Nein, der tut mir nix. Weißt du, was ich mein? Ich sollte ihn schon nach Hause schicken, hä? Geh nach Hause zu den Eltern. Der Mörder ist da... Weißt du, was ich mein? Ja. Die Fuchs sind mit dem hübschen Schlafgut. Und ich wünsche dir morgen einen schönen Arbeitstag. Wenig Stress. Und, ähm... Vielleicht findest... Egal was du magst, einen Geldkoffer. Und den teilen wir uns dann. Als Erwachsener sollte man eins nehmen. Ja, ich würde auch sagen, geh nach Hause zu den Eltern, oder? Ich mein, das ist... Na, also, was mein... Aber nach Hause zu gehen ist doch auch gefährlich. Ja, aber dort warten ist auch gefährlich. Also, daheim ist es sicherer als unterwegs. Wollen wir mal sehen. Ähm... Also, ich würde schon sagen, dass er nach Hause gehen soll, ne? Eugene, you really need to go home to your parents. My parents are dead, actually. Warum sind von allen die Eltern tot? Oh, jeez. Yeah, I guess it's not the night. Oh, oh. Hang on. Ist es die Molly? Ist es eine Freundin? Molly! I'm in the middle! Das könnte der Mörder sein. Oh, oh. It'll take a while to get here, but, uh... Thanks again, Forrest. It's been good talking to you. Hö, ich hab pfeif. Oh, no! Wait a second. Molly can't whistle. Oh, no! No, no! This is supposed to be the best night of my life! This is the Mörder! Ähm, wir helfen dir da raus, weißt du, die da rausstehen und lauf einfach durch die Wände. Wir helfen dir da raus. Wir machen das, Chad, wir helfen! Komm, hände hoch! Komm, komm, komm! Mirabel! Hellangel! Susie! Striffkalle! Jonah! Was ist das eigentlich für ein Spiel? Schirrall ist wie ein Radiomoderator und es läuft Killer rum und wir müssen den Leuten helfen von da aus. Okay, wir helfen dir da raus, komm. Stay calm, Eugene. Es ist ein Maislabyrinth. Carl! I'm about to die a virgin! Ich sterbe, ruhig! Ich sterbe gleich als Jungfrau! Das, nein! Oh Gott! Ja, das, da kann ich die Panik schon verstehen! Ja, da, ja, da kann ich schon verstehen, dass man ein bisschen nervös wird, ne? Danke, Jos, Aaron, vielen Dank. Die Zusammenfassung ist oben angepinnt. Ich seh das nicht, aber danke schön. Listen, Eugene, breathe, hide. Und kenne dich zurück in einem Moment. Ich werde dich raus. Hi. Ich werde das machen. Oh Gott. Warte mal, ich hatte noch dieses... Aber bitte, hurry! Wo war denn das nochmal? Well, listeners. Oh. Well, Peggy und ich deliberaten. Alles gut, die wir uns alle gründen. Äh, okay, ich muss... Äh, warte mal, wo war denn dieses... Warte mal. Wo war denn dieses Maislabyrinth? Äh, wo war denn das nochmal? Ist es nicht das da? Ne, blöd in der Stadt. Ich hatte... Ich hatte das. Wo war das nochmal? Unten war das. Aber ich kann nicht raus. Achso, soll ich Musik machen vorhin? Achso, ja, klar. Ja, okay, ich muss jetzt Musik anmachen. Hier gibt es doch eigentlich zu... Oh, am I supposed to get in through the Maze-Maze. You know, Barbara, our receptionist? She's a Maze-Maze fanatic. Shame, she isn't here. You're supposed to go with her last week. She changed her mind. Okay. Hä? Soll ich jetzt nicht runtergehen? Hä? Mirabel, äh, soll ich nicht runtergehen? Achso, warum wollte sie dann doch nicht? Ist so ein Maislabyrinth nicht nur was für Kinder? Sie wollten gehen. Warum wollte sie dann doch nicht? Warum hat sie ihre Meinung geändert? Sie ging mit dem jörgigen Brad. Nach diesem Game schilder sowieso. Geht denn jeder bei einem Date zu dem Maislabyrinth? Also ich glaube, der Chat geht auch beim Date immer ins Maislabyrinth, oder? Does everyone in Gallows Creek go on dates in the Maze-Maze? A lot of folks do. Ja, der Chat macht das auch. There's something nice about getting lost, I guess. Amaze-Maze. And besides, there's not much else to do here. Maybe we should call Barbara then? No, not sure. Ja, dass wir selbst callen die Alice. We could, but I don't actually know her number. Okay. But she probably has Maze-Maze-Stuff somewhere. Go and see what you can find. Mit 100 Pro verloren gehen. Natürlich. Barbara ist bei dem Empfang unten. Barbara, you know, Barbara. Ich kenn doch Barbara, das ist doch die Unordentliche. Forrest, I've seen you speak to her. Help me out, Peggy. She's the receptionist. Natürlich. Sits at reception, never does any work, because she's talking to Brad all day. Ah, das ist die Lin-Mai. Ringgitbells? Ja, 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 das ist die Lin-Mai. Sorry, I guess it's just the stressor. No excuses. Just go and find something to help us. Ja. Maus-Maze, Korn-Maze. Nee, nee, Maze. Ich glaub, also ja stimmt, Korn-Maze muss es eigentlich heißen, ne? So, okay. Ich muss, ich kann mich erinnern, dass wir das, diese Mais-Libyrite-Karte haben und inzwischen dieses kleinen Bub da durchleiten, durchführen, ne? So, da, genau, ich erinnere mich. I can go, here's what I was looking for. Sehr gut. Am wenigstens bin ich EU-Frau. Ja, ich auch nicht, ich bin nämlich Skorpion. Hey, hey. Können Sie nicht so schweinig sind, wie ich mal bin. Was sollen denn die Kinder denken? Hey, ne? So. So. Ja, ab hier, das Maze-Maze-Labyrinth. Jona, hallo, Muslimisch-König, wie geht's denn mit der Hübsche? Ja. Pst. Äh, so. Äh, ja, Herr, äh, so, warte, ja, ja, ja. Äh, Panny. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Leitung 1. Okay, Leitung 1. Okay. Musik abdrehen. Welcome back to 189.16, The Scream. I hope you lovers like that track. And I hope we can help our lover in the Maze-Maze. Okay, jetzt, jetzt geht's los. Chat, mach mal das noch und dann mach mal Ende. Wir machen das jetzt noch und dann mach mal Ende. Ist das okay? Ist das ein Deal? Ich bin Scorpion, 1. November hab ich geboren, hab ich, hab ich geboren, bin ich, hab ich Geburtstag. There. Oh, oh, da ist der Maze. Okay, Chat. Ich stehe an einer Kreuzung, vor mir ist eine Traktor-Statue. Oh Gott, ey, die erzählen so viel. Okay, Chat, merkt euch das, bitte merkt euch das vor, ein Traktor-Steller, Traktor-Statue, Heuballen. Gold, on my right. Okay. Hab ich, ich hab, okay, okay. Traktor-Statue, das ist bei 1. Okay, Traktor-Statue. Okay, das ist bei dem kleinen, äh, hier, bei dem kleinen, äh, da. Und goldene Heuballen, hat er gesagt, links und rechts, oder? Wo, wo, ach so, ich muss ihn nach oben führen. Ich muss ihn nach oben führen. Okay, er ist gerade bei der 1. Wenn, hat er gesagt, gerade links und rechts sind Heuballen? Er steht vor einer Kreuzung, vor einer Traktor-Statue, rechts in den goldenen Heuballen. Okay, dann muss er links gehen. 2 ist rechts von ihm, vor ihm ist 1. Dann muss er links gehen, oder? Dann muss er links gehen. Weil dann geht er rauf, oder? Ich weiß nicht, wie ich das zeigen kann, aber wisst ihr, was ich meine? Also, müsst ihr nach links, dann geht er nämlich nach oben. Er steht vor 1, rechts von ihm ist 2, also geht er nach oben. Dann müsst ihr da zu 3 und 4 und, äh, da so rauf gehen, oder? Warte mal. Warte, wie kommt er denn da rüber überhaupt? Es gibt, glaube ich, nur einen Weg, ne? Er ist da oben. Also, von ganz oben da rüber nach links, da. Oh Gott, wie soll er denn, wie, wie kommt er denn da? Warte mal. Ich bin da von 1. Hey, wie soll er denn da rauf gehen? Wie, hey, wie kommt er denn da rauf überhaupt? Von wo aus, wo, wo sollen wir überhaupt zeigen, dass er hin soll? Chat. Der muss zu 9, er muss zu 9? Das ist ein Weg, den er gehen muss links nach links. 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 Hä? 1 hoch Richtung 3. Er muss zu 3? Okay, also links, Chat? Er muss erst links. Okay, also, ich weiß ja nicht, wohin muss. Wenn ganz oben im Norden mit dem Zweifel der Ausgang ist, und der Eingang, dann frage ich mich trotzdem, wie er da hinkommt. Weil, rechts geht's nicht. Rechts ist der Sackgasse. Die 9 ist der einzige Weg, der rausfährt. Das ist das Korn-Sino. 1, 4. Aber warum 9? Achso, ist das verbunden? Äh, warte mal. Ist, 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 ist 9 das Verbindungsstück zu dem? Weil, der, der liegt so auf beiden Dings drauf. Er steht vor 1 und vor der, und rechts, vor ihm ist der 1 und rechts, vor ihm ist die 2. Von der 4 kommt er zu sein. Achso, der kann da so rüber. Achso. Oh, okay, also müssen wir jetzt nach links gehen, Chet. Ey, wenn ihr entstirbt. Also nach links. Go left. Okay, okay. Dann hab ich's rechts versucht, okay? I went left. Then tried a right. I have a pigstatue. Schweinestatue vor mir. Okay. Schweinestatue ist 3. Und Schaukelpferd ist... Schaukelpferd ist links. Okay, also vor ihm... Er ist an der Kreuzung zwischen 3 und 4. Er muss jetzt... Warte mal. Schaukelpferd zu seiner linken. Er muss wieder links, gell? Er muss nach oben, oder? Zurück. Er muss jetzt wieder nach links, oder? Er steht jetzt genau an der Kreuzung links von ihm ist die 4 und 3 ist rechts. Zurück. Er schaut auf das Schwein. Er sieht die Schweinestatue vor sich. Ja! Aber wo ist er denn? Er muss doch zu 5. Warte kurz, ich mal das Ding mit Edding auf meinem Bildschirm. Das ist sehr gut, Perturico, Dankeschön. 3 ist vor ihm, ja. Aber nee, er muss an der Kreuzung stehen. Wenn 3... Das kann nicht sein. Er sieht eine Schweinestatue vor sich und links Schaukelpferd zu einem linken. Er muss... Kann ich euch... Wie kann ich euch das zeigen? Hier, da. Ne, geht nicht. Scheiße. Hier. Hier. Er steht hier. Vor ihm ist die Schweinestatue und links ist das Schaukelpferd. Dann muss er doch hier stehen. Oder? Er muss Richtung 5 und dann links anbringen. Wenn es höher. Warum? Eine Warte oben. Hä? Was? Wo er steht? Ah, warte mal. Hier ist es. Äh. Er steht hier? Warum hier? Er ist nach links gelaufen und hat dann gesagt, er ist dann rechts gelaufen. Was mich sowieso schon verwundert hat. Er ist links gelaufen. Dann müsste er eigentlich links gelaufen sein. Dann wieder rechts. Oder zählt... Ne, warte mal. Oder zählt das als Eingang? Ja, wahrscheinlich. Also links, dann rechts. Der grüne Punkt ist die Statue. Achso. Der grüne Punkt ist die Statue. Ja, macht Sinn. Nach hinten. Er schaut auf 3. Achso. Lol. Moment. Er steht hier gerade. Das heißt, er muss wirklich zurück. Wenn er hier steht... Ne. Ne, ne, ne. Er steht nicht hier. Er steht hier an der Kreuzung. Weil er sagt, er schaut auf die Schweinestatue. Und links von ihm ist ein Scharkelpferd. Er steht hier an der Kreuzung. Und er schaut... Aber er stimmt, er muss zurück. Er muss zurück. Stimmt. Wenn er hier steht, muss er wirklich zurück. Weil dann ist er hier. Dann kann er zu 5. Und von der 5 kommt er raus. Ja. Also er ist hier. Und er muss zurück. Ja. Oh Gott, das ist eine Kennensänge. Okay, Kreuzung. Heugabel. Welcher Weg? Okay. Äh, 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 äh. Okay, er steht jetzt an der Heug... Er steht jetzt bei 5. Ähm. Er ist an der Kreuzung vor ihm... Vor ihm steht in der Heugabel. Er steht hier. Links? Warum? Warum links? Hä? Warte mal. Okay. Er ist jetzt da gelaufen. Und jetzt... Er steht hier. Er steht doch jetzt hier, oder? Weil er ist ja hier gestanden. Ist zurückgelaufen. Bei der 5 geht der Weg nicht weiter. Aber da muss er doch wieder zurück, oder? In der Kreuzung davor. Er ist an einer Kreuzung. Vor ihm steht eine riesige Heugabel. Achso. Ah, hier ist er. Hier ist er. Hier ist er. Okay, er sieht die... Er sieht die Heugabel von da. Er ist hier. Also geht er noch mal nach links. Hä? Und dann? Und da ist er. Da geht es aber nicht weiter. Oder? Ich steht in der Kreuzung. Aber, aber... Wo geht er denn hin? Dann geht... Wo geht er denn da hin? Da rüber, so? Oder wie? Achso. Er soll wirklich da diesen riesigen Weg gehen? Ich dachte, er mich 5 verbinden. Ah ja, okay. Ja gut. Da muss er wirklich nach links gehen. Wenn er hier steht, muss er nach links gehen. Don't laugh. Oh, das muss nicht helfen, dass ich mich nicht mehr gehen kann. Ich wollte nur... Alissa, gut. Ich schlafe gut, meine Hübsche. Ich wollte nur etwas lieber. Da ist eine kleine Scheune vor mir und eine Vogelscheuche. Okay. Okay. Vor ihm ist deine winzige Scheune, hinter ihm ist deine Vogelscheuche. Okay. Warte mal. Winzige Scheune, Scarecrow ist 6 und die Scheune ist 8. Warte mal. Vor ihm ist die Scheune. Und hinter ihm ist deine Vogelscheuche. Äh... Vogelscheuche da. Links und rechts ist nix, hat er gesagt. Das heißt, er steht... Wo steht er? Er sagt alle rechts. Aber es ist nichts neben ihm. Das heißt, er steht hier. Oh, steht er hier oder steht hier? Warte mal. Vor ihm ist deine witzige Scheune, hinter ihm ist deine Vogelscheuche. Links und rechts nix. Aber steht er jetzt hier oder hier? Warte mal. Er ist... Warte mal. Wir müssen schauen, von wo ist er gekommen. Er kam... Er kam von da. Er ist einfach so lang gelaufen. Da. Aber er ist nicht an der Kreuzung. Er muss doch zu 8 runter. Warum muss er zu 8 runter? Hey, bin ich doof? Hä? Warum muss er zu 8 runter? Da ist ja nix. Da ist ein Sackgasse. Ich bin schon auf 8 hinter den 6. Nehmen ist nichts. Ja. Wie läuft er denn? Er muss rechts. Aber wo ist er? Ich weiß. Er sagt, er ist doof. Aber ich... 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 Ich kapier grad nicht, wo er ist. Weil... Ich weiß. Ihr seht das jetzt alle. Und... Aber ich will es selber verstehen. Ne? Also, ähm... Ich weiß. Ihr sagt es alle rechts. Ich will nur sehen, wo er ist. Ich weiß, dass es wahrscheinlich rechts ist. Ich will es trotzdem für mich verstehen. Warum rechts? Ne? Er steht bei der Kreuzung über der 8. Also steht er hier. Hier. Ne? Also er steht so... Über der Kreuzung vor... Kurz vor der 6 dann. Aber wie ist er denn gelaufen? Ich... Ich verstehe nicht, wie er läuft. Weil, ähm... Er... 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 Das macht keinen Sinn. Wie soll er denn da hinkommen? Ich verstehe. Ich verstehe es wirklich nicht. Vor allem ist er... 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 Ich weiß, dass er vielleicht frustriert ist für euch. Und ich fühle mich grad schon ein bisschen der Erik. Aber... Also steht... Okay. Also steht er hier. Er steht hier. Also er ist wirklich... Bis zur Vorgeschöpfung... Er ist... Er steht kurz davor hier. Ist das so? Er ist an der Kreuzung über die 8. Also ist das die... Da ist er... Aber es steht da keine Kreuzung. Weil er sagt, der links und rechts ist nix. Also das heißt, er steht... Muss ja direkt vorne anstehen. Er läuft so komisch. Okay. Und ihr sagt alle rechts. Also okay. Wenn er... Also wenn er da rüber schaut, rechts... Dann läuft er ja zur 7. Nee. Wenn er nach rechts läuft und auf das... Auf die 8 schaut... Dann läuft er zur 10. Hä? Wie? Das war von gutem Schlafgut, mein Hübsche. Sorry, dass ich gerade so einen Hänger habe. Er läuft in Richtung 10. Warum läuft er in Richtung 10? Er schaut auf die 8. Rechts nehme ich. Es ist nix. Wo soll er denn hin? Unter Kreuzung nach rechts geht es zu 10. Unter der Kreuzung nach 10? Ach so! Da... Ja, okay. Das... Ja gut. Das hat das verdeckt. Okay. Äh... Das macht keinen Sinn. Ich weiß. Es ist normal. Es wird recht... Es wird... Es wird... Es wird wahrscheinlich stimmen, was ihr sagt. Aber es macht keinen Sinn. Vor allem ist deine witzige Scheune... Vor allem ist deine... Hinterm ist deine Vogelscheuche. Nichts oder rechts nix. Okay. Äh... Hinterm ist deine Vogelscheuche. Das macht keinen Sinn. Wenn er hier steht. Wenn er hier steht. Über der Kreuzung nach... Äh... Äh... Oh ja, doch. Wenn er... Aber er steht nicht an der Kreuzung. Er steht nicht an der... Er sagt sein... Hör, hör, wie lustig. Aber er steht ja an keiner Kreuzung. Er steht... Er steht an keiner Kreuzung. Nein, er steht... Nein, er steht... Er steht an keiner Kreuzung. Links und rechts nix. Oder meint er einfach... Ach so... Er meint... Ah... Okay. Das hat mich so verwirrt. Er meinte, dass links und rechts zwar ein Weg ist, aber es ist kein Denkmal oder sowas dort. Okay. Ich dachte... Er sagt halt wirklich, dass links und rechts neben ihm nix ist. Dass da kein Weg ist. Weil er sagt, links und rechts ist nix. Ich hab nicht gedacht, dass er meint, dass da kein Punkt ist. Sondern ich dachte wirklich, er steht in den Gang und vor... Wisst ihr, was ich meine? Aber wisst ihr, was ich meine? So... Versteht ihr, wie ich gedacht habe? Ich verstehe, was er sagt, aber... Versteht ihr, was ich meine? Weil er sagte, links und rechts ist nix. Deswegen ging ich auch davon aus, dass er halt... Dass er halt wirklich in einem Gang stand, wo links und rechts kein Weg ist. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Aber das macht rechts Sinn. Na, aufgeregt. Ne, ne, ich will es nur verstehen. Aber gut. Wenn der wirklich an der Kreuzung steht, dann macht das natürlich Sinn. Aber ich dachte, er steht an keiner. Dann geht er rechts, dann muss er da. Jetzt steht er wieder an der Kreuzung. Ich bin gerade am Main-Silo vorbei. Okay, Main-Silo ist neun. Er ist am Main-Silo vorbei. Oh, guck, wie ist er denn? Oh, oh. Ja, Kompus, bin ich auch sehr dankbar. Okay. Komm, er ist an einem Main-Silo vorbei. Er ist gerade am Main-Silo vorbeigekommen. Okay, er ist dann... Da gelaufen. Ah, okay. Er ist einfach gerade weitergelaufen. Komm, muss man... Am Main-Silo vorbei. Aber wo steht er jetzt? Also, wenn er wieder an der Kreuzung steht und er ist... Also, okay. Wenn er gerade hier ist, also er ist gerade an diesem... Korn-Silo vorbei, ne? Er ist nämlich so gelaufen. Er ist so gelaufen. Er hat nicht die Kreuzung genommen. Er ist einfach da so weitergelaufen. So. Und dann steht er hier. Und jetzt müsste er quasi hier stehen, ne? Weil wenn er vorbeigelaufen ist, dann müsste er jetzt quasi... Wieder rechts. An der nächsten Kreuzung. Ne? Dann müsste er... Ja, und da müsste er nicht draußen sein. Und dann links. Ja. Okay, also, äh... Rechts. Ja. Go right. Hallo, Jansen. Oh, okay. 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 Gut gemacht. Okay. I'm out. Kann er loopen. Oh, ich hoffe nicht. Oh, ich hoffe nicht. Wie ist der Mörder so langsam? Ha, ich denke, du bist richtig. By the way, why do you think Molly missed their date? Do you think she's okay? Oh, ich hoffe nicht. Unfortunately for Eugene, I think she probably never left home. Oh. Aber man muss... Mich hat das so verwirrt mit links und rechts ist nix. Ich hatte nicht gedacht, dass da keiner Kreuzung steht. And thank you for calling in Mr. Walton. Okay. Okay. Also, meine Puzzles, aber... Das war ziemlich weit, oder? Jetzt stirbt er doch nicht mehr als junge Frau. Ja, wissen wir nicht, ne? Aber, Leute, ich würde sagen, wir machen... Ähm... Ich weiß noch nicht wann, aber ich würde gerne nächste Woche irgendwie weiter machen. Ich will doch... Nee, ich weiß noch nicht. Aber ich glaube, hier ist ein guter... Es ist auch schon elf. Ist hier eine gute Zeit zum Dingseln. Ach, komm, weiter. Nee, komm. Wir machen... Wir machen die Tage weiter. Wir machen vielleicht am nächsten Dienstag oder so. Sollen wir das weiterspielen? Es ist jetzt nicht das krasseste Horrorgame, aber es macht Spaß, finde ich irgendwie. Es... Ich frage... Die Frage ist... Ist es schlimm, dass es kein Horror-Horror-Game ist? Ist das schlimm? Also, es ist... Es hat Jumpscares. Zu Beginn wurden wir erschreckt. Also, ich glaube, da kommt noch einiges. Aber ist es schlimm, dass es der gruseligste Horror ist? Nee, ich glaube nicht. Weil es ist einfach ein nettes Spiel und alle haben Spaß. Und ich glaube, darum geht's eigentlich, ne? Also, ne? Also, ich würde das auch vielleicht wirklich... Also, ich würde das vielleicht auch gerne am Dienstag... Aber vielleicht so davor, dass wir so eine Demo, eine 30-Minuten-Demo, eine andere Spiel und dann das weiter. So irgendwie... Also, ich finde das richtig geil. Macht das echt Spaß. Ich finde es richtig gut, ne? Also, äh... Habe ich mich auch besorgt? Ja, gerne. Gerne. Ich finde es gut. Also, ich finde das gut und würde mich freuen... Ich spüre es am Dienstag weiter, oder? Ich würde aber vielleicht vom Dienstag, nächsten Dienstag... Wir müssen doch irgendwie schauen, wie wir das mit Amnesia machen. Äh, das fand ich okay. Das fand ich jetzt nicht, das... Muss ich ganz ehrlich sagen, nicht das beste Spiel für mich, Amnesia. Es war ein bisschen frustrierend, ne? Aber, ähm... Ähm... Aber ich finde das sehr cool. Das macht mir echt sehr viel Spaß. Weil es auch mit dem Film sehr viel Spaß macht. Aber ich würde, glaube ich, nächste Woche Dienstag vielleicht was anderes davor spielen. So eine halbe Stunde Horror-Game oder sowas. Vielleicht finde ich da was, was wirklich Horror ist. Damit alle viele Kosten kommen und dann das weiter. Ich glaube, das ist eine gute Idee, oder? So, ich glaube, das ist gut, ne? Also, äh, ja, äh, Dingsi, Ikaos, du warst dabei. So, dann machen wir das so. Aber ich finde das bis jetzt, muss ich sagen, ich spreche mal ab. So, dann machen wir das so, ne? Ich glaube, man kommt noch schneller.